Ich werde wenig reden, dafür lasse ich alle anderen reden. Bruder, du und wir nicht reden, das ist ja immer ganz was Neues. Ja, ich kann das schaffen mittlerweile auch schon. Ich habe schon alles gelernt. Bruder, kurz ehrlich, was haben wir dich vermisst, Timme? Ja, ich weiß, ich vermisse mich auch, weißt du. Los, Carsten, reiten wir los, oder? Was? So, ich schalte mal die Musik ein, weil wir können die supergeile Musik. Wo müssen wir denn hin? Ich spiele supergeile Musik heute. Ja, 80er Jahre, 70er Jahre, wir haben gespielt. Einfach stehen bleiben, weil... Was soll ich eigentlich stehen bleiben? Eigentlich wieder in die Halle fahren. Hi, Hader Gamer, willkommen. In die Halle fahren, bitteschön. Ja, anderen stehen auch in die Halle. Weil wir fahren dann geschlossen los. Mähdroscher, dann die Abfahrer, dann die... Matze? Ja? Ja. Machst du mal ein grünes Monster fertig? Ja, das verstehst du. Das ist klar, ein Monster, der man fängt. Den Drescher. Mach ich dir gleich fertig. Von uns sollte auch nichts, zwei Dreschen oder so. Also, ich möchte nur schnell hinweisen, das heißt, der Tier 42, der Polzer & Co. Uwe, bist du auch live? Nein. Robert? Ja? Robert ist auch live, das heißt, der Herr Hallbackenreuter. Das heißt, die Streams werden nicht nur bei mir auf Twitch, sondern auf diversen YouTube-Kanälen laufen aktuell. Das heißt, wenn er was Seriöses sehen wollt, dann müsste er halt drüber gucken zu der anderen. Wenn er hier halt verunglief, veranstaltet, ausgezogen, fotografisch vergewaltigt werden wollt, dann müsste er halt hier bleiben. Ich bin glücklich. So, aber mal endlich ne kleine Ansage zwischendurch, lieber Prodax. Ich muss mal frisch sein. Bei den Polzer & Co. brauchen wir 555 Abos. Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn er, wenn wir die haben, muss er im rosa Tattoo im Wald real-life arbeiten gehen. Habt ihr gehört? Das heißt, bei 550 Abos geht der Polzer mit rasierten Glocken in rosa Tattoo arbeiten. Also, ihr könnt euch auch freuen auf die rasierten Glocken und mal gucken, was besser auszusehen sein wird. Die Glocken oder halt Tattoo. Und ich sage auch mal Hallo in meinem Stream. Hallo, alle Leute, die schon da sind und gucken. Und ja, wie gesagt, heute ist ein Gemeinschaftsstream. Ich kann mit den Worten von Prodax nur anschließen. Ich werde mich heute auch ein bisschen zurückhalten und das wird hier so laufen, wie es läuft. Es streamen mit Prodax Dirk 42 Polzer. Wer streamt noch mit? Herr Hallmarkenreuter. Herr Hallmarkenreuter streamt auch mit. Ja, Prodax streamt, glaube ich, auf Twitch. Und ja, ja, ihr kennt die ja alle. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, Andi. Fenn, was willst du jetzt? Ein Johnnier-Thresher oder der Fan-Traktor? Fan-Thresher. Fan-Thresher. Ja, um mir zuerst raus. Und ich begrüße auch alle recht herzlich meine Zuschauer in meinem Stream. Wie gesagt, heute hat das Irrenhaut Ausgang und ihr werdet es live erleben. Viel Spaß. Da gibt es so viele Leute, wo ich nicht einmal weiß, wer ich was wo. Ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hallo, Janett. Hallo, Doc. Hallo, Andi. Wenn sich jemand fragt, was das Braude ist auf meinem Mikro ist, ich hab's extra mit der Schokolade angestrichen, damit ich nachher besser runtergekommen. Hallo, Matze. Ja. Kein Kopfkino. Kein Kopfkino. Hallo, Herr Mattengräuler. Kimi, willst du einen Fan-Traktor fahren, dann gehe ich halt in den Glass-Dresher. Ja, Matze, ihr hattet doch schon alle gesagt, ich meinte hier Matze84 YouTube, moin moin. Was jetzt? Doch. Nee. Undi, du hast noch nichts hinterher. Geh ruhig rein. Wir sind immer noch der Übel. Ja? Ja, wir verabschieden uns von dem LS-17 und hoffen, dass der LS-19 bald rauskommt. Deswegen heißt es Abschied. So, das war jetzt Wort zum Sonntag, Amen. Gott sei Dank. Prost. Also, wenn ihr schon Abschied nehmen wollt, dann gehe ich ja wieder. Also, tschüss, bis morgen. Wir können aber ne Kerlshaun zünden. Matze war nicht mit dir. Bis morgen. Und ihr hört, Olax ist hier und noch so einige andere kaputte von Türk42 mit seinen Leuten. Was ist denn das? Ach ja, liebe Leute. Auch die, wo er jetzt hier so bei Prodax und so mitzuhören, die Acker im Walden, also meine Wenigkeit, Black Dragon Devil, Uwe, haben eine kleine Wette, die laufen mit dem Polster. wenn ihr Polter mit einer rosa Tütü im Wald spazieren laufen sind, tanzen sind, arbeiten sind, dann macht ihr bis Ende des Jahres die 555 Abos voll, weil sonst müssen wir das anziehen und nicht er. Und ich glaube, er ist interessanter dafür. Richtig, Matze. Ja. Genauso ist es Matze. Weil meine Frau hat auch gerade gesagt, ich kann nicht mitmachen, ich habe noch keinen YouTube-Kadage, würde ich sofort voll abochen. Oder sage mal, den Google-Kontor, Jana. Killer-Grupp und Moin. Ähm, so, jetzt weiß ich die Fahrzeuge noch herbeordern. Sven, zwei Sekunden noch, die Karte lade zu ewig. Ja, ich weiß, die ist ja nicht ohne die Karte. Ja. Matze, meine Frage. Hat da noch ein Google-Konto? Ja, aber sie hat noch, äh, sie machte nicht viel auf YouTube. Ja, das macht nichts, sie braucht sich nur mit dem Google-Konto bei YouTube einloggen, schon kannst du das Abo dalassen. Ja. Äh, so. Hab ich nämlich auch. Zurücksetzen. Hier kommt der Drescher geflogen. Achtung. Juhu. Aua. Äh, aktuell, Jungs, wer ist alles dann live? Äh, Halmerkneuter, Ponser, Dirk, äh... Du, die Freie, liebe ich da auch? Ja, bitte. Ja, bitte. Barbecue ist vorher auch live. Äh, Aldi, ach ja, komm, ey, ey. Guck mal, geht's schon los. Hahaha, aber das sieht doch aus, ne? Ja, es klingelt schon. Kamilla, ja, moin, moin. Ja, ey. Herzlich willkommen, Kamilla, beim Chaoten-Stream. Sondern, es ist einfach nur so, man sieht für die ganzen Streamer, was wir jetzt hier sehen, für die Communities, mit denen wir öfter zusammenarbeiten, einfach mal einen gemütlichen Abend und einen Abschied für den S17 rauskommen, ey. Aber gemütlichen Abend wollte er denn? Das ist ja klar, gemütlich. Das ist ja schon, ne? Die ersten fünf Minuten war das gemütlich. Hahaha, ich bin jetzt schon ab wie viel Decke, ich hab schon 26 Zuschauer. Äh, ich hab 81. Moin, moin. Und rasch ab in dich schon. Ja, es war sehr lecker. Und irgendeiner hat den Schneidwerk verloren. Hm. Hahaha, der ist aufgeladen. Der Jimmy Dunn war noch nicht so schnell. Okay, ja, liebe Zuschauer, ihr merkt, es wird eine lustige Wunde heute. Äh, ja. Und die Karte fand anzurütteln. Einfach mal bei mir zumindest. Ja. Ja, ja. Warte, Wunder hier auf dem Hof. Bei mir nicht. Bei mir ist alles, äh... Bei mir ist alles, tut ja. Die sind ziemlich gut bestückt, die haben zu erzählen. Ich hab 30 hier mehr. Also, ich bin jetzt hochgeschossen von 40. Bin von 40 auf 120 hochgeschossen. Äh, ich bin bei knapp 200, also... Was ist schon, wa? Ja, 200. 60, 70 momentan. Also, ich bin bei 31. Äh, Jimmy, da steht dein Thresher. Wie besser, wenn du mal einsteigst, das Zeug herrichtest, das du mitfahren kannst. Aber, Dirk, mit... Oh, 13, 12 FPS. Bin ich noch zufrieden mit. Läuft! Okay. Ähm, Thomas, das muss mir mal angefallen. Mach mal kurz auf Pause und wieder an. Ich hab kein Ton mehr. Auf Pause und wieder an? Ja. Aber ich... Kennst du den Trick nicht? Nee, ich weiß, aber... Nein, Thomas weiß das nicht, aber... Okay. So. Ich hab kein Ton mehr hast, im Game. Einmal Pause und wieder zurück und dann hast du schon wieder saugt. Äh, YouTube-Teddy? Ach, was? Boah, ich bin traktorgeil, wo ich habe, Jungs. Alter, was für eine Lackierung. Haha, wie geil. Dann musst du mal die Mehlrecher anschauen. Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, was hier los ist. Es ist Wahnsinn. Ich hab mir... Wer macht denn jetzt bitte bei mir die Plane auf? Ja, bei mir ging sie auch auf. Ähm, Andy. Warum Abschied? Also einfach mal, wir verabschieden den LS 17 und erwarten den LS 19. Deswegen heißt es Abschied. Liebe Zuschauer, achtet mal bitte auf die letzte Achse, wenn ich Matze gerade überfahre. Die Achse dreht sich nach hinten. Boah, die bleibt stehen. Aua. Die bleibt wirklich stehen. Da willst du ja? Audi Lenten Treter, moin moin. Ja, hier ist Chaos heute, Audi Lenten Treter. Hier ist... Also sagen wir mal, das ist sozusagen die Knautschzone von dem Auflieger. Damit du keinen überfährst. Da klappt dich die Angst einfach hinten weg. Uwe. Das ist gut. Das Knautschzone von Neutz. Ist ja geil. Die letzte Achse schickt sich in die mittlere. Die bleibt stehen. Ich würde mal sagen, wir legen langsam los, oder? Ja. 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 Ich habe schon Rutschen geschlagen. Matze, ich habe doch gesagt, du bist du nicht. Hey, jetzt aber. Ich gehe gleich. Hey Leute, wenn wir jetzt nicht wieder auf zwei Minuten losfahren, ich mein Dings Joghurtbecker ist schon wieder voll. Soll ich lieber die Drescher vorfahren? Wollt schon. Die Drescher fahren lieber als erstes aufs Film. Polzer macht der Anfang. Er hockt dem Drescher und die ganzen anderen Drescher hinterm Polzer, dann die Überladewagen. So, jetzt müsst ihr nur wissen, wie ich fahren muss. Ja, erst mal auf die Straße. Ja, auf was für Ende? Auf die Hauptstraße und dann... Matze, weil du voraust. Da ist der uns CD. Es ist Wahnsinn. Und es geht schon wieder los. Ich habe das Problem, ich habe fast 200 MS, ich ruckel, wie die ist es da rum. Ja, und ich verlete da schon wieder was. Ich muss. Das ist ein Knautschzone. Das ist ein Knautschzone. Ich habe gerade 7 FPS, ne 8. Gib mir die Krise aus, ja? Gib mir die Krise, du. Und liebe Zuschauer, wenn wir auf den Checklist so unbedingt eingehen, bitte bitte böse sein. Aber bei dem Chaos heute funktioniert das nicht. Amen. Jett, ich muss nur mal böse sein bei dir. Tut mir leid. Ey, liebe Leute, nicht vergessen, geht mal beim Polzer vorbei. Wir brauchen noch ein paar Abus. Der hat erst 483. Richtig. Ey, ich glaube, da bin ich mit Laufen schon schneller wie mit Fahren. Kann man mitspielen, typisch Timon? Nein, heute nicht. Wir sind insgesamt mit 16 Leuten hier auf dem Server drauf. Alter, ruckelt das mal auch so? Der Polzer, der Polzer, der Polzer, bei 500 Abus wird er sich die Glocken rasieren, mit den rasierten Glocken im Rosenbeam. Jetzt fahr'n weiter, das heißt, das muss die Bäume nicht umschneiden, denn die taul'n auf uns alleine. Aber, äh, steigt bei mir in den Räschern in und zeigen wir an. Wo geht's denn so? Blank links, rechts, oben, wo ist denn hier steht wieder ein Abo? Mami, fährst du los? Ja, wenn ich bei mir auch vorbei hier stehen werde, ich fahre als letztes Jahr. Jetzt fahr'n vorne, links, vor dem Gebäude. Lars, nur neu, nicht rechts, liegt. Liebe Leute, wir haben hohen Besuch bei mir im Chat. Unser lieber Lars ist da. Na Lars, alles, Freunde. Oh, hey. Oh, muss das jetzt drucken sein, das ist der Hammer. Alter, das Leck hier, das ist der Hammer. 30 und 40 sms ja jetzt habe ich auch mal 30 gerade eben hatte ich sieben ich weiß nicht wieso dass sich alle beklagen dass es leckt das ist ja ich dachte wenn ihr abschied ist sage ich auch hallo so jetzt wohin ja wenn ich das mir wüsste ich habe keine ahnung diese sekunde eine hat sein schneidwerk verloren das fängt ja gut an kann und ich mich recht zu hören ja sollten die streams im allgemeinen bei uns ein wenig wackeln wirklich nicht wundern wir sind mit 16 leuten drauf ihr seht ja und ja da kann das nicht so karlers moin moin hallo nordfriese ja heute ist chaos hier links links wo der daumen rechts ist jetzt gleich wieder recht den buchel hoch vogel und zwar das andere links und ja ich bin auch noch mal bedankt für die ganze abos noch mal ein kleiner hinweis für euch alle der thomas polzer und co der umhänge die beschreibung bei mir verlinkt ist wieder einmal drüber gehen dass ihm bitte ein abo da ein like da wenn wir es schaffen bei ihnen 555 abonnenten zusammen zu bekommen geht er in den wald rosa und tanzt da den schwanentanz das ganze von uns natürlich nicht entgegen lassen das ganze macht er natürlich live mit seiner 360 grad kamera ist direkt davor abo da lassen leiter lassen wir waren aus und wenn wir ganz viel glück haben macht bodas noch im bohrat kostümen so viele leiste kann ich nicht aufmachen du musst nicht so viele aufmachen magst du einen vom anderen auf wenn du nicht am pc bist oder wenn du wenn die anderen marvin schau da kann ja die links rein posten und das wollen wir aber ernten aua 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 ihr seid ich wollte gerade sagen wenn wir bald pressen wollen dann hier schaue ich mir schon mal die pressen dahinter war und sammeln tun wir die mit dem frontlider products wieso fährst du ein lkw dirk und nicht mal dazu auf das feldfahrt das man habe ich ein langes rohr ich habe ich schon eingestellt perfekt eingestellt jetzt wenn wir schon nein nein ich meine schalte mit dem alle wissen kommen mit ihr oder kommen mit komma ist das feld auch schon erntereif ich bin jetzt auf dem weg zum feld hallo ich bin dass mein maschinen raus und die anderen hier entweder mit oder mit wenn du einfach eine stroh ablage ist doch scheiße egal das ist ein bild jetzt man sieht schon gar darum beten am feld ich weiß es nicht ja kommt es gibt mal gar die faulen säcke ja ich kann losgehen ich stehe jetzt hinter olli so leute jetzt wird es im akkord betrunken junge was habt ihr denn für drescher hier haha haha was ist los nix nix alles gut alles gut das leben ist so traurig also ich will aber sagen die amerikanischen verhältnisse ertrag ist relativ schlecht na inertia hier du doch zu cammin da ist noch kein überladewagen wo ist denn da jimmy Rechts von dir. Irgendwo hinten. Nee. Die schruggeln gerade mit. Ich flieg gerade von mir nacheinander voll oder die Mund war düseinander. Wer ist denn der andere mit dem John Deere? Ich habe kein John Deere. Matze, kannst du mich mal bitte kurz schubsen? Ich steck hier fest. Was? John Deere, wer fährt John Deere? Auf der Seite. John Deere Mehlbräucher. John Deere Mehlbräucher bin ich. Ich Fahrrad zum John Deere rüber. Jo Pass, danke Matze. Du willst die Scheiße überhaupt hin. Zum Bahnhof rüber. Bleiben wir hier dran stehen oder? Rechts von Feld 18 ist der Bahnhof. Und da innen gibt es, dass man den Zug wegfahren kann. So, ich werde das Feld dann in Schlägen unterteilen mal für mich. Ich wollte es gerade sagen, Polster, fährst du da einmal hier quer durch, dass wir hier dann quer raus abfahren können. Ich fahre jetzt einmal links unten und dann wieder raus. Dann hat man im Prinzip schon mal einen Keißverkehr. Dann können wir über den Anwagenfahrer schon mal leichter. Achso, ich muss gleich anhalten, ich bin gleich voll. 85%! Das ist mir sowas von egal. Hier sind wir 1, 2, 3, 4 oder? Ich kenne die Scheine. Nein, fährst du mal ran? Vielleicht! Ich wollte gerade kommen. Ich wollte es gerade kommen. Kann ich auch kommen? Aber bitte nicht so laut, danke. Wer beim rum stöhnt, bitte leise, ja? Kann ich eigentlich die Anzeige oben ausblenden? Das freu ich mich auf die ganze Zeit. Weiß ich auch nicht mehr wie das geht. Die Dings links. So, ich bin leer. Danke fürs Abo, Marvin Screams Channel. Aber zu Polster müsst ihr auch noch übergehen, weil mit Polster haben wir eine Wette laufen. Sobald ich mal kein wuckeliges Bild hab. Die Anzeige kannst du höchstens die Meni einstellen, wie groß das ist sein soll. Oder was ich alles einzeigen soll, das kannst du machen. Dann sag mal, wie das ist vom Ort schnell. Aber ich glaube, da musst du als links angemeldet sein, als Admin. Achja, stimmt dabei was, ne? Nein, das müsste auch so gelassen. Das geht nur außerhalb vom Spiel. Alt links M oder Alt links L. Damit kannst du den Glas verkleinern, vergrößern oder ein- und ausschalten. Dankeschön. Ist aus. Ja, wie gesagt, wer die Kornwelt nicht kennt vielleicht von den Zuschauern, also das Feld, was wir hier jetzt ernten, das hat, glaube ich, eine Schlaggröße von irgendwie 600 Hektar. Nur mal zur Info. 601 Hektar Hektar. Ich geh noch mal kurz raus aus dem Spiel. Ich setz meine Grafikeinstellung nach unten. Blankerbar, Boing, grüß dich. Florian Plum, hallo. Star Wars Videos, hallo. Teddy, hallo. Sonst geht hier gar nicht mehr. Thomas war mit dem Ungerichten aus, da hat er nicht ganz Unrecht. Ja, wegen Performance. Den Inspektor auf der linken Seite oben, kann ich denn ausschalten? Das fragen mich auch die ganze Zeit schon. Ich muss so lange truppen, bis er weg geht. Er kann sein 0 fahren, der will den Samen raus spritzen. Er wolle röse kaufen, Brorax. Wie geht der weg, der, 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 Dings? Alt M geht nicht, links. Ach, ihr habt ja gar keine Fruchtzerstörung an hier. Nein, haben wir nicht. Ach, dann kann ich ja hier. Dann kann ich ja hier auch. So, ich grüße auch nochmal bei mir alle Leute. In Stream oder im Chat zumindest. Wunderschönen guten Abend. Aber auch natürlich bei allen anderen. Bei Brorax, bei Robert, bei Dirk. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönes Nachmittag. Mahlzeit. Keine Ahnung, wie spät es schon ist. Jaja, ich wollte gerade sagen. Polster kommt aus Österreich. Der ist schon spät im Abend jetzt. Bei uns ist ja noch Mittag. Aber hier, Moin Schoki. Ja, jetzt hallo, herzlich willkommen. Ja, aber das kommt wegen der Sonnenwinde, ne? Jaja, das sind die Sonnenwinde, ich weiß. Habt ihr gesehen, wie der Mika da rausgespritzt hat? Das war jetzt eine Leistung. Liebe Zuschauer, für irgendwelche Äußerungen, die im Ü18-Bereich einfallen, übernehme ich keine... Oh, was ist denn nun los? Ich auch nicht bei Polster, Dirk. Ja, ich bin noch für das verantwortlich, was ich sage. Nicht aus, was man versteht. Timo Müller, Hi. Wo gibt es die Mods? Die Mods gab es ja beim Ding, beim Polster. Ja. Der Polster hat sich für 25 Euro verkauft. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Pro Mod. Ja. Ja. Thomas, fährst du jetzt hier immer hoch und runter? Ähm, nee. Ich werde nachher anders fahren, aber ich werde das Feld nachher nochmal durchstechen, dass ich ihm am Kreis machen kann. Ich muss nur tun, dass ich mir irgendwo ja den Abfahrer vernünftig hinstelle, weißt du? Ja. Nee, du willst das Feld durchstechen? Na, davon hast du genug was in die Liebe dabei, weil die Ehren könnten wehtun. Ja. Und jetzt noch einmal mit Schwung. Ja. 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 Wo sind die schon? Wieso hast du deine Kamera raus? Weil ich was gegen meine Gesundheit tue. Wie immer. Ja. Alter, hier geht es rundher. Hier siehst du nicht die Fahrer rumstehen. Ja, wenn ihr so lange braucht, ist doch kein Wunder. Uwe. Ja. Wie kommt man das Feld bekannt vor? Wie kann ich mir in den ersten Übergang fahren? Kann ich mir in den ersten Übergang fahren wollen? Ja. Ich versuche hier die ganze Zeit mit euch herzurennen, aber irgendwie klappert es nicht. Also irgendwie. Wieso kommt man das Feld so bekannt vor? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Das ist eine richtige Map für mich, ja. Aber ist schon lange noch her, Podox. Die Haufen, die dahin gekippt wurden, die sind glaube ich schon verrottet, ne? Ja, sowieso. Die sind schon dreimal wieder angewachsen, Robert. Ja. Ich habe dann gebraucht. Ja. Ja, die 18. Kann der Matze alleine machen. Und insgesamt 13,5 Stunden, um das Maisfeld runterzukruppern und das Maisfeld wieder draufzumachen. Ja, da muss ich aber auch nochmal großes Lob am Matze rausnehmen, dass ich die Arbeit angetan habe, Leute. Ja. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ja. Wieso hast du bitte nicht die Brücke genommen, sondern durch den Grab gefahren? Ja, das frage ich mich auch gerade, aber egal. Ich weiß nur, dass der Toralf mal bei mir den Safe-Game erstellt hat, bzw. angeplatzt hat mit Helfern, mit Pappeln. Der war über 26 Stunden dran. Mach dir mal die Rundumleuchten aus. Und Sauerland, du schreibst gerade, ne? Ist doch gar nicht schlecht, dass der die Face-Game aus nicht anhat, ne? Na jetzt sind wir mal hin. Guten Morgen. Marvin, ich habe den Link gestern vom Doc bekommen. Steier 81AA, willkommen im Stream. Die Map kenne ich auch sehr gut. Ja, ich auch. Die kommt mir nicht mehr bekannt vor. Ich weiß auch nicht wieso. Und ich begrüße auch mal recht herzlich meine elf Zuschauer heute in meinem zweiten Stream. Schön, dass ihr da dabei seid. Bei dem großen Haufen der Verrückten hier. Aber wirklich. Heute sind sie wirklich alle dabei. So, aber eben jetzt Leute, dass wir die Diskussion anfangen, oder? Bis jetzt war es ziemlich chaotisch. Ich würde aber jetzt gerne mal in die professionelle Art und Weise reinschlüpfen, obwohl das ich das nicht so gut kann. Eben, Landwirtschaftssimulator 2017. Eben, Landwirtschaftssimulator 2017. Danke schön für das Haus. Danke schön für das Haus. Ich will abspritzen. Ich würde mal sagen, das war jetzt der grosse Witz vom L17-Spruss. Ja, das war jetzt der grosse Witz vom L17-Spruss. Eure Eindrücke zum Landwirtschaftssimulator 2017. Wie habt ihr ihn empfunden? Erinnerungen zurück an die ersten Momente. Erzählt ein bisschen. Warte, wie viele Stunden habe ich überhaupt gemacht in dem? Ja, ich bin auch gerade am Überlegen. Also, ich bin gerade am Nachschauen. Reichen 2000 Stunden? Nee, reichen nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also alle die mich hier kennen, ich bin ja auch einer der grosse Maps spielt. Also ich habe jetzt auf meiner Kernstadt über 1400 Stunden voll. Nur auf der Kernstadt. Ich habe da vorher noch einige andere Maps ja schon gezockt gehabt und alles. Und ich muss sagen, vom 15er zum 17er, das war schon mal ein richtiger Meilenstein, was Giants da auf die Beine gestellt hat. Definitiv, ja. Was jetzt Mods angeht und sowas. Und ich sage mal so, das wäre vielleicht auch mal so ein Spiel, was man auch ohne Mods spielen könnte. Wo man nicht unbedingt sagt, okay, ich brauche jetzt den und den bei mir auf dem Server drauf. Und vielleicht braucht das und das und dies und jenes. Sondern da kann man noch einmal sagen, ich kann in 17er auch ohne Mods spielen. Uwe? Die möchte ich mal sehen ohne Klaas Maydrescher. Robert, dann ist das halt so, ne? Man kann es ohne Mods spielen. Man kann es ohne Mods spielen, ja. Klar. Wenn ich nochmal ein bisschen weiter aushole, wenn ich an den 08 denke, was dabei rausgekommen ist und wie es jetzt beim 17er ist oder auch beim 19er sein wird. Das sind Meilensteine, was Giants da wirklich auf die Beine gestellt hat. Da kannst du wirklich sagen, Hut ab. Ja. Da ist auf alle Fälle einiges weitergegangen. Das ist definitiv so. Und ich habe gestern mit jemandem durch die Mission geführt. Wer mag sich daran erinnern, wo der LS17 vorgestellt bzw. gezeigt wurde, haben viele gesagt, ah, das ist LS15 mit ein bisschen bessere Grafik. Wenn man heutzutage zurück auf LS15 startet und draufblickt und den LS17 vergleicht, es ist nicht nur ein bisschen besser der Grafik. Es ist definitiv ein richtig geiler Simulator. Und das, was jetzt folgen sollte, die Fakten, die wir kennen, das, was jetzt eigentlich kommen sollte. Ich muss ehrlich sagen, Leute, an dem Tag, wo ich es runtergeladen habe, gestartet habe, werde ich mein Bildschirm mit auf die Toilette nehmen und dann kann ich nicht mehr rauskommen. Ich habe euch schon. Ich habe bei der Sekretärin schon gesagt die kann schon den 20-Jahren. Wenn ich relativ in die Mitte fahren vom LKW, dann geht es. Stop, stop, stop. Und jetzt ziehen wir mal. Rot eintragen, das sie von Dienstag oder Mittwoach ist das? Nein, Dienstag ist das. Ich glaube, Dienstag. Mit um ein Ausgusschaffung an Freitag, Samstag, Sonntag nicht erreichbar wird. Das Handy fliegt ganz normal beim Fenster, mal raus. kann er draußen liegen ich hab da die nächsten tage frei ich hab hallo hallo surfer der 19 er kommt ja am dienstag aus ja das ist schön ich habe vom mutag bis freitag habe ich urlaub dann wäre niemand so weit gekommen ohne die ganzen moder das sollte man auch mal betonen da muss ich absolut recht geben machen wir uns nichts vor weil es spätestens beim ls-011 gewesen ja sehe ich genauso also da muss ich auch mal ein großer lob zum beispiel am waffelkönig hier aussprechen wir müssen zum beispiel jetzt bei mir am letzten sieht die ackerknechte das logo das design was er da gemacht hat die farbüberarbeitung allein das ist tommy der ist momentan bei mir das macht ihn bei sich dann als spiel auch interessant wo bist du denn gerade so ein voll hinter dir bin ich also waffel dann noch mal an dich ein großes lobo und dankeschön für das tolle logo an alle moder das ist eine riesen sache was die da mal auf die beine stellen und ich sage mal so man man muss sich ja nur mal eine ganz gewisse plattform angucken was da stellenweise die modder und die mapper durch den dreck gezogen werden von leuten die von der ganzen materie nicht ein zentimeter ahnung haben oder plan haben weißt du das sind dann solche leute die morgens noch nicht mal alleine zum klo finden aber dann meinen auf der plattform den großen mutter aufreißen und wir sollten uns darauf einigen wenn ich war mal gesagt dass wir nachreden lassen nach weil wir dann können alle zusammen bringen aber nicht alle zusammen reden ja genau so er ist aber wenn sie da bist du voll aber ich begrüße noch mal ganz recht letztlich meine 14 zuschauer schön dass er da seid das freut mich und wie gesagt schaut man bei den anderen chaoten vorbei bei produkts bei polster bei bei dörg und so und und ja bei halmackenreuther bei robert das hier könnt ihr schön seiner langen zeit kannst du herr halmackenreuther immer noch nicht vernünftig aussprechen aber jetzt will ich mir Gedanken machen was wie ich ihn damals immer genannt habe guten tag der herr ja hallo hallo richtig richtig wenn ihr bei polster vorbei geht will ich auch noch mal sagen polster und co aus österreich auf dem kanal abonniert den bitte alle einmal weil wir haben eine wette am laufen und ich bin voll ja so was du hast du hast du hast du mal hinkommen ich stehe hier wo muss okay und weil da geht es so voll dirk ja jetzt braun ob du es schon mehr so viel werbung für mich steckt hier nur um dann momentan zweiunddreißig zuschauer also leute vielen 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 dank für die ganze zug steht ja aber ich habe für den hinweis ich habe gerade 60 zuschauer liebe zuschauer in einem rosa typ durch den wald tanzen der ganze machen wenn er 555 abonnenten hat tut mir bitte angefallen und hier in der video beschreibung findet ihr den link von thomas polster und österreich bitte einmal rüber gehen ja da vorne steht ein traktor weil wir wollen ihn definitiv im tüttü im wald tanzen sehen deswegen einmal alle rüber gehen der west haut gerade noch mal den link rein geht alle rüber lassen aber da das enthalten weil tanzen muss also das wollen wir uns nicht entgehen lassen weil das muss man nicht gesehen haben thomas in rosa typen wo wir danke verschwinden kein problem oder sie brauchen abfahrer und natürlich könnt ihr auch noch mal und haben oder kann gleich noch mehr übergehen was ich war die tür auf heu in das ist so viel vor heute nicht nur brummi brauchen abfahrer ich auch ja und brudel haben wir eingeladen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wer braucht abfahrer ja roland willkommen und lkw brauchen wir brauchen also hier sind so viele feile auf dem tab ich weiß gar nicht wo ich selber da drunter bin ich bin genau unter der 18 unter der zahl 18 auf der korte warte mal hier steht schon mal ne der wird schon mal bedient da ist reiner wollte die ganze lkw vorruf wenn ich hier so komisch am fahren wenn liegt das nicht an mir sondern daran dass das hier so am ruckeln ist wir sind hier mit 16 leuten auf dem server deswegen bitte nicht wundern was ich muss sagen also meinst du flüssig durch alle rüber für das tutü willkow das ist ja der styer ledert schon mal den john dea ab ist schon mal und dann händler wie viel wir heute hier und ich habe glück haben wir die 555 abonnenten heute noch zusammen die zuschauer also alle rüber gehen lassen aber da dass er im rosa tutüten tanzen muss ich bin gleich wieder da ich weiß einfach mal über die zuschranke weil was hat wohl den zu tun haben die schranke zu bei mir war die auf eben noch bei mir ist zu gehen ach so hat ja schon kann man später noch mitzocken typisch timo nein weil heute ist geschlossene gesellschaft die sind mit 16 leuten hier auf dem server drauf und 600 und 1 er hat da hast du nicht mal eben so runtergerufen nach olli mein liebling wir brauchen unbedingt lkw vorruf roland was du denn hier oben so alleine ich bin auch erst kann sie nicht nicht auf den knick liebe zuschauer und jetzt immer alle ja immer das mini der erst rummeckern dass wir gas geben soll jetzt gehen sie da genau hier ist gangbang auf dem acker auch die letten trainer genau so sieht es aus wie schnell fahren wir sonst mit dem drescher an mit kmh oder sind doch auch eine klamische verhältnisse ihr müsst doch echt haben was arbeiten geht es nicht darum dass wir jedes korn rauskriegen ihr muss das material einfach durch den drescher ich sag mal wenn wir mit drescher jetzt wirklich zu nehmen und wenn die leute das mit dem lkw schaffen und hinterher kommen dann müssen wir halt mit dem drescher etwas langsamer fahren ja man wollte nur die ständigkeit unterstehen ja gut ich würde sagen ich würde sagen ja die 3 jetzt alle auf 10 runter andre dankeschön deine gut nur zuerst allen mal schneiden kann kein road train zum abfahren aktuell fahren aber mit überladewagen und lkw sap aber die jungen sind einfach wisst ihr wie das ist wenn 90 jährige auf dem server drauf sind die können wir gar nicht so schnell kommen und der mich hat der spritz so was mich jedes mal voll ich bin voll um gottes ist voll leitwerkswagen einfach kreuz und fährst das richtig ja ich bleibe erstmal hier hinten bei rola sonst muss ich so weit wieder zurückfahren ja ja da gebe ich dir vollkommen recht nur noch acht tage ja die noch acht tage elf stunden 20 minuten und 30 sekundes muss man da ist so sieht es aus und ich blende noch den counter und eine counter wo erstellt wurde das heißt er zeigt genau wie lange dass es noch geht leute es geht nicht mehr lange ich würde aber gerne darauf hinweise ab morgen abend 18 nur auf offiziellen kanälen von der giant zuvor auf youtube und twitch werden die präsentation die vorstreets die was interessiert wie es ausschaut schaltet ein schaut dazu leider werden unsere süßen stimmen nicht zu hören sein da werden halt die anderen weniger professionellen sein weil die komische vögel die profis die die warten die die sie in der sparte geblieben von den zwanzigsten wo stehst du denn aber was ich schön finde ist dass außer proper aus der versteckung wieder rausgepult haben der wieder blabber ist ja das ist auch das folgermäßige medias team ja eine ganz gewisse person und den kerl hätten sie weglassen können weil der trock für den arsch nix der junge aber na gut das hat eine andere geschichte das ist meine mahnung dazu aber naja ich habe schon gesagt ich werde das mit der blauen lampe auf der stirben kann gucken langer dankeschön wieder gut heute sehen bis auf dem end wir schauen einfach mal aber ich weiß aber noch mal ein moin moin also schön dass er dabei sein natürlich in allen zwings liebe zuschauer geht mal bei thomas vorbei also folter und co össerreich bei products bei twitch die beiden links findet ihr unten in der video beschreibung ansonsten ist am stream noch der herr heimackenreuter der bbq aus wollen unser reiner ausrufezeichen koch ausrufezeichen robert wer ist noch am stream du ja meine ich habe sie auf sich selber danke für den link west noch schön gut der braucht sich ja nicht selber erwähnen wenn das war jetzt war ja noch mitzahlen genommen wie gesagt polzer der braucht noch abos nicht auch hier geht da mal rüber lasst polzer mal ein abo da moin andré ja genau jörg was er macht bei 1 dann mit die premio für den alles 19 das ist mit einigen anderen was man so gut geht es auf twitch der ton hier ist immer leiser ihr wie als bei dir gibt es nicht weiß auch nicht wie dir die so schön laut hingekriegt hat bei mir ist er immer leise mal rechts von hier ruhe da steht hinten einer der scheint voll zu sein roland nimm die andere seite sonst muss ich durch die frucht fahren ach so da willst du lang ollie wir fahren geradeaus weiter ne so jetzt ist es aber gleich an der frontlader kommen ja irgendwer brauchen frontlader ja wie bei matze wegen tommy weil er alles daneben gekippt hat ich habe nichts daneben gekippt das ding ist voll was steht hier das noch ich habe nichts daneben gekippt er ist heute geben willkommen in den sieben hallo johannes west wenn du dabei bist da kannst du auch die links von den anderen alle mit reinstellen und pro das und so weiter cool ihr habt ihr eine tankstelle hin gebaut und hier schreibt bei mir gerade unter struppet in klein bei der hand aufladen die velger presse steht schon in der scheune die wird gerade noch abgeschmiert also ich höre hallo galaktiker möchte jetzt gerne beiden sehen also ich werde mal strohablage machen so und joshua so macht tommi das bei uns auch und das dann mit 20 tonnen gästen schaufeln okay ich werde ich werde auch ein kärle verballer pressen jetzt dankeschön für den abo du kannst mal schon langsam daneben 494 mal post aber wird nicht mehr lange dauern mit dem titin ein definitiv der wir werden definitiv jetzt bald ausgetült ich freue mich schon ja mal bitte unten an der brücke einen kleinen schubs geben hier geben wir einen von vorne bitte die sollen wieder alles rüberkommen morgens auf gehen jetzt ich komme von vorne achtung ja also die leute ich muss mal ganz schnell was bekannt kommt und zwar ganz rein reinhauen entschuldigung lieber dir vergeben ja wir haben 500 bei polzer geknackt und wir brauchen ja herzlichen glückwunsch wir brauchen aber 555 so ist die wette ja die 55 haben auch noch das jahr ist noch nicht zu ende also der neunzeiter kommt ja auch noch 50 worts finden wird noch irgendwie ab und leider schnappen und hier den scheiß weg wollen hier kommt kein lkw rüber ja moment du mal bei mir die deichsel welchen führung von sein anhänger stehen lassen tust du hier den anhänger nehmen weißt du ich mein ja ich muss mal gucken wie ich das geruch jetzt wirklich ist kann sein dass ich gleich noch entscheiden tun also erstmal rausgehen dann hole ich ein frontlader ich mache mal die strahlplatte der haus besser weil die lichter werden dann irgendwann nicht mehr gebraucht ich mache erstmal leuchten an und schön und schönen tag an meine 17 zuschauer schön dass ihr alle da seid was freundlich und wir kommen im größten aus der welt weil bei 16 mann das wäre es doch jetzt gewesen auch die lettenträter meinst du was das für ein chaos auf dem feld gewesen wäre wenn die ganzen beulen jetzt noch quer da rumfliegen würden vor allen dingen robert irgendwann könnte es ja gar nicht mehr fahren weil wir zu viel bei den sind dann wird der server sagen jetzt ja ich gucke gerade mal ich bin hier irgendwie fester ich bin gerade kurzen kann ich mit dem überladewagen auch direkt kann ich mit dem überladewagen eigentlich direkt in dem in den in den in den silo kitten name deswegen kommen wir da nicht mehr rüber du musst heute arbeiten ja da muss es bei dir aber an der leitung liegen bei bei mir läuft das team flüssig und ich habe stellenweise zwischen 25 und 30 ms das denn cool hallo 36 habe ich gerade mal ich halte mal an ich fahr mal hier rechts bei mir läuft das auch flüssig aber das ist da vorhin beim hof so schlimm gewesen aber das habe ich ja immer auf der map wenn das das am hof so schlimm ist du musst zurückfahren ich habe mir das war noch zurück machst du 10 kmh oder machst du irgendwie wie hast du drin warte 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 martin ich weiß dass ich nicht im ets bin aber wir müssen die abfahrer machen hat noch einer von den lkw platz die der bäume abladen stehen ja hier ich bin leer warte warte wo bist du denn ich bin schon auf dem weg hier an der sammelstelle wo wir die ganze zeit stehen ach ne wir haben jetzt den 5,15 abos geknackt ja das kann ich nicht sagen was ich sagen wenn sie noch sagt da gebe ich dir rechts jetzt läuft sie wirklich ein bisschen das stimmt gut die rung überlastet ich könnte kotzen wer steht da auf der schiene da wollte jemand auch noch ein bisschen zug ich habe noch von 9000 also ich brauche definitiv und andreas monge apple ja ich komme eigentlich einer steht noch am hoch wenn ich in meinem dann habe ich eine ms von 120 auf den anderen schleppern habe ich eine ms von 30 passt denn da noch was rein matze aber das ist ja ganz voll wir wollten heute noch mal ein spezial machen das heißt auf der kaum welt 600 hektar an weizen dreschen und und noch mal über den ls 17 alles 19 unterhalten ich wollte die umhänge ich wollte den weißen hier behalten auch die letzten träger gucken ob ich den rest noch reindrücken kann und ich sag mal so mit dem über ls 17 reden ls 19 reden waren wir ganz schnell fertig deswegen sind wir jetzt ins kaos oder so haben wir überhaupt zugegeben wir waren noch ein bisschen ganz nett im kaos wir haben kurz angefangen ja kurz mit angefangen das chaos hat damit angefangen wo dirk angekündigt hat dass er jetzt stream macht wieso eigentlich immer ich weil du dran bist ist klar wir haben aber liebe zuschauer wo wir gerade verdrückt sind ne denkt bitte dran an bis jetzt rückwollern und ko rübergehen abo da lassen bei 555 abos muss er im wald gehen und in einem rosa tutült tanzen und dann wollen wir ihn nicht in gehen lassen aus holland hast du denn ja der hennig hat mich komplett rausgesaugt aber ihr sollt mich bei mir abonnieren sondern alles gut schön dass ihr da war und bis zum nächsten mal nicht aber alles klar tschüss bei mir bis anderes mal ja definitiv er damals zugekurs gibt es nächstes mal ja wo bist du ich habe noch ein paar sagen wenn du die 555 geschafft hast und mit dem rosa tutült man hat und die gesellschaft bekommen 63 zuschauer das ist wahnsinn aber schön dass die gesellschaft bekommen machen haufen wobei ja ich hätte einfach nur dazu kippen müssen der haufen lacht ja eigentlich schon aber wenn ich jetzt sich selber aufgenommen hätte er dies gemacht ja gut hatte ich mich geschlossen ich weiß worauf du ihn ausfüllen schade aber auch wenn ihr klappen können ich kenne dich lange noch mein freund wie gesagt sollen wir mal mehr in der mitte vom feld fahren dass sie schneller zum überladen kommt ist das brorlachs jonas jaja die zuschauer wollten gerne mal ja also machen wir hier nicht so ein schmerz das ist schon extra voll neu designt worden und ich finde der lacker hat gute arbeit geleistet und vor allen dingen unser neues logo acker überlegen die community mit herz für tier und menschen also das bin ich das ist nämlich unser neuer slogan unsere mission tiere in mut aber ich muss sagen wo ich auch so ein bisschen neis drüber bin und zwar von der ackerkächte wenn ihr euch das logo mal anguckt ist auch nicht schlecht das landet aber neid hast du mein neues logo schon gesehen ja habe ich natürlich kann was gell hat wohl was ja dann muss ich waffe loben also in den höchsten tüllen also das ist ens a arbeit was der leistet ja dann jimmy ich glaube wir müssen uns auch nochmal mit waffe zusammensetzen ne so mal ganz nebenbei gesagt das wollte ich ja damit sagen ich wollte es nur nicht so hart und das ohne gleich geht und gleich mit anlass du das ist man lernt im leben aus und die richtigen dann darf man nicht vergessen so lieb aber ich muss ja auch ich muss dazu sagen die ersten fahrzeuge die ich auf die karte gestellt habe wo er gemacht hat und ich dann die von waffe gezogen habe habe ich gedacht so ich bin ich von dir bin ich was besseres gewohnt habe ich dann auch gesagt bis dann zurückkam das geht gar nicht so aber am erster versuch und 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 holzer dein abfahrer kann ja mal zu mir kommen müssten du verseit ihr überhaupt alle auf dem feld ich habe mich ein bisschen voll falls die überlade fahrzeuge mal zu bringen werden das andere mal eine karte mitnimmt ein streiter liegen gelassen wurde am anfang ist der basiert der streifen dass jemand von der bahn abgekommen dann wird es wird gefahren ok ist dort in streifen ein streifen sein das juckt doch nicht was wir machen wir probieren zusammen fachsimpfliche oder fachliche diskussion zu führen wir schaffen es leider nicht gewählt beginnt nach zwei sekunden zu krisen also ich bin ganz ehrlich wenn ich jetzt hier ich bin jetzt gerade hier aufs feld gefahren ich blicke gar nicht mehr durch wo überhaupt ich auch nicht ich auch nicht das totale chaos jetzt dachte ich jetzt kann ich hier mal entspannen jetzt hat er auch so ein großes abtank woher hier ihr habt ihr auch mit der fachsimpfler oder kannst du was anderes erwartet wie sie gar nicht der kürze sich die würze roboter ja 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 ah da kommt der lkw gut abtanken wir stehen hier mit dem lissen auf dem feld damit ihr nicht mehr so weit fahren müsst ich stehe hier mit drei lkw ok seine vorliegen kenne ich jetzt auch er geht lieber nach hennig die sind sehr gut aus dankeschön aber das ist der mitte besonders von jimmy und von dem gut ah ich vergesse mal wieder in der waffe gericht Entschuldigung wo es polster überhaupt ist sehe und höre ich gar nicht mehr ach da hier bin ich abfahrer rechts vorne hallo hier bin ich mit deinem rohr draußen der polster versucht die ganze zeit dazwischen zu kommen jetzt lasst sie noch mal bitte reden oh wir müssen jetzt mal versuchen zwei abfahrer pro medrescher hin zum kriegen konstant dass die immer zum gleichen medrescher fahren also zum beispiel bei mir fährt schon ziemlich konstanter rené permanent da müsste noch ein zweiter dazu beim nächsten medrescher auch wieder zwei und am besten immer zwei medrescher in der nähe fahren weil da kann man so machen zu jedem medrescher den haupt abfahrer und einer was zwischen die zwei medrescher hin und her hüpft da weil der andere abdank gegeben würde dann wird das ein bisschen flüssiger laufen warum hast du so früh den steam gestern abgeworfen Marcel aus privaten gründen da möchte ich jetzt aber nicht viel zu sagen aber es tat mir leid dass ich wirklich so schnell abbrechen musste aber es ging leider nicht anders wieviel hektar hat das weltwechsler hat und ein hektar ja jimmy drischt gewischt in der haft der will nicht so viel dreschverluste haben deswegen hier fährt er ein bisschen langsamer mit etwas reduzierter Schnittbreite ja ja das problem ist dieser drescher hat abfahrt und ich bin nicht zu schnell fahrer verstopft ja geil ich komme dir entgegen ich mache das jetzt hier rein bleibt da stehen bleibt da stehen bleibt da stehen ja aber ich würde sagen da sieht man jetzt eigentlich bei denen wo dreschen wäre mal die meiste erfahrung mit dem dreschen hat heute die müssen sie noch voll ja bruder das dann zeig mal was du kannst vielleicht kann sie auch noch ein paar bupus verhauen und serfer meint es wäre ein eideutig zu viele streams er hat nur drei monitore und zwei handys ha ich tue mit gern dreschen außen nach 22 Uhr aber weißt du was weißt du was das ist ein guter mädrescher dann kann ich mir schnell eine drehen wenn ich mich da so gewissenhaft ist und die 65 04 banken verfolgen so klopf klopf direkt mich zu hauen kaffee aber wissen was aber am meisten auffällt wenn ich dem kinder klaus wenn hier fahren wenn er mit seinem arsch wackelt hat es mal sehen wir haben jede menge überladewagen nur die kommen nicht mehr hinterher und kann dann mal entgegen hier hochkommen an zwischen 18 und 14 ich finde ich habe 81 prozent in der karriere weg ich bin gerade zu jimmy gefahren weil der war voll und am anderen an einer anderen ecke hier wo ich gerade war geplant vier mädrescher sechs überladewegen und vier lkw und zwei ersatz ja die mädrescher ein bisschen dichter beieinander wäre ich meine ich finde es ja auch gar nicht wieder hier mittlerweile das ist es ja kommt dann macht doch ein schlag erstmal alle ein schlag dann ist das auch nicht weil jetzt ist einer hier ganz unten links der andere ist ganz oben rechts wenn ich jetzt von roland zu jimmy fahren würde wäre ich 20 minuten unterwegs wenn er so product ist am stream erst eben auch durch den link dazu findest du unten in der videobeschreibung hat sie sich wieder frei oder muss ich muss ich drehen ich habe kein freien machen aber ich bin ja aber labertig streben aber was ist das eine auktion dankeschön fürs abo ja ich komme ja ich komme dass ich da hinfahre ja die zuschauer findet alles ein bisschen chaotisch wie er ist wir sind hier holster wie bist du denn so versorgt richtung tankstelle oder wo die verladezone ist also ich habe hier pro lachs und ollie bei mir als abfahrer und ich bin unterhalb der zahl 18 ok dann bleibe ich bei jimmy ich habe jetzt fünf oder zwei abos beim holz aber das klingt auch noch besser hin wie die zuschauer ja das würde ich gerade sagen also zuschauer das klingt aber noch viel bis wann geht das mit äh andreas wir schauen einfach mal je nach eskalation ok ich kann tutsch leider nicht aufrufen werden dann bald tutsch anmelden so einen wunderschönen morgen so frage sind jetzt alle lkw zwischen 14 und 18 unterwegs oder was ja ich bin hier oben gerade ich auch mit den strohballen ja das wurde glaube ich schon verworfen auf die lettenträder ach so andy du fragst du ja 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 ne kann man nicht machen abtanken wieder also bei mir am wagenhof stehen jetzt mittlerweile wieder ein leerer und ein leerer überladewagen also wenn es knapp wird wieder könnt ihr bei den einfach rauschen ich mach dann leer was alles wieder sauber macht sie ja hab ich ja hab ich hättest du zugehört wo der waffel mich das gefragt müsstest du jetzt nicht fragen alles gut na hier kann man nicht mehr zuhören bei der ganzen durch verstopft er denkt das ist es nicht dann erst mit dem kornschieber das macht das große rohr auf jetzt fängt er hier mit dem kornschieber auf das ist wir haben doch keine zeit das ist ein abschiebe das ist ein vörter aber fließband wagen aber der lädt genau so schnell ab wie dings geht ab und schnell ist klar ne die anderen lagen schneller ab komm hängen die macht das große loch auf kannst du eigentlich mal aus dem hausenperspektiven fahren äh also jetzt fahr ich die ganze zeit und dann geht und ein jimmy ist verstopft ja genau galaktiker so die abfahrer bei polza klas fan und brummi else ich weiß nicht ob brummi und drescher sitzt ja da kommt ein lkw jetzt in so liebe zuschauer das war eine gefühlte halbe stunde bei henning und jetzt achte mal drauf wie schnell ich abladen ich habe schon schneller gesinnt ist klar du darfst auch nicht vergessen dass du nur 32.000 dings hast ne wir haben 61.000 die paar krümmel das doppelte also wenn auch der auf dem anderen hier schlag hier auf der anderen seite einer stehen noch einer mitrischen will dann könnte ich hier locker 22 drescher verraten ich bleibe jetzt auf der spur wo ich fahre hoch dass sie jetzt nicht ihre türen rober die verstopft ich bleibe auch schon bisschen langsamste vom ganzen genau interessiert mich doch gar nicht ja mit mit finde den fehler weil die lkw sollten sich ein bisschen verteilen ist nicht alle auf einem punkt stehen so soll ich oben bei bei links bleiben so hier fällt einer runter hoch also ob ich bleibe hier oben bei tommy zum abfahren und dann ja ich bin jetzt oben bei klaas fan und noch jemanden ich bin bei jimmy ich bin bei jimmy bei polster so so wo soll ich hinkommen auch wenn es bei einer grundbahn aber es läuft so und wie sieht dein sprit aus wie war das warm und flüssig muss das sein und braun da fährt ein weißer martelis vor uns her komm mal her hier mit einer angenehmen konsistenz oder wie war das äh ja weil das fehlen die äh plus noch 3000 und dann ist das ding voll ja das stehen ja welche kannst du fahren ich fahr dann wieder zurück jo helling kommst du auch nochmal ich fahr rein mit vor boah wie bitte fremd ab komm mal erstmal vor ja komm mal ja luke mink moinzen und schöne größe soll ich ausrichten an prodax und an türk ich hab komplett voll in gedacht haha ja das sind die reputieren robert ach scherzen ich wollte krass sagen wenn wir frucht-zerstörung drin hätten würde ich es ja platt fahren aber haha ja ja weil das ist äh gps das fängt jetzt an richtig zu packen na dir geht noch was rein und ne ist voll haha ja eher ja schlager ja ich wollte nicht roth doch ja eigentlich kann ich ja gleich weg zu dir fahren spul ist ja jetzt offen oh nein ich würde mir noch gerne ne wir verhalten und prima zusammen ich fahr mal aber immer zu wenn ich wollte wenn du bist dann geht es gleich wieder in der mitte in der mitte die mittlere strebe muss nehmen das geht auch einer anderen das geht überall im trailer okay sobald ich jeder war zu kommen ist alles vorbei alles zu gefühlen kann es wohl zu kommen schon immer noch mal lernen fahr ich noch mal ein bisschen eine runde was bei premier 11 vor ich lieber hängen und er die ersten vier laggons sind schon voll ja wer hat ihr zu langsam Ich glaube, ich habe jetzt alle links reingepostet, ich sollte alle drin, also Hallo Loogaming, Willkommen im Stream. Kommi, wie schnell fahrt ihr denn beim Abtanken? Äh, 10. Renko? Äh, 10. Oh, sie ist da nicht runterfahren, ich habe nichts drin. Ne, 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 ist schon klar. Weil ich muss bei Roland ein bisschen schräg von hinten ran fahren, sonst fahre ich bei ihm ins Schneidwerk ein. Pff, ja, hier wäre es besser, wenn man das Rohr noch, äh, 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 äh. W W W happened to day. Ja, coming on. Wisst ihr, was sich komisch crainten oder immer so mit Trötenelthergmembers wissen? Nein, 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 das Нет mir nur, nein, nein. Jetzt sag. Wisst ihr, was ich gerade komisch finde? Ja, haa besterol. Eْyوت ihr nicht zu g ader simontiviert? E algunas streitigend Nationen. Was? Ach, viel Neider. Er war zwar k第. ich musste das nehmen was ich kriegen kann nicht die haus hier steht streifen da stehen streifen wir brauchen wir brauchen noch so für products zb alt stopp stopp Dann nehme ich das mit. Ja. Komm hier. Kannst du da gleich rummachen? Ja, genau. Ja, wenn ich hier auf dem Weg bin. Wo bist du denn? Robert, Roland, ist voll? Nee, nicht ganz, 50%. Guckst du den hier ab? Egal, komm trotzdem zu mir. Hier, guck guck. Äh, Marcel. Oh, oh, oh. Ab und zu leckst du mal. Dann setzt du die Steuerung aus. Ja, Roland, so bin ich zu dir. Du bestell mal die Schüttung nach unten, ob das dann klappt. Yay, ich werd auch mal beladen, ich fasse nicht. Du wolltest einmal die große Haufen-Templade machen, oder was? Danke schön fürs Abbruch. Brauch. Toll. Danke. Ich bin am letzten Waggon von dem Zug. Na dann, hau rein. Jummi, wie voll bist du schon? Ach, kann ich ja oben sehen, was? Nee, ich muss mir los, das ist... Oh, meine... Ah, stimmt. Der Jeep ist doch. Der hat's im Frühjahr. Das bringt ja nicht ne Ahnung. Du kannst es jetzt nehmen hervor. Ja. Ja, ja. Ein Stück vor. Noch ein Stück vor. So, gut. Halt, halt. Warte, wie viel Fass denn so in den Waggon rein? Danke. Also der ganze Zug hat 600... Ne, 6 Millionen Liter oder 600.000? 600.000. Über 600.000. Kommt's zu viel Material bei Opa an oder wie? Ja, ich helfe beim Essen mal. Es gibt ein bisschen Gulasch mit Nudeln und... Ah, mit Nudeln. Und nachher... Alles klar Marcel. Lass es dir schmecken. Boah... Sie möchte auch noch mal... Danke. Aber das reicht. Marvin, ich glaube, du musst den anderen Link nehmen, weil der Link wird nichts funktionieren. Ja. Komm mal langsam rein. Ich bin schon hinter dir. Matze? Ja. Der Ableidepunkt ist da oben bei dir oder was? Ja, aber ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zu mich abladen, weil der Zug ist mit 36.000 und voll. Oh, läuft. So. Mal rückwürzen jetzt mal. Alles klar. Wenn jemand vor dir ist. So, wenn wir jetzt Zug wegfahren? Was? Zug wegfahren oder was? Okay. Ich fahr Zug weg, ja. Ich fahr nur Zug, Oli. Ich fahr nicht. Ich fahr nicht. Mich würde es wirklich mal interessieren, ob es wirklich schon 16 Leute hier daraus sind. Ja, es sind 16 Leute auf dem Körper. Ah, es sind 16. Das sauber ist voll. Das sauber ist voll. Ich hab grad in der... auf dem... im Internet geguckt. Ah. Und Bernhard auch nicht verkehrt. Ich bin voll, tut mir leid Oli. Nö, ne. Ich bin voll. Und das ist auch leer. Dirk zwanzig. J dot com. Oh, war das auch leer? Ich bin leer, ja. Das wird jetzt jetzt ein Bild für... ...götter werden. Nö, ich mach da noch mit. Der bleibt jetzt gleich stehen. So. Ach so, das... Ah, genau. Der wird überüberüberladen haben. Ach, das hab ich umstellen müssen, ne? Wir werden überlaufen. Der Traktor, beim Überladen nimmt er soviel Leistung, denkt er soviel in die Knie hin. Achso. Okay. Schon dir, ne? Bernd, bei dir gab's Rinderbraten, du hast nur Kartoffeln gegessen. Äh, finde ich ne Fehler? Es lag ein bisschen. Ähm, Kevin? Ja, das liegt daran, dass wir mit 16 Leuten auf und 12 sind. Und ja. Ne? Stippzug, einfach! Oh, hab ne Zins. Okay, ich muss kurz abfahren. Achso, zügig. Das ist krass, was ist das? Das ist ja, da kam die Zug keine Collis, gegenseitig. Achso. Ja, Niklas, moin moin, moin, danke für deinen Daumen. Hey, falscher Daumen. Oh, bei mir war es auch gerade gewesen. Ja, Niklas, danke für den Daumen. Oh, die sind ja eben versorgt hier, wa? Ach, du, wie war das nochmal mit der Wette 555 Abos bei Polsic? Äh, ja. Ja, genau. Man kann ja im rosa Tütü im Wald spazieren gehen. Also Leute, wenn ihr unseren Polsor und Co aus Österreich im rosa Tütü im Wald den Schwanentanz tanzen sehen wollt, dann geht rüber auf seinen Kanal, abonniert ihn und wir werden eine riesige Freude haben. Und vielleicht geht der Prodax mit dem Borat Kostüm auch da dazu. Wo wir stehen bleiben. Also empfehlen uns jetzt für die Wette 53 Abos. Oh, läuft. Ja, das sollen wir auch hinbekommen, oder? Boah. Warte mal. Tun wir gleich noch abzahlen, beim Henning. Ist so weit weg, Roland? Ja, hab Lust. Ja. Gut. Hier, ich hab jetzt gerade eine geile Nachricht bekommen. Da schreibt einer rein. Hallo, ich hab eine Frage. Wie oft muss man im Reifen die Luft wechseln? Okay. Pass auf. Muss man einmal im Jahr die alte Luft raus machen und neue, frische Luft auffüllen? Oder macht das die Werkstatt bei der Inspektion? Boah. 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 Bei der Frage, boah. Boah. Sehr gute Frage. Kann ich auch nicht ganz. Ist eine schwierige Frage. Ganz schwierig. Pirova Haluska. Guten Tag. Hallo Pirova. Wenn der Reifen gewechselt wird. Ich sag mal so. Die Luft zwischendurch mal zu wechseln, ist ja nicht verkehrt. Machen wir ja auch, ne? Ich wechle mich. Also sehr, wenn er schon ist beim Thema, bevor das er wieder fangen simpelt, oder? Das heißt, die Luft wird jedes Mal bei jedem Service rausgelassen und frisch neu reingepumpt. Ja. Frische Luft tut ja nachher ganz gut, damit spart man sehr viel Kraftstoff, oder? Ja. Dann ist der Rollumfang vom Reifen auch ein bisschen leichter, oder? Das ist ja genau gleich wie zu Hause, oder? Ja, das stimmt. Wenn du zu Hause deine Liebe immer mit gleichen fütterst, wird sie auch irgendwie zu breit. Also musst du mal Luft rauslassen, damit sie nachher wieder neu aufpumpelt. Ja. 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 andere frage aktuell läuft bei mir der johnny deersong was haltet er von johnny deersong der ist super ey der ist mega das sind dann wieder mal die draufgänge das sind richtig gern mit steirer theoretisch was hinter dem österreich die haben es mal wieder drauf die wieder mal gezeigt was ist da steckt er kann ja nicht anders so ich komme zurück ich habe dich gleich durch den mädereinschaften verdorben zieh dich aus dem mäderein raus und jagd dich über die schienen durch so hier ist irgendwer gefahren was nicht meine schneidwerksbreite holand die sind das hier ach da danke ich kenne die karte nicht deswegen sorry ich habe schon mehr meine 32 zuschauer das ist auch mal keine schlechte leistung wenn die 32 zuschauer jetzt noch nicht das abo da lassen wäre ja schön ja ich sag mal so die elfter sind also sagen wir sie ja 15 sind sicher für den acker immer lieben ach wie kommst du da rauf es ist ein komisches wagengefühl aber liebe zuschauer wo wir gerade beim thema sind wer es noch nicht getan hat einfach mal bei thomas polster und co rüber gehen und den link findet ihr unten in der video beschreibung lasst bitte ein abo da denn bei 555 abonnenten muss er in einem rosa tutü und ohne den schwammwatter tanzen deswegen einfach mal rüber gehen lasst ihm abo da würde ich mich wahnsinnig zu überfreuen da wo sie jetzt lkw sind irgendwie alle runtergetaucht dann würde ich füllen wasser in den reifen wenn er den schleffer mit dem frontlader hat ok ich stehe da am irmbiss noch nicht nur ein frontlader sondern auch um den trafter besser zu ballustieren als für silo treten mehr gewicht bei alles was du eh bei dem reifen im palast gewinnst schoenst du dir achsaufhängung und alles was 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 sagst du in österreich dazu silo treten dann wolltest du nie wieder hoch fahren weil ich habe beim silo treten habe ich radgewichter und wasser den reifen ne ich kenne den ausdruck also was weiß ich komme aus norddeutschland den gewicht silo treten gibt es hier nicht also warum bei uns heißt es nur walzen so was deswegen frag ich es nochmal nach also der höchste berg bei uns das ist die müllkippe in große ferien auch die schon längst zugemacht aber die wird wohl weiß ich nicht wie hoch ist die 25 meter 30 meter ja ich wollte gerade sagen das ist das ist von menschen geschaffen thomas das ist die müllkippe gewesen die alte und jetzt seitdem die dicht ist haben wir da so ein hügel von 30 meter also ja das anfahren am berg das anfahren am berg haben wir hier in der tiefgarage gelernt weil wie gesagt sonst gab es ja keine steigung die irgendwie dementsprechend war ja da ist der fahrlehrer mit uns in der tiefgarage gefahren und hier an der strege so nun fahren wir an ja wie willst du das denn sonst machen hier ok dirk dankeschön ich soll euch von hirko grüßen könntest du den herrn von mir grüßen wohne in abgaben abgaben schott ja moin moin jungen wo gleich wieder herzlich willkommen hier mit stream wir sind für doch hier sind wie mit hier mit verliegern stream und hier ja ich wünsche dir hilfe pläser ja ich habe viel spaß gewünsch beim zukommen und seit wann sprechen die schwaben hochdeutsch ha ja ich weiß wir können alle außer hochdeutsch ich würde jetzt einen noch kennen der ja lassen wir das lassen wir das genau lassen wir da ne lassen wir das lieber wir können ja auch mal ein bisschen balinerisch wieso steht hier ein überladewagen im silo im silo ja steht ja auch hier ein bisschen im silo ich sollte abtanken und kein lkw gar nichts heroben kannst du da nicht sonst gibt das alles daneben kannst du wenn das wenn das leer ist dann geht das alter der bremst ja gar nicht weil ich habe gar nicht mein entzug entleert abfluss stream ganz einfach deswegen wir verabschieden den 17er und freuen uns alle auf den 19er deswegen machen wir einen abfluss stream ja das könnte der 19 ob gestern schon gekommen sein ja wir haben wir auch dass da jetzt endlich mal was tommi das sind 6 prozent ruhig direkt ne ja holly fährt schon hab ich den Traktor weg ja wo kommen die da unten wieder fahr doch gerade raus fahr doch gerade raus na wenn du das wird ja sonst langweilig wenn du die ganze zeit neben mir fährst der corntank wird ja gar nicht voll ist dir das auch zu langweilig Rainer soll ich auch einen moment hinter dir fahren oder schöne Wüße von Mr. Spock wie bitte? schöne Wüße von Mr. Spock 89 was? weißt du willst Renni mal frühes mal eingeben Grüße zurück der hört dich doch selber der steht auf dem Acker noch ne ja ich glaub das vielleicht essen kann oder so keine Ahnung doch wenn ich jetzt wer fährt jetzt eigentlich alles LKW ich aber ich komme gerade nicht weg warum kommst du nicht weg? hängst fest? ja hab ich gerade gesagt aber bringt ihr nicht wenn ich jetzt schubse ne nein sag mal Dennis du hängst halt ganz schön oft fest oder ne ich habe auch über 1000er MS 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 wie viel? über 1000 deck mal an meinen Rechner willst du äh wollen wir tauschen willst du Thrasher fahren wenn du kein LKW fahren kannst äh durch deine MS zahlen welchen liegt vor welchen liegt vor ja der Ende ist ja der wird gar nicht so ja der wird gar nicht so ja wir sind voll jaa ja 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 ich bin ganz gut ich bin ganz gut ich bin ganz gut ja ich bin ganz gut ich bin gerade drin ich bin ganz gut aber was wo hast denn den LKW jetzt stehen der steht der steht hier oben im Silo okay ja jetzt muss ich auch mal was jemand noch erwähnen der was da ganz im Hintergrund arbeitet und das ist ein lieber netter Herr West entgegen ja macht da fest für Dirk für Rainer für Bruder also hier Währung West weiter so ja West habe ich schon lange nicht mehr gelesen wo ist denn überhaupt ja bei mir hier die ganze Zeit hat er da ja bei mir ist er auch die ganze Zeit bei mir auch ja das ist ja fürchterlich er schreibt bei euch allen rein bei mir will er nicht reinschneiden oder warum auch ja moin ne jetzt hab ich schon wieder den Waffelkönig brauchen hier mit seinem Kurs bei welchen Drescher brauchst du abtanken du bleib stehen ich war gar keinen Drescher weil äh es war bis zum kurz und quer gefahren das fährt der Zug wieder zurück ich fahre vor und der fährt zurück weil ja weil du hier so nicht wirklich rein tanken kannst wahrscheinlich du kannst wahrscheinlich nicht so wirklich im Zug rein tanken äh Martin ne ich fahr nicht vergessbar alles gut kipp doch in die Kampelmulde ab wo ich da drüben steht hab dafür habe ich die da ok super ich habe alle fünf Striffs offen und selber alter Sack schreibt der alte Mann rein sag mal Polster was machst du eigentlich mit deinem Auto da das freu mich auch gerade ja mein lieber West I love you das das ist der Inverswagen ja ne da Kontroll war die Kontrollier nicht auf alle A-Welten West I want a big family with you äh dummy ja wieso habe ich gerade wieder Kopfkippe du weil ich gerade gekotzt hab Dirk hahaha hahaha wo kann ich denn jetzt abtanken bin leer oh ich bin auch ja nicht leer das ist falsch einfachste was hast du denn ein LKW oder ein Überlader LKW ja ich danke jetzt hier den Dirk braucht jemand einen Überlader worden Mr. Spock einen wunderschönen guten Abend Mr. Spock hi Mr. Spock ähm Mr. Spock hm hä Mr. Spock Mr. Spock ja ich ich bin jetzt voll Rainer Braun 9 Erbfahrer also bleib ich hier bei euch ach das ist René gut haben wir die Hälfte vom Feld schon nicht her jo alles gut glaube nicht ich glaube so hehehe ba da ba bin ja dritte Hüse ich fahr weiter so mit 10,20 kmh Uwe alles gut alles gut alles gut mhm ja Waffelkühe die kommt dazu hier Dennis ähm Leute ihr habt noch nicht mal ein Viertel ja also wenn ich so angucke was abgeerntet ist sind das ein paar Linien auf einem riesen Feld ja das ist mir ein Schandbrett ne ja das ist mir ein Schandbrett ne wie war das mit der Admin Motorsähe die Admin Motorsähe ja ich würde mal gerne in camera rein mein Röntgenfoto von meinem Knie rein halten das heißt ich war ja gestern bei der Untersuchung haben sie mein Knie fotografiert mein Knie sieht ganz gut aus wenn man sich auf dem Foto ausschaut jaja es ist alles eigentlich Soweit in Ordnung das heißt das ist auch ganz normal arbeiten gehen rené das die komplette weiter ohne stampfen die mieter sammelwasser ausgegangen heute heute nicht absolut nicht nur ich habe mich zurück bist du lehrt Aber naja. Oh Gott, das ist mir falsch. Oh, Bruder Karl. Jawoll, wie haben wir es vermisst? Das ist mir falsch, was hier drauf steht. Ich komme da hin, ich kann mich nicht. Alter, ich bin sehr. Ich gebe mir mal einen Kaffee und bin gleich wieder da. Ja, dann ganz links drüben. Das hört sich gerade so an, als wenn einer mit der Falle auch so schick mit Teil lang geschrampt. Nein, das ist nichts gebrochen. Ganz links, das ist doch ganz rechts, wo ich jetzt hin schaue, oder? So ein Spaß hatte ich schon 40 Jahre nicht mehr und nun alle ausziehen. Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Wie kann man so lachen? Wie ein totes Meerschweinchen. Was, wie totes? Wann können solche Meerschweine lachen? Hä? Wer hat das Abo wieder abgezogen? Da geht ja wohl gar nicht. Doch scheiße. Das war ja da wohl nicht mehr am Jokk. Du, ich kann ruhig bei mir bei Leute die Abos abziehen. Wie euch draus. Ne, 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 ne. Ja, das ist ja bei dir. Da müssen mehr drauf, da muss mehr drauf. Also bei mir ist eins weniger. Gut, Leute, klietst einen Daumen. Ja. Na Leute, alle, 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 alle. Kann man dann mal einer zu mir kommen zum Überladen? ich habe hier zehn eingeloggt ja ich komme da ganz hinten ich bin auch bei 90 prozent ja ich komm schon, ich komm schon Die Mimifikation des Streams hat begonnen, äh, ok Was ist jetzt los mit meinem Make-up? Was ist eine Mimifikation, bitte? Eine was? Eine Mimifikation? Nein, Mimifikation Mimimi! Ne, ist M-E, nicht Mimini Mimimi Wie war das schon, Jungs, wie war das schon, wenn Lenkradlampe im Dings leuchte, dann musst du den Traktor zurücksetzen, oder? Ne, M drücken Aha, ok, danke Oh, hier ist schon die erste Schwartablage Hol die Presse Willst du ja Ballenpresse anfangen? Wir haben nur nichts gut aufgemassen, danke schon Ja, ich wollte mal wissen, ob das funktioniert mit der Schwartablage Also, mit was bist du unterwegs? Die? Die LKW Ja Du siehst gut aus heute schon mal kurz Äh, ja Also, die gehört habe Kann nicht sein Höchstens als du Jimmy Donne gehört hast hier, das glaube ich Ja Ich bin auf dem Weg 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 Im Proge macht er nur mehr wie 83 eigentlich fährt so ein LKW in den neuen Sch Naja, ich stehe ja schon Und Prodach, wie gefällt dir der Johnny? Wie? Wie gefällt dir der Johnny? ja weißt du wieso dass sie so wenig abfahre weil ich immer auf der torte minifikation das kennen wir schon er habe ich hab schon blasen auf den händen der schöne produkte bei 99 handwechseln er sonst macht es wixen kein spaß sprichst du hast erfahrung nein wie kommst du da drauf nein dirk er hat sie bei dir gesehen lieber spielen als was alles zwischen der hände am besten auf der linken und dann mit der linken der text macht die fremde ich habe eine frage ich spiele so in dem sinne eigentlich kein fortheit außer wenn ich mal ein bisschen frust habe zum dampf ablassen nicht druck ablassen ja aber hier ist das ablassen oder druck ablassen hast du doch jetzt im w3 das ist eine lehrwaffe könig guck mal wird man vom teufel lag kommt der getrascht unser dirk naja wir fahren ja ich fahre mähdrescher und uwe fährt einen abfahrer aber das wäre doch was die jungs alle zusammen im aufbord gespielt ich weiß gar nicht was du hast ja auch kein jünger oder mw3 mw3 wäre schon mal ein bündchen ne und lindchen aber mw3 da müsste man eine ganz große lobby aufmachen ok was so stellt sich unter roland lasst das ist ja ein fahrer ist bist du weg man aber ich kann den gegenfragen glaubst mir gegen roland kommst du nicht an ich brauche noch 70 prozent gegen roland kommst du nicht an weißt du warum bei roland muss man ein gasalarm aus ich wusste nicht dass du weiter fährst ich dachte du bleibst stehen der ist ex geschützt was habt ihr für drescher irgendwie findet er den punkt immer beschissen der feld wird aus der reihe nächstes wochen der fort nächstes wochen in der fort nächstes wochen in der ls oder nächstes wochen in der ls 19 auf jeden fall agrar service durchhorn david brown 12 10 jawoll hallo ok ich hab nicht verstanden aber es ist ja normal hier oder nicht dirk fahr nicht zu weit weg ne der henning hat schon mal drin hennig wie viel hast du drin ja du fährst weiter und abtanken ja ja mach das mach das wollt ihr mich warte henning bleibt stehen ja warte ich komm da hin rhodax gib mir deinen samen nein ich hab noch zu wenig drin das ist auch eigen und renne hat nicht soll nee ich hab nicht naja du bist schon wieder leer ich bin du bist du bis vor dass die nächste länder wieder kommt und ich bin ein bisschen nur ganz ganz wenig ja ich bin voll ja kann ich auch nicht ändern mach mal ein ohr für den schmur ich gebe dir mal hin ich gebe dir mal hin wir sind mal zu fürieten aus deutsch das war ein ganz berühmter song von der fahrt auch hier aber trotz ich gebe dir meinen apfelsaft und was kann ich was ich brauche nein nein das jetzt was products muss auch samen sammeln für nicht die lkw nicht verkneifen du musst doch zurückfahren ich komme nicht weg wenn ich zu meiner hinterachse drin ich würde sagen wenn hennig mal fährt dann könnte ich nach uwe und uwe gibt alles vielleicht könnten wir das ja irgendwie machen dass die lkw es wieder irgendwo sich in der mitte des feldes an 18 ein finden und die abfahrer alle dahin fahren weil sonst fahren wir rum und suchen ständig die überladewagen bei deinem gleichen überladewagen bleiben dann findest du die auch immer richtig und so ist es schon besser sagen dass wir nicht gleich schauen sie mit der mädel ist schon drüben wenn er genau wo du um 18 ist freischneide und beim weg noch machen und dann ist dort einfach die lkw da treffen würde ich nämlich sagen das ist die mitte des feldes dann fahrrad ich war gerade mal im 40 der hat sich grad voll hoch gezogen ich wollte auch mal schneller sein wie du entschuldigung um jetzt wollen schaffst du aber jeden abend oder nicht auch dir wenn du wüsstest das will ich gar nicht wissen hallo karim mann hause jetzt geht das geschleimig wieder los hier achtung der schleim alarm 22 das macht aber von alleine ich habe zehn eingeloggt ja das ist eine leitung schon 19 2.000 ms so hohe millisekunden hast du schnippst danach vorne der obwohl du 10 km h eingeloggt hast das ist normal aus den anderen davon das ist die synchro genannt genau deswegen wie gesagt bei mir auf dem glas steht 10 km h und das ding fährt bei mir 21 das kommt daher weil das ding getunt ist chiptuning weißt du chiptuning zeig uns mal bitte den Anhänger von der seite aber man muss sich aber leute wenn wir am ende wenn wir am ende des feldes komplett angekommen sind und wirklich alles abgeerntet haben wir wissen was wir machen können das ganze feld wer als erstes weggeräumt ist hat verloren das lese ich jetzt mal nicht vor weil das so nicht stimmt hallo karin die foxes moin grüß dich ich hab jetzt noch 25.000 jetzt wird es eh interessiert jetzt wird es ziemlich neblig auf der karte ja 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 ich sehe auch gleich bei mir ist das schon eine halbe stunde neblig ich kann immer mitspielen server ist schon voll 18.000 sind noch drinnen der anhänger ist zu klein ja ich bin gleich wieder da ich sehe auch die gaube ich sehe auch nicht ich sehe auch nicht so jetzt bin ich meine leute an nummer dürfte ich nicht mehr auch oder woher bist du noch da ich bin noch da das ist schön ich sehne mich nichts mach das voll leider schon total ich muss auch nichts sehen ich brauch nur gerade ausfallen den Rest pack bei dreschen Holla kriegst du jetzt aus voll irgendwas kommst du wieder gegen die Angst Ich bin schräg hinter dir. Komm mal bei mich bei dir. Ich biege das lieber mal rein ins Feld. Bevor es knallt. Mach mal in den Spiegel. So, dann machen wir hier mal einen Platz. Aber Englisch ist immer wieder das Waffenkönig vor mir. Willkommen auf mich. Lauf vor Schlauuf. Lauf vor Schlauuf. Soll ich mit Beschleunigungswaffen? Mit Beschleunigungsstreifen. So ein Kreisverkehr mit Beschleunigungsstreifen. Ich habe aber auch 61.300 Liter, während du nur 31.000 Liter hast. Ich wollte gerade erwähnen, aber du hast mich ja gar nicht ausreden lassen. Was? Sag mal Thomas, trinkst du? Eine Million Liter. Nee, ich hab hier mein Wende. Hallo Karim. Hallo die Lettenträter. Viel Spaß beim Staubsaugergassi führen. Mirius, ich mache sogar zwei Server. Und zwar einmal einen Ü18 und einmal ein Freeplay Vigab. Wo ihr dann wieder alle mit Freeplay auf Jung, Alt, Schweizer, Bündnis operiert. Ich wüsst doch nicht. Ich wüsst doch nicht. Kann sich ja kein Leiden. Ich muss das im Kreis fallen. Einen U18 Server? U18. U18. OHH. Was wäre denn dort angepflanzt? Nackte Weiber. Nackte Weiber, Hanf, Koks? Da kann ich nicht mehr drauf. Mir fehlen zwei Zentimeter. Herr Robert, das war geil vorgestern Abend, ne? Ja, der Stream war echt der Hammer. Was? Kann mir mal bitte jemand sagen, wo ihr alle seid? Ich fahr hier hinter Olli, neben Rainer. Ich bin auf 18. Genau bei der Nummer 18. Genau bei der Nummer 18 sind wir. Dirk, Dirk, hoch bei der 16, da ist der Uwe. Bei der 18 ist jetzt Treffpunkt für die LKWs. Überladewagen, bitte. Wo stehst du, Jimmy? Noch hinten? Dass die Überladewagen einfach nur hier runterballern müssen. Äh, machen wir gucken. Ja, was du? Untergrat. Uwe, ich dreh gleich wieder direkt, ne? Ah ja, das werden wir gehabt. Ja, ich fahr mal kurz zu Jimmy. Jo, mach mal. Ja, ich hab erst 6% drin, also ich hab noch genug. Was, du weißt denn 6%? Alter, in einem Endzeit. Das ist ja der Freeplay. Also ich bin mit dem Flug entleeren, ja? So, tun wir mal. War mal jetzt wieder irgendwo nicht gut? Jo. Jetzt gehst du wieder hoch, dann. Oder fährst du zu Jimmy, Olli? Ja schon. Alles klar. Ist mir schon genug. Ja. Wir fahren, fahren nicht nur rein. Wenn die doch alle gehen, dann kommt. Der ist doch gut. Die PS umstellen. Ja, okay. Dann hab ich auch da stehen. Dann sollen die Überladewagen alle zu 18 kommen, hier stehen wir und machen leer. Genau. Nee, im Moment noch nicht. Ich bin noch leer. Und ich mach jetzt im Prinzip jetzt noch meine Spur hoch frei. Das heißt, ihr könnt hier dann hoch fahren, oben abladen, auf der anderen Seite runter fahren und so wie es Dirk gekommen ist, wieder hoch. Dann habt ihr einen geschlossenen Kreisverkehr. Genau. Ja. Dirk ist nicht ETS, wo du den LQW quer stellst. Galactica, lass mich doch einfach. Robert? Ja? Olli ist grad bei mir. Ja. Ja, ich bin noch nicht weg. Server Promen. Ü18 Server finde ich super. So werden Kinderschreibigkeiten im KM erstickt. Server, deswegen mach ich das ganze hier. Ich mach ja, wie ich ja gerade schon sagte, ein Freeplay, wo wirklich jeder wieder mitspielen kann, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und dann mach ich noch einen zweiten Server, der Ü18 ist, wo dann wirklich nur Erwachsene mitspielen und wir dann auch vernünftige Gruppen aufstellen können. Ihr wisst ja, es können insgesamt vier oder acht Gruppen spielen auf dem Server. Vier Gruppen. Vier Gruppen. Vier Gruppen, ne? Vier Gruppen. Vier Gruppen. Vier Gruppen. Vier Gruppen. Vier Gruppen. Eheweils mit vier Leuten. Genau, richtig. Und da möchte ich gerne ein Projekt starten, dass wir wirklich mit 16 Mann eine Karte komplett bewirtschaften. Deswegen, wenn ihr Bock habt, kommt einfach bei uns auf dem TS vorbei, schnacken wir darüber. Denkt dran, es sind nur noch acht Tage. Uwe? Ja? Wir unterhalten uns nachher mal, nicht? Jojo, alles gut. Du wachst, wenn du jetzt den Leuten aus Suus kannst jetzt Werbung gescheiten. Jetzt haben wir eine große Reichwelle. Marcel Galé, moin moin. Was wollen die Artine bedeuten? Ganz einfach. Wie verabschieden wir mit diesem Feld den LS17? Ja, wir spielen bald alle nur noch Pure Farming. Was heißt, wenn du da auch ein gemeinschaftliches Projekt auf dem LS17? Ja. Henry, Frau Marcel, das ist nicht der letzte System vom LS17. Sondern eine gemeinschaftliches Projekt auf dem LS17. Bis zum LS17, also die acht Tage, werde ich auf jeden Fall noch mal ein Freeplay weitermachen. in einer woche ist es oder wirst du nicht die glück haben 42 mit seinen tierne not geht auf seinen dings wenn ihr wenn ihr ein bisschen spenden würde das wäre auch richtig cool weil wir haben da ja einiges an aber da kann dirk ja mehr erzählen jetzt darf ich mich heute auch nicht untergehen das mache ich heute nicht weil das an mehrfach da lege ich mich heute mal ein bisschen zurück da machen wir morgen klar polter dein auf pad was mein auf pad dein auf pad das wort ergreifen meinte matze damit das wort zum sonntag sozusagen ich soll mal products und dirk schön grüßen von der renny reini gb 4 ja g 84 so entschuldige reinig reinig ist ein österreicher jetzt jetzt enttäuscht du mich dass du nicht einmal österreichische namen vorlesen ich habe eine frage wieso ist ein rohr so klein soll ich dass ein bisschen passieren damit es größer wird ist mir schlecht wir sollten doch so machen dass der lkw der was drin ist an an erster stelle steht ja ich wollte ich weiß nicht unsere lkw sind heute auch die schlampen vom dienst war ja so wieder eine weisheit von unserem roland ich warte hier in der ecke jimmy dunn der schlägt über das feld ich glaube er schiebt seinen drescher also hier sind sie auch gerade relativ wenig überladewagen oder dafür dass ihr eben immer so geschrien hat also ich habe mein überlader hier der ist gut im behalte ich ich bin meine auch zufrieden mit dem die unruhig behalte ich mein quoten aus sie kommt dann eigentlich gedüngt aber ich muss mich leider verabschieden ich habe noch ein bisschen real life war schön mit euch und ich würde mich freuen wenn ja alle beim nächsten mal wieder mit dabei sein was gut die europäische das können wir aber noch einen wieder mit aufnehmen oder wie ja ich möchte aber erst nicht du hast du sie noch nicht gekriegt was er in die komo was das ist das problem war gestern noch nicht mal einfach gerade aus vordruck aber in lk hast du oder ne hab ich auch noch nicht ich gebe dir ein gleicher moment jawohl ach das wird heute noch was werden wir wollen mal eben kurz gucken wie wir was schon abgeerntet haben nichts ich gucke auch gerade nichts nur nicht so viel ne ja das dauert ein bisschen dir das hat bei mir auch irgendwie eine minute gedauert gefühlt war es hat es hat so ein paar streifen drin auch ok grüß bitte das bananessende meerschwanzchen schöne grüße von karim an dem innenvodach ha 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 kann wo wie geht ihr da noch mit dem GPS jungs GPS kann sie jetzt hier knicken. Ja, dann fahr ich halt ohne. Junge, was geht der ab? Alter! Ha, 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 ha! Ich weiß nicht, wie lange es in der ganzen Kamera dabei bleibt, weil es da ist am Montag wieder 16er mit Michael. Und wenn nachher wieder einer geht, dann kannst du sonst mit einem Fingler, ja? Obacht, Uwe, ich fahr vor dir rum. Oh, okay. Robert, ganz einfach. Wenn du schließt, dann hab ich auch diese Töre, die hier unterhalten. Ja, ich sitz jetzt in Klaas, hier in Rheinland, Drescher drin, aber ich fahr halt ohne. Ja, Robert, wenn du, äh, hast du das GPS offen? Äh, eben nicht, ich weiß gar nicht, wie das geht, weil ich sonst immer ohne fahr. Wenn du jetzt linke STRG-Taste drücken und Numpad 0 dazu, dann geht ein kleines Fenster auf, dann bist du... Dann kannst du ja direkt abtanken. Dann wirst du die, äh, STRG, die linke Taste weiter gedrückt halten und schaltest, äh, wirst du das Entfernen bei Numpad drücken, was direkt neben Numpad 0 ist. Kart ist klar, ja. Dann fährst du jetzt, äh, zu dem Drescher hin, der in deiner Nähe ist und dann hast du unten links auf der Seite, äh, hast du einen Einkurfswagen. Da drückst du wieder die STRG-Taste, dass dein Mauszeiger kommt und dann klickst du auf den Einkurfswagen, dann übernimmst du den Kurs von deinem Nachbarn. Also von dem Drescher quasi. Und schon ist es fertig. Oh, hier ist ja keiner in der Nähe, aber dann sonst versuche ich eben hier selber einen Kurs. Hartrup Holzer, der hat den Original-GPS-Kurs. Genau. Da ist alles eingestellt. Was hast du ja gemacht? Wolltest du mal unangekuppelt fahren oder was? Der René ist ja auch noch mal drin? Ja. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen. Der René ist leer. Okay. Nur unser Heilwächsensystem drin. Ja. Und dann leuchtet es langsam durch. Vermittelt haben wir jetzt, oder? Alter, nebelt das hier, ey. Sehr schön. Voll geil. Wo treffen wir jetzt an der 18, ne? Ja. Das LKW ist immer an der 18. Dann können alle Überladewagen in die Mitte vom Zelteiern und dann ins Schick. Wo ist dein Polster? Polster ist da hinten? Na, okay. Dann fahr ich mal zum Polster. Dann musst du gar nicht mal sagen. Du musst nur grob in die Nähe kommen. Das reicht schon. Habt ihr keine Lust mehr zum Fahrerwagen? Ja, ich kann auch ohne fahren, aber... Was ist das denn? Hier steht hier ein Polizeiauto oder was? Wir haben Fahrer. Mit die Sattelzüge. Ja doch. Aber wir stehen sonst irgendwo am Rand. Das ist denen immer zu weit. Oder wir fahren rum und suchen ständig volle Überladewagen. Flupi! Moin Moin! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wenn ihr alle rechts seid, dann fahr ich zur Ruhe und dann bleibe ich auf der Seite, wenn ihr alle dort unten steht. Was? Wir sind nicht rechts. Ich weiß, dass ihr links seid. Du hast ja meinen Thresher übernommen. Ich melde die anderen Abfahrer, wenn die alle mit die LKWs in der Mitte stehen. Grummi, alles gut, wie das hier jetzt verkehrt verstanden. Ja. Mit links und rechts und so, ne? Was meinst du mit, du bist schlecht? Meinst du schlecht? Wenn du was meinst, ist das in Ordnung, falls du das meinst. So, ich schmeiß aber nochmal in alles wie es ein. Moin Moin auf. Liebe Zuschauer, denkt bitte dran. Unser Thomas Bolzer und Co aus Österreich. Ich möchte gerne in einem rosa Tattoo in einem Wald tanzen. Das Ganze natürlich in einem Livestream. Deswegen tut mir bitte alle eingefallen. Unten in Bambuha in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu seinem YouTube Channel. Bitte aber rüber gehen und dort ein Abo dalassen. Bei 550 Abos muss er in einem rosa Tattoo tanzen. Deswegen alle rüber gehen und Abo da lassen. Dann hat 360 Grad kommen. Oh. Ich soll meine Liebe. Dazu sage ich schon mal. Danke schön. Und dazu sage ich dann schon mal eins auf, wenn es bei mir im Hintergrund klopft. Ich wundere, mein Nachbar ärgert mich wieder. Und zwar 500 hat er schon über 500. Den Rest kriegen wir auch noch. Ach sicher. Holst du die LS19? FBR. Ich habe den LS19 vorgestellt. Alles gut. Wenn alles gut geht, werde ich direkt am 20. Nachts um, ich denke mal 1 Uhr, anfangen zu streamen. Und werde ich euch den LS19 schon zeigen. Christian, Moin Moin. Und du auch? Was? Und vor allen Dingen, wenn alles gut geht, werde ich direkt mit dem Multiplayer anfangen. Was? Das heißt, dass direkt alle mitzocken. Was? Die muss halt ja. Ja. Richtig. Das geht gar nicht. Nein doch. Die haben mir 3 Gase gegeben, dass ich direkt auf LS19 wechseln kann. Das ganze bleibt aufgestehen. Das ist eine Sponsoring. Das heißt, ich brauche mich bei Dornserver nicht mehr melden. Ich brauche nur noch auf dem Webinterface draufgehen. Ich brauche nur auf den LS19 wechseln. Wenn der LS21 da ist, brauche ich nur noch auf den LS21 wechseln und so weiter und so fort. Berührst du ihn raus an dieser Stelle nochmal an Dornserver. Vielen, vielen Dank. So, was hast du gesetzt? Wo muss ich draufdrücken? Bei Basics auf den Einkaufswagen oder was? Ja. Ähm. Komm mal da. Jo. Alles klar. Grüß Sie. Hallo. Seid auf Paltz. Seid auf Paltz. Seid auf Paltz. Jo. Interpolsch mit 100%. Äh. Mach hier. Ey, wer steht da. Das ist auch nicht so viel, Mensch. Und wie hier aktiviere ich das gleich auch noch, wenn ich reinfahre? Er hat das nicht schon bestellt, sag mal so. Ich hab zwei bestellt. Ey, ich hab eins für nichts das mitgestellt. Du musst STRG links und musst auf den Einkaufswagen unten links in der Tabelle klicken. Ja, das habe ich auch. Den Kurs hat er sich jetzt genommen. Aber wenn ich jetzt gleich losfahre und GPS anwenden möchte, das... Das musst du STRG und W drücken auf der Taste davor. Alles klar. Alles klar. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe zum Beispiel mir einen Joystick verlegt. Ich auch. Ja. Ich weiß das nicht mehr, ob ich es umgelegt habe. Ist schon so lange her. Was denn jetzt? Du hast noch ein Titus für mich, ne? Mein Navi ist kaputt. Mein Auto ist kaputt. Wie soll ich zu dir kommen? Ah, trinke ich davon gleich. Du! Lass mal. Meine Frau ist... Ich bin still auf der Toilette. Kannst du dir mal Selfie? Äh, nein, danke. Außer dem bist du mal hier. Bier. Toste weg. Hast du mal was anderes? Kassel? Äh, keine Ahnung. Wie schon nachher mal. Polter! Hm? Wieso? Vorbeifahren? Es gibt doch einen Postweg, oder? Ja? Dann sagt er es nicht angekommen. Ja, genau. Außer dem reiht das auch schon, wenn Thomas in Tütyp-Palt-Tanz und Rodax in Borat-Kostüm, ne? Das muss ja mit dem Wald. Wie das zusammen im Wald? Ja, natürlich. Amtiere. Was bei uns los ist, Christian, heute ist hier LS-17-Verabschiedungsparty quasi, sozusagen. Amtiere sind das ähnlich, aber... Heute ist mehrfach K.O. im Stream hier. Hier steht extra, ihr habt Tiere in Not, oder was steht auf eurem LKW da? Unsere Mission Tiere in Not. Genau. Du kannst das auch aus anderen Blickwinkeln hier sehen, Christian. Die X-Streamed, Prodax-Streamed, Polsar-Streamed, E-Streamed. Hoffentlich habe ich keinen vergessen. Wer noch? Dich selber hast du vergessen. Ja, bei mir selber guckt er ja schon. Mich brauche ich dann ja nicht erwähnen. Ja, aber für die anderen was bei uns gucken kannst. Du kannst das auch wohlgeben, dass du auch streamst. Ja, ich streame auch für die anderen, die bei den anderen gucken. Ja. Das geht überhaupt für den Mann aus Obgans Short. Ja. Ja. Also Leute, wer sich noch wundert, warum das jetzt Quotish drunter und drüber geht. Heute geht es eigentlich nur darum, dass wir einfach die ganzen Streamer, die sich untereinander kennen ins Büro bei Dirk, Prodax und ich, einfach gemeinsam mit deren Communities zusammen streamen, was wir einfach Spaß mal richtig haben. Ja. Ja. Richtig. Und die Schlauze, den haben wir heute. Mazza 8880, yay. Prodax und Borat Anzug. Irgendwo hört der Spaß aber auch auf. Okay, tut es halt. Ich stelle mir gerade Prodax. Ich stelle mir gerade Prodax. Ich stelle mir gerade Prodax im Borat Kostüm mitten in der City vor. Und die Weiber gucken dann, dat is Prodax. Krieg ich ein Autogramm? Oh, du wirst doch neidisch, wenn es so wäre. Nee. Weil ich gebe ja zu, ich bin kein Streamer. Nee, du bist eine Radioschlampe. Genau. Eine Lauschlampe, eine Lampe, ne? Ja. Ja, nicht wundern, dass der Klaas Drescher hier so schnell läuft. Wir stimmen hier auf einer Ami-Map. Da ist wesentlich weniger Saatgut auf die Fläche gekommen, ne? Wir haben hier mit Trockenheit zu kämpfen gehabt. Also ihr kann hier so durchpfeifen. Das verstopft nix. Und ja. Das andere ist ja, der Amerikaner wird auch nicht auf Qualität geachtet. Das Material muss durchmühen. Ja, nee. Dann schauen wir, wenn viele Änten wieder rauskommen. Ey, das stimmt schon noch. Ja, also Druschverluste sind noch nicht so hoch. Okay, das geht noch alles. Das geht noch alles. Hahaha. So, Promi, 1 Sekunden. Fährt eigentlich noch irgendeiner die beiden Rätscher jeden Mittag? Robert und den anderen? Weiß ich nicht, steht hier oben. Ich war gerade bei Bolzer und hab mal abgetankt. Jetzt bin ich noch mal kurz zu. Und dann fahr ich wieder ein und lerne. Dann mach ich die Runde wieder. Weiß ich nicht, soll die noch leer hier? Ja, ja. Wir fahren mal ganz nach vorne. Das heißt, wir würden hier noch einen Rätscher brauchen. Ja, ja. Du kannst nach vorne von hinten. Hahaha. Ähm, Polzer? Hm? Das von gestern Nacht, hast du das schon gemacht? Ach, nee. Boah, schau. Gut, dass du mir erinnerst. Hast du ein genauso gutes Gedächtnis wie ich? Ja. Noch besser. Dennis, ich hoffe, dass wir uns gut vergessen. Alles gut. Ich wollte dich nur dran erinnern. Gut, danke. Danke, dass du mir erinnerst. Dennis, klär mich mal mit dir auf. Was hab ich jetzt schon drauf gefragt? Ach. Privatsache zwischen Polzer und mir. Boah. Arschlau. Voll. Nee, das gehört hier nicht in den Stream rein, weil das wirklich eine Privatsache ist. Entschuldigung. Du, ist es. Das ist ganz was Privates, was Isai jetzt gut macht. Mit Dennis Habe. Was ist denn da? Ihhhh. Ihhhh. Ja, das muss ich bei euch behalten. Ja, du hast was mit Dennis. Komm, was ich? Ja, wir haben was miteinander Freundschaft und, gestern hat er sich gebückt, heute Abend bin ich dran. Also bist du also der Schrankmensch? Ja, nur heute Abend. Gällepulse. Sag mal, was ist heute Abend pass? Oder hast du es raus? Ja, ja, heute Abend bin ich dran, richtig. Was, dafür gibt es Gleitcreme bei Trockenheit? Ja, das stimmt was. Cool, meine Frau hat eine Feststellung gemacht, wir sind alle blöd. Kann ich dieses GPS, diese große Tafel jetzt links, wie kriege ich die auch noch ausgeschaltet? Ja, STRG und die Entfernen-Taste drücken, dann ist das weg. Alles klar, danke schön. Wenn du das wieder einblenden wirst, musst du dann wieder die STRG und die Entfernen-Taste drücken, dann kommt es wieder. Also bei mir ist das nicht. Dann hast du es irgendwie unbelegt, weil das sind die Standard-Kombinationstasten. Also ich drücke links halt und dann entweder M oder L bis es oben weg ist und dann ist gut. Wundert mich, dass Robert gar nicht seinen Namen alle Ehre macht, die sagen nur Hashtag Pausen Robert. Ich bin, Karin, ich bin voll im Stress hier, ich kann nicht. Der hält sich noch zurück. Aber du siehst ja, Karin, ich habe schon mal dezent auf den Mähdrescher gewechselt. Der GPS ist schon eingestellt. Ja, ich gehe nicht auf das lange Stück und dann brauche ich ihn nur laufen lassen. Oh Gott, ich brauche einen Abfahrer. Wie lange braucht jetzt einen Mähdrescher von einem Ende bis aufs andere Ende? Kann ich dir nicht sagen. Ne, 20 Minuten. Wir machen mit und finden Sie mich zurück von. Onkel Christian, moin moin. Ah ne. Wo ist das? Ja. Jimmy, wenn du mal wechseln willst, dann sag Bescheid. Alles gut, alles gut. Ich habe mir gerade noch frisch einen Kaffee gehabt. Hm. Bist du wo angelaufen? Äh. Prodax. Junghild. Moin moin. Wo soll ich ein Vorteil dir gegenüber, ne? Ich habe eine liebe, nette Frau, die mir den gebracht hat. Ah ja, das habe ich leider nicht, das wusste ich selber tun. Die Ecke ist richtig gut aus, das hat die gemacht. Ähm, Karin, den ich war, den hat Jimmy gemacht. Und die Ackerknechte, den hat Waffen so nicht gemacht. Aber Prodax, es ist ja klar, dass du den frischen Waffen holst, äh, Kaffee rutscht mit meiner schon wieder leer ist, ja? Hast du den Waffen mit dem Fehler? Hm, hm, genau. Ich könnte da auch noch wieder wieder gebrauchen. Ah, ich glaube, einen frischen Kaffee mache ich mir auch gleich. Nee, Paul, ich glaube, ich lebe mal wieder mit Zigaretten. Benedikt, bitte. Na, moin moin. Das ist eine gute Idee. Bist du denn schon in der Kirche gewesen heute Morgen, Paulser? Was ist denn das? Was? Du wirst lachen, ich darf die Kirche nicht mehr betreten, haben sie mir gesagt. Ja, hast dich bei der... Ich darf keine Feiertage mehr haben, ich darf nicht mehr die Kirche hingehen. Na gut, ich habe damit kein Problem mit dir, dem nicht mehr die Kirche. Oh. Horde gehen wir rein. Gott, an den Feiertagen arbeitest du ja eh, also was soll ich machen. Also, hier hat ich halt überhaupt nicht. Na ja, und weißt du, was wir machen, Paulser? Wir bauen dir eine eigene Kirche. Nee, Pauls nicht. Mit Herrgott kann ich mich eh nicht anfangen. Na, wir reden ja auch nicht vom Herrgott, oder? Voll. Ja, für was ist dann eine Kirchgott? Ja, rede. Ja, ganz einfach. Wir bauen eine Kneipe rein und gehen uns einsaufen. Ach so, Kirchenwein. Weswein. Genau. Alles klar. Ja. Und Dirk macht mit. Und Prodax auch. Ja. Und die Messer einfach kostet. Und dann wird es besiegen. Oh, Alter. Oma. Ja? Wie voll bist du? Merci. Er hat noch nicht getrunken, er weiß es noch nicht. Kann ich sagen. Weißt du, ich weiß nicht wie viel Promille er hat. Na komm, ich weiß es manchmal. Ich will hier mal voll werden. Du willst voll werden? Man muss tiefer in die Flasche kommen. 83% hat Polster drin. Sicher ist auch. Äh, können wir mal die Zeit etwas vorspulen, dass er neben mir geht? Nö. Nö. Okay, dann lass das. Nächster schaut schon wieder runter. Kann man die Map wechseln, wo so große Felder sind? Ja, ich könnte jetzt die Flasche kaufen, was mit Getreide angepasst. Ich bin so ganz und wäre hier vorbeigekommen. Könnte ich auch kaufen, Polster. Wäre gar kein Thema. 21.000 in etwa. Dabei, oder? Es ist ja keine Kuss mit den Geräten auf der Kornwelt unterwegs zu sein. Es wäre viel lustiger gewesen, mit den ganzen Geräten auf der Stappenbach unterwegs zu sein. Nö. 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 Auf der Agri OC. Das wäre interessant gewesen. Nö. Richtig interessant wäre es gewesen auf Shamrock Valley. Mit Verkehr. Der Verkehr kann sauber anders haben. Nö. Den meine ich jetzt nicht. Achso. Der Verkehr ist schon heavy. Ja. Wenn du die Agri OC nimmst, dann brauchst du keinen Trecker nehmen über 120 km. Jetzt kommst du um keine Ecke mehr. Polster, überleg mal. Shamrock Valley? Englische Karte oder irische Karte? Hm. Mit Verkehr? Ja. Ach. Die ganzen Steinmauern neben der Straße? Ja. Es gab, glaube ich, mal ein Album von den Dyer Strays. Das hieß Shamrock Diaries oder so, ne? René, alles da. Dann bestellen wir mal einen schönen Besuch. Bleib schön, Roland. Und alles Gute. So, ich muss jetzt aber meinen... Herr Co. brauchen, René. Lieber Ladewagenfahrer. Ich bin jetzt nicht in der unteren Hälfte. Ich arbeite nach unten. Was haben wir mehr zu tun? Wer braucht jetzt einen? Roland, bleib mal stehen jetzt. Nee, ich brauche meinen René. Ich will meinen René. Ich will meinen René. Daaa. Weil René bückt sich besser wie Dennis in dem Fall. Wieso wie ich? Bist du blöd? Das war Uwe. Ich bin rechte. Ach, ey, die ne, da. Schau auch. Mach's mir doch. Ach, naja, mach's mir doch. Mach's mir doch. Mach's mir doch, wenn's durchgehen. Wenn ihr gerade am Rauchen ist, mir auch noch schnell eine Pause. Ja, komm. Ich fahr da jetzt noch ein bisschen, da hab mal was. Geben mal diese Pausen, ey. Lege mal so langsam. ich war nur so langsam oder sonst wieder verstopft hashtag pausenpolster hier gehst du dich rasieren und bist immer noch leer alles klar wer ist bis später dankeschön auf jeden fall drück mal auf pause dass du schlafen kannst dann wirst du voll bei anderen klappt das auch da kriegst du wieder ladung das wäre aber beim interesse wir sind beim fless oh man leute hallo reinig willkommen reinig hier wirst du richtig vorgewiesen das ist ja wie bei polster wo falsch lesen tut platte 16 moin moin was ist denn beim ls 19 so als vorbesteller bonus dabei eine pudelmütze und trecker und war auch lieber wir haben uns das letztes schon mal genau bildlich vorgestellt was ist dann schon dabei ja aber in schwarz ich weiß nicht was er wieder so hat dabei ja natürlich was man zu und ube die drei prozent nehme ich jetzt noch mit zwei prozent soll ich ein bisschen schneller werden die die entwickler version also wir haben im moment auf allen 105 zuschauer das heißt wir brauchen noch mal 400 503 hast du gesagt? 253 Abos hat Polzi Also 252 Toll, hier vorne steht da unten noch jemand Aber Schade, hätte ich euch gegönnt Ja, ich würde es auch Nein, ich hätte die Version gerne gehabt Aber ja, nach dem Fakt habe ich versucht Dass ich eine Vorversion bekomme So wie die anderen Vögel, die jetzt in den nächsten Tagen anfangen Aber nein, leider gehöre ich nicht zu den Kandidaten dazu Sauerei Ist das denn los? Ja, man kann nicht alles haben Dirk Äh, nicht wirklich Man kann sich auch mit kleinen Dingen zufrieden geben Kennst du dich aus, ne? Ja Ohne klein Kleiner war fein, oder wie war das? Ähm, sag mal so, ich habe mal nachgefragt Ich war nicht unter den Kandidaten Meine Grüße, Shit happens Gibt Schlimmeres So ist es Dirk Christian, ob du das glaubst oder nicht Ich bin jetzt seit 2 Stunden hier im Stream Ich habe noch keine Pause gemacht Oh Gott, ich bleib stehen Der Poser, der macht auch 5 Minuten Pause Ja, echt? Alle 5 Minuten ist er weg Das ist kein Quasselwasser Oder ist das schlimmer? Äh, Marcel, das ist Quasselwasser Und da habe ich noch ein paar Düsen vor Keine Sorge Aber ich konnte mich heute so ein bisschen zurückhalten Weil wir ja mit mehreren Amts zu ihm sind Deswegen bitte nicht böse sein, wenn ich nicht ganz so viel Aber wie sonst? Aber ich lass den Klaas Medrescher eben hier kurz stehen Mit den Disco-Lichtern an Ich geh mir jetzt nämlich wirklich schnell mal einen Kaffee machen Jetzt habt ihr alle so viel von Pause geredet Jetzt ist kein Mini mehr zurückhalten Ich bin in 2 Minuten wieder da Ja, ne? Und Dirk kann man was erzählt Und zurückhauten Hahaha Dirk Äh, ja, kann ich Ich hab noch nie ganz Zeit zu holen Hey Leute, ich wollte es gerade sagen Dirk ist heute mal echt relativ leise Ja, das stimmt auch wieder Ich kann auch anders, wenn du wollt Aber nein, mach ich nicht Oh ja, die Godola grün Oh Gott Die heißt Godola grün Soll ich singen? Ja, singen wir mal grün Hahaha Los, Brodax, hau einen raus, wir wollen dich singen hören Warte, ich um die Nacht hat nur das der Tor Alles klar Roland Wunder geschehen Ich hab's gesehen, ne? Äh, Marcel Hashtag Pausendierk Äh, ja Aber wo wir gerade bei Pause sind Ich werde mich jetzt an eine Aktion inschlagen Und dann werde ich mir auch erstmal eben schnell einen Kaffee holen Du kannst dich auch rasieren gehen oder mit dem Hund raus So schnell sind die alle nicht Hahaha Wir kommen zuvor, dass wir werden immer weniger Drescher fahren Ja, die gehen alle Kaffee holen Gar nicht wahr Ich fahr meine Tour hier mit dem Uwe Wir sind Standort der Verein, ne? Du bist Standort der Verein, ne? Und du bist ja sowieso Standort der Verein Arschlo, ja stimmt Ja, das liebevolle Äh, ja Auf, Uwe Verzeihung So lieben Sie schon, ich um mir aber auch eben schnell einen Kaffee bringen Vielleicht wieder, ne? Jetzt hätte der Brummi mein Uwe gebumst Vorher war es mein Hahaha Tumatel vom Mensch Uh, entweder die Schlamme vom Dienstwerfer Ich sehe, werden die Akteure alle abgedankt, oder? Wer hat dich irgendwo gebraucht? Prodax Weil sonst lege ich mich auf eine Sonnebank Prodax Ah Wir brauchen dich immer, mein Freund Auja Wir haben dich immer so lieb Oh, mein Zweck am Haar Auja Beim Abdanken Aktuell ist es sonnig Soll ich hab' ich eine Sonnencreme spenden Ah doch schon Ja, wir haben uns auch schöne Sonne heute mal So, ich bin leer Ohja Nö, dazu kannst du mal mal kurz fahren Ich geh mal kurz verkleinern Beim Dach in der Rücken mit der Sonnencreme einschmieren Ich bleib' gleich drinnen im Träger Äh, im Vorstrich Also jetzt muss ich mal da so eine Runde schweißen Auf was seid ihr eigentlich am meisten gespannt bei LS19? Wie die Grafik ist Ob die Grafik das hält Ob die Grafik das hält, was die, äh Videos versprechen Ob sie endlich mal Blinker Animation eingebaut haben Oder ob sie es immer noch nicht geschafft haben Hä? Blinker? Blinker Animation in den Kabinen Ja, also auf das mit mir auch mal hoffen Dass sie langsam die Kabine mal ein bisschen mit Details reinstecken Genau Und so Tafu-mäßig und so Bei Spiele anständig zum Einstellen Ja Ja Das mache ich ja mit, mit das, äh, All-Grafik so, halt So Ein paar Features Das die jetzt auch vernünftig funktionieren Und das mal eventuell sogar ein Scheibenwischer funktioniert Ja das wäre auch geil Ja, das wäre auch geil Punkt, Punkt eins Frage ist, haben sie die Dächer dicht bekommen? Das war ja die letzte Frage, wo es bis jetzt noch nicht so ganz geklärt war. Punkt 2 ist ja der Punkt Multiplayer. Thema Multiplayer interessiert mich sehr, wie das jetzt Ganze gelöst ist, wie es es wirklich so getrennt, wie es getrennt sein soll. Wie ist es, wenn zum Beispiel Person XY ein Fahrzeug kauft, kann ich das Fahrzeug auch, wenn ich nicht in der gleichen Gruppe bin, benutzen oder nicht benutzen? Das wird auf alle Fälle eine sehr große, neugierige Frage. Thema Multiplayer habe ich definitiv sehr viele Fragen, wo ich aber noch aktuell keine Antworten habe. Das heißt, Multiplayer, das ist für mich das, was mich am meisten interessiert. Alles andere ist mir eigentlich wurscht. Ja, Multiplayer ist glaube ich für viele eine sehr große Frage momentan. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit den Gruppen funktioniert. Ob jede Gruppe ihr eigenes Konto hat. Das wäre schon mal ein guter Ansatz. Das Konto sollte einzeln sein, wie viel das ich weiß oder wie man bekannt ist. Aber eben, was ist mit Fahrzeugen? Wenn du jetzt ein Fahrzeug hast, in Gruppe A zum Beispiel, ich bin Gruppe B, kann ich denn dein Fahrzeug benutzen oder nicht, oder? Das heißt, wünschen Sie uns wäre es ja, dass ich das Fahrzeug nicht benutzen kann, beziehungsweise von dir es mieten müsste. Aber ich glaube, das geht schon wieder viel zu weit eigentlich. Ja, eigentlich ist das, die müssten sich ja nur mal ein bisschen was von den Modern abgucken, ne? Von den Skriptern sagen. Ja, oder zumindest die Modern wird mit dazu nehmen. Es wird ja, es geht ja in die Richtung, wie der Dings Multiplayer Manager ist, oder? Ja, ja. Aber, aber ich, zu dem Thema Multiplayer Manager muss ich aber auch wieder folgende sagen, dass der halt nicht auf jeder Map funktioniert. Das heißt, so eine hohe Bergmache, wo schon ziemlich gescriptet ist, gibt es Probleme mit dem Multiplayer Manager. Das ist ja wieder das andere, oder? Was, was los, Micha? Wolltest du einen Kaffee trinken, oder was? Ja, ich gucke mir mal deinen MAN an, der gefällt mir recht gut. Schöne MAN, ne? Ja. Was sicher, was gut gelöst ist, sag ich mal, was gut gelöst ist, dass wenn du Gruppen hast auf Multiplayer, dass jede Gruppe seine Tierart haben kann, bis sie will, oder? Oder jede Tierart, oder? Das heißt, du kannst viermal Kühe drauf haben, du kannst viermal Schafe, viermal Pferde und und und. Aber, wie gesagt, es ist, äh, es ist Faktor der, dass es halt, ja, Frage ist, wie ist jetzt das Ganze umsetzbar, wie ist das gelöst, wie wird das Ganze funktionieren? Und das Grafik... Ja, weiter. Ich sage so, grafiktechnisch, das, was in dem Video siehst, wirst du auf einem PC kaum hinbekommen, oder nur wirklich mit super guten PCs. Ja. Und die werden das so lösen mit den Tieren auf jedem Hof, äh, indem du diesen Hof nur als Basis hast, wo zum Beispiel irgendwie nur ein Haus steht, und den Rest musst du ja als, äh, als Land dazu kaufen. Und dann durch platzierbare Sachen, wie du diese Pferde, wie du diese Pferdekuppe, die Schweinestelle, Kuhstelle, alle, damit kannst du dir deinen Hof aufbauen, und dadurch kannst du auch die, äh, Tiere auf jedem Hof haben. Ne, das ist mir klar, das weiß ich, weil du kaufst ja nicht mehr Felder, so wie bis jetzt, sondern du kaufst Zonen. Ja, genau. Du kannst jetzt eine Zonen kaufen, du kannst eine Zonen verkaufen, oder? Wenn du kaufst eine Zonen. Und in der Zonen drin ist ja Feld, oder zwei Felder, oder, äh, äh, Rasen dazu, oder Wald, oder was auch immer. Und der Stück vom Wald, wo du gekauft hast, oder in die Zonen gehört, den kannst du eigentlich auch, äh, bewirtschaften, beziehungsweise Bäume absägen. Alles, was nicht in der Zonen ist, kannst du es nicht bewirtschaften, oder? Das ist mir bewusst, du hast ja auch fünf, äh, du hast ja auch fünf, äh, Texturen, wo du den Hof quasi beplastern kannst, mit, äh, Sand, mit, äh, äh, Asphalt, Beton, keine Ahnung, was alles dabei ist, oder? Also, die, die, äh, Bodenbeläge, die jetzt quasi auch zur Verfügung stehen. Aber das, was ich mich fragt, ist, ob sie auf die Reihe gebracht haben, dass man jetzt mal die Fahrsilos platzieren kann, und ob überhaupt die Pio-Gase platzieren kann. Da holst du halt einen Mod nachher, platzierbare Fahrsilos. Du musst ja erinnern dich, aber... Ja, jein, das ist die Frage, wie sie das gelöst haben, weil, die Aussage ist, du kannst dir deine Höfe bauen, wie du willst. Wenn ich jetzt aber ein Lohnunternehmen mit einer riesen, äh, Biogasanlage bauen möchte, muss ich mich dann an die, an die Standard platzierte Biogasanlage halten? Oder kann ich wirklich tatsächlich die Biogasanlage, äh, bei mir am Hof bauen? Oder zum Beispiel, wo es bei uns halt eben bei vielen Biogasanlagen sind, zum Beispiel, wenn ich den Skook hernehme, oder wieder nur auf die Biogasanlage, da sind eigentlich Milchkühe, Milchkühebetriebe, die was, äh... Sorry, Moment. ...und, misst und die Regüle da reinschmeißen und durchlassen, so. Das wäre eben auch interessant für viele Spieler. Also eine kleine Biogasanlage noch zusätzlich zu deinem Milchkühebetrieb, oder Schweinebetrieb dazu. Ja, und mich würde interessieren, wie sie das lösen mit den platzierbaren Sachen, dass die zusammenpassen. Nicht, dass ich, weil mir die Scheune gut gefällt, dann so eine, so eine Kack-Ami-Scheune da habe, weißt du, aus Wellblech, mit blauen Stahlträgern, und hab dazu aber ein Bauernhaus, was ins Westfalenland passt, oder ins Bayernland passt, wie das angepasst werden kann. Ja, stimmt, da gebe ich dir recht, aber werden sich wahrscheinlich direkt immer da rumgewandt. Ja, natürlich, du wirst wahrscheinlich hinterher wieder zig verschiedene Skin-Packs kriegen, um bestimmte Scheunen anzupassen. Ja. Mr.Potato, wieso bye-bye? Ähm, ganz einfach, wir wollen nochmal in einer riesengroßen Gruppe den LS-17 zocken, bevor der LS-19 rauskommt. Und wir sind mittlerweile, sind wir noch mit 16 Mann auf Karte? Ja. Michael ist dazu gekommen. Dir Kallo. Danke fürs Like. Na, Ober, das ist mit dir los. Ich hab mich verschluckt. Hau keine Kehle? Hä? Ja. Hau keine Kehle? Musst du mal ölen? Ja, ich bin gerade dabei hier. Kommi, ein Meister. Ja, ich bin ja schon dabei. Achso. Hast du denn so viel Zielwasser gehabt heute Morgen, oder? Ja, Onkel Bob, moin moin. Ein ganz neues Gesicht bei mir. Schön, dass du dabei bist. Und Mr.Potato, äh, PyTato ist auch hier. Schön, dass ihr alle dabei seid. Liebe Zuschauer, wo ich gerade so viele neue Zuschauer habe. Moment. Ähm, tut mir doch bitte mal alle einen gefallen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link von Thomas Polzer & Co. Österreich. Bitte einmal dort rüber gehen. Lasst ihm bitte ein Like da. Und vor allem ganz, ganz wichtig, lasst ihm ein Abo da. Bei 555 Abos, wenn wir es schaffen sollten, muss er in einem rosa Tütü im Wald bei einem Livestream den Schneewalter tanzen. Und das Ganze wollen wir uns natürlich nicht hingehen lassen. Deswegen, bitte einmal rüber gehen. Thomas Polzer & Co. Österreich. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bitte rüber gehen. Abo da lassen. Like da lassen. Da würde ich mich wahnsinnig zu erfreuen. Und wie gesagt, wir wollen uns das Getanze nicht hingehen lassen. Und zur Musikunterstützung, wenn er da tanzt, da gibt es ein Glaselwein von, aber in der Version von Helge Schneider. Version Place. Moin Moin. Wird LS eigentlich immer zum Release geliefert oder wie bei anderen Dingen schon am 19 bei Vorbestellung? Und Flex der Abo bei Polzer. Version Place könnte sein, wenn du es schon am 19 bekommst, wenn du bei Amazon vorbestellt hast. Da musst du aber gucken, da möchte ich euch nicht versprechen. Aber im Normalfall bekommt ihr eigentlich erst am 20. Manche Einzelhändler haben es auch vorher schon, wo du es unter Nachfrage vielleicht bekommst. Aber du darfst es dann nicht öffentlich machen, weil sonst bekommen die richtig Ärger. Richtig. Und wenn du deinen Einzelhändler nicht trauen möchtest, behältst du es dann auch für dich. Du kannst sagen, ich habe es, aber nicht sagen, woher. Richtig. Der Onkel Bob, danke schön, dass du bei Thomas abonniert hast. Und er schreibt gerade, er hofft, dass du das auch machst. Oli, ich gehe mal auf eine andere Seite rüber jetzt. Das ist mir der Weg zu lang. Und du musst es machen. Marcel, nein. Ich werde mit Sicherheit nicht in einem rosa Tütü tanzen. Nein, wenn dir in einem Tütü tanzen musst, krieg ich dann ein blaues. Ich tanze im Gackern Tütü, ich kann überhaupt nicht tanzen. Danke für dein Abo. Oli, danke für dein Abo beim Polzern. Bin echt gespannt, wie Alice 19 wird. In der Version Plays sind wir alles. 506 Abos bei Polzern. 9402go. Richtig. Dennis, was wolltest du folgen? Uwe, nach der Hunde bin ich mal eben ganz kurz austreten, ja? Ja, ja, alles gut. Ich bin aber nicht so laut. Nö. Das heißt, wir brauchen heute Thomas noch 47, aber 49. 49. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir die heute noch schaffen. Hm. Wenn wir die heute noch schaffen, muss er das sogar noch vor dem Januar machen, ne? Ähm. Aber das ist ja langweilig. Im Moment ist er noch richtig warm. Ja. Ja, ey, Leute, komm. Ich hätte schon die Arme Polzer. 56 Grad. Jetzt mal ohne Scheiß. Der arme Polzer kann doch froh sein, dass er es dann noch im Warmen machen darf. Ja, ich hätte schon gerne im Januar gesehen, wenn es so bei Minusgraden und 20 cm, 30 cm, neuer Schnee und so. Für euch Deutsche ist es vielleicht kalt. Der ungewöhnliche. Hahaha. Was sagst du, die Österreicher haben da mehr so die russische Mentalität. Da wird es jetzt aufs Minus 30 Grad gemütlich oder was? Hahaha. Wir haben ja noch am wenigsten neuer Schnee, anderthalb Meter. Ah. Jo. Kann schon mal passieren, dass wir Vitamin aus 25 Grad haben. Dann will ich dich aber in deinem rosen Titus tanzen sehen. Madonna wirst du ganz schnell tanzen. Hahaha. Wie schnell er zu seinem Warmen wird. Äh. Version Case. Das ist die Kornwelt. Das ist ein Feld. Das Feld 18 mit 600 und 1 Hektar. Und die Nachbarn werden meinen, dass die Weihnachtsglocken schon läuten. Der Langemitte. Prost dir. Prost. Dankeschön. Und hier doch. Ls11 kommt noch. Danke für das Abo beim Potsdam. Die Abfrage ziehen wir auf jeden Fall noch durch. Und dann kommt ja schon der Ls19, wo ich ja auch den Freeplay Server habe und den U80 Server habe. Ich brauche Abfahrer. Abfahrer? Ja komm, da bring ich weg ey. Da warte ich nicht drauf. Promi? Entschuldigung, dass ich mit dem Zug so langsam bin. Fahr doch schon 120. Wenn du leer bist, kommst du dann mal zum Uwe? Ja, mach mit. Ja, bitte. Ich bin komplett leer. Ich stehe an 18. Promi? Komm mal zu unten. Ich bin gleich voll. Wo seid ihr? Äh. Oben Kopf 16, Dirk. Bei der Tankstelle. Promi. Promi, du darfst. Äh. Äh. Da. Wo bin ich denn jetzt wo? Hahahaha. Wolle drauf. Bin nicht mehr lange da. Alles klar, Marien. 55% hab ich noch. Ich dachte, wir sind nicht sofort, ne? Äh, ja. Ja. Ne, ich würde sagen, wir zwei machen wir da oben. Das ist noch eine schöne Departee weg, oder? Holla bleibt stehen dann. Wer hat denn gerade einen Trailer gemacht? Den hast du nie gemacht. Du hast jetzt nur einen Abfahrer, das ist zwei Abfahrer. Komma, boi. Moin, moin. Das ist die Kommelt. Ne, den brauch ich ja eh. Und ich bin gleich voll. Äh, das heißt, wenn ich was spende, bekomme ich das Tiere in Not, oder wie verstehe ich das? Ähm, der Onkel Bob. Ja. Und zwar sammeln wir für Tiere in Not, und zwar Tierheim, Leibhöfe, etc. Ja, ja. Wenn auch du uns unterstützen möchtest, guck dir einfach mal unsere Videos an. Von der Leitübergabe, und, 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 und. Also es sind schon so einige Videos gekommen. Wir haben insgesamt jetzt seit einem Jahr und drei Monaten insgesamt 16.000 Euro für Tiere in Not gesammelt. Was richtig geil ist. Und wenn du dich dafür interessierst, einfach mal Ausrufezeichen 4er eingeben. Dann findest du unseren Link für unseren, den Link zu unserem Donation Link. Hört sich das bescheuert an. Wo du dann dementsprechend unter Paypal, ID, Filidcard, PaySafe, und, 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 und spenden kannst. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den kleinen Haken benutzen würdest. Dann übernimmst du auch die Überweisungsgebühren. Was für dich als einzelne Person wenig ist für uns, für unser Projekt, wirklich in die hunderte reingeht. Wir haben es ja bei den letzten Male schon gesehen. Da hatten wir ja wirklich Überweisungsgebühren. Das war Wahnsinn. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du auch den kleinen Haken benutzen würdest. Oder es hat ein Foto geteilt. Ausrufezeichen Sturm ist nicht mehr drin, Jupp. Momentan ist noch das Tierheim Dormarien drin. Da werde ich euch aber brauchen, in meinem Kaffeeklatsch noch was zu verkünden. Da hat sich nämlich was geändert. Aber, Onkel Bob, du kannst von aus, dass alle Spenden, die bei uns reinkommen, zu 100% an Tiere notwendig. Jörg, einfach umdrehen, hörst du rum. Da war keiner. Doch. Ich bin schon da. Ja. Gut, Premiere ist los. Habt ihr euch den versteckt? Nein. Da, wo der Imbisswahn besteht. Richtig ist das so. Danke schön, dass du da warst. Benedikt, schön, dass du da warst. Ja, kann ich mir mal eine Scratch machen? Ja, mach der. Warte. Oh, ich bin halt hier. Äh, äh, äh. Werde ich das unterstützen? Ich bin das echt super. Onkel Bob, guck dir einfach mal unsere Spendenaktionen an. Wir waren gleich bei Notfälle Kunterbund in Randerath. Wir haben alleine 8.500 Euro von uns bekommen, dann waren wir bei der Mono-Range in Heinsberg. Wir haben 3.500 Euro von uns bekommen. Wo seid ihr bitte? Rechts. 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 Und dann waren wir noch mal mit ihr, die haben auch 1.500 Euro bekommen und 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 und. Also es geht wirklich zu 100% zu Tiere in Not. Ich bekomme überhaupt was zu Weihnachten. Jupp. Joll. Kann mal bitte einer die Nebel ausmachen, ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Ach Lelle, es ist wirklich ein paar Leute. Halt doch mal die Nebellampe. Dann hast du schlechtes Bildschirm. Du hast den Alpohol ausbekommen. Dann hast du den Alpohol. Hier, du brauchst eine Stirnlampe, dann siehst du was. Finde ich echt klasse. Alles klar, auch gebot. Ich habe auch noch ein gebot. Wie gesagt, wenn du dich mal erkundigen möchtest, guck mal die Live-Übergaben an und die 1.000 Euro. Sofort-Übergaben und, 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 und. Oh Gott, ich brauche erst mal Premium bei dem Upload. Na, dem dauert ja 4 Stunden. Okay, noch 48 Amos. Okay, laut Bad Prodach. Äh, Bad Prodach. Ich hoffe, Bad Prodachs auch. Liebe Zuschauer, wenn ihr euch noch andere Streams angucken wollt, von Lisa Belli, Einfach mal Ausrufezeichen, Robert eingeben, Ausrufezeichen, ah ne, Rainer ist nicht mehr dabei, ne? Ne, Rainer ist nicht mehr dabei. Ausrufezeichen, Robert, dann von unserem Prodachs auf Twitch, einfach mal unten in der Videobeschreibung reingucken. Dann, von Thomas Bolzer und Co. unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu seinem Kanal. Und bei Thomas ist es ganz wichtig, dass ihr ein Abo dalasst, dass wir seine 555 Abonnenten zusammenbekommen, dass ihr in einem roten Tüten tanzt. Abloh für 8,5 Stunden kostet, äh, glaube ich, 500 Euro. Okay? Äh, genau. Ausrufezeichen, Robert. Und Ausrufezeichen, Doc, richtig, da findest du den Link zu unserem Donation-Link, wo ihr dann dementsprechend zocken, äh, spenden könnt. Und wie ich ja immer sage, es muss nicht viel sein, 1, 2 Euro, ab 3 Euro gibt es ein Sack Rockenbutter. Zockt ihr auf PC oder PS4, der Onkel Bob, wir zocken auf PC. Meine Güte, ich fang schon wieder an zu sammeln, merkt ihr das? PCC4. Das kennen wir ja nicht anders von dir, Dirk. Das kommt kaum zu Wort, den komm ich auf YouTube. Ich vergesse, das zu holen. Äh, hast du so, Bubi, Moin. Hast du, hast dich die ganze Zeit gemutet, Brodachs, oder was? Ich mute mich immer wieder, ich auch so. Ja, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Tante Dirk so viel redet, du weißt ja, wenn die Frauen loslegen, dann kommst du gar nicht zu. Äh. Kann mir jemand diesen Donation-Link per HTS schicken? Danke. Moment, ich versuch's mal. Weil die Tante Dirk, das ist wie eine Nähmaschine, oder? Trampelst du los? ja hat sich gerade so gut gepasst da mussten müssen wir weniger quatsch du solltest ja auch nicht ein bisschen lauter machen das habe ich dir schon oft gesagt ja wie oft soll ich noch werden da bin ich auch mal was ja micro sollte vor dem mund und nicht im mund sein und lass doch mal unseren holand aussprechen er war es schon so lange ich genieße ich genieße dass ihr so viel labert da muss ich weniger obwohl ich würde schon ich muss ehrlich sagen es fehlt mir irgendwie so ein richtig so ein richtig wie soll ich sagen dazu also richtig seriöser stream oder wir machen nur seriöses das heißt eigentlich wirklich mal was ja wirklich immer was seriöses zusammenbringen wir haben heute in den zwei stunden nicht seriöses zusammengebracht oder ja ich glaube bis vorhin diese zwei mal was wir mal ls 17 angesprochen haben jetzt einmal ls 19 das hat gepasst oder das war jetzt ganz kurz da wo du steckern wo ich was ich bin mir gar alle so dran gewöhnt so unseriöse streams zu unterhalten ausgerechnet du nicht der haut oder klamotten aus der pola die bäume in dem satz den du gerade gesagt hast den fehler jetzt ist aber ganz schön ich sag nichts dazu manchmal ist es ratsam nicht zu sagen ja der für die die manchmal ist wirklich besser zu schweigen oder was zu sagen so ich habe euch hier zehn euro zukommen lassen und bei mir laufen schon weihnachtslied oder die 244 abos bis zu den 2500 ich bin jetzt auch mal frech der baum aber werbung was machte dirk dass ich glaube ich glaube ich glaube mit 2.500 abos mit rosa Borat muss nicht mehr rum, oder? Äh... Naja... Ja, können wir es ja anders machen. Wenn wir Dirk heute in die 2-5 knacken, dann macht er das Feld noch alleine fertig. Ist klar! Ist klar! Aber den bitte mit Ballen pressen. Ich weiß gar nicht, ob ihr wohl den Schuss nicht gehört habt. Und die fliegen dann wieder schnell noch neue, vor allem die Simulator-Challenge. Und die fliegen dann wieder schnell noch neue, vor allem die Simulator-Challenge. Die Fliegen extra ist die... Das macht sich besser. Aber du hast es. Die Abfahrer? Oder... Noch ein Rückweg? Äh... Nein... Der Dirk muss es dann pflügen mit dem Einscharpfen. Gleich! Äh... Mit dem Pferd vorne ist was. Aber der Dirk kommt gerade runter. Der Dirk trägt im Borat-Kostüm-Zeitung aus. Der Dirk ist es drauf und es ist kalt. Das wäre geil! Oder hier anfählen, Zockerrohr mit dem Einsparer. Die würde ich extra frei nehmen nach Deutschland fahren und mit Kamera aufnehmen, wenn der im Borat-Kostüm... Großer roten Borat-Kostüm zu der Zeitung ausdrängt. Das wäre sowas von geil. Aber ich habe ja einen Vorteil, ne? Ich trage ja mitten in der Nachtzeitung aus. Das sieht ja eh keiner. Das sieht ja eh keiner. Richtig. Und die Schweine und Kühe wollen halt auch nicht sehen. Glaub' man, wenn man das mal richtig quitteln fragt, dann sieht man das trotzdem. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wieviel Einwohner plötzlich das Dorf danach hätte. Da würden alle auf der Straße stehen und dich anfeuern. Sponsorbox. Da bin ich schon wieder nach oben. Ach, Audiletten-Träter. Meinst du so eine Videobeschreibung liest überhaupt jemand? Wie oft habe ich im Titel stehen, auf welcher Map ich streame und dann fragen mich 20 Leute auf welcher Map ich spiele. Deswegen schreibe ich schon gar nichts mehr. Meinst du, ich sollte das mal wieder machen? Ja. 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 Welche Map spielt ihr? Map, M-E-B. 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 Ich kenne solche Fragen gar nicht. Ne, ich weiß. Ich weiß. Du hast mehr das intellektuelle Publikum. M-E-B. Ja, darum bin ich auch unter die Ölzeit geboren. M-E-B. Ich bin ja auch auf dem Weg, seriös zu werden, aber irgendwie... M-E-B. 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 wenn ich sie hätte würde ich es definitiv machen das ist die neue map von pure farming job also leute alle was ihr zu zuschauen schauts rüber zu dir und zwei abos fehlen noch aus die zwei rennen haben die 250 voller das fällt allein nicht gehen mich auch dass er heute noch im wald geht und mit seinem tüttü den schwarntanz aufführen muss bei 555 ne es wird für mich da geht nichts mehr mit der künzige alexander w h wachter oder öffnet man einfach so ein ls stream und deckt seinen eigenen counter cool alexander ist er von mir okay ich habe ihn von jemand anders bekommen und alle neue abonnenten danke bitte ein abo bei polzei lassen hier genau ja genau die leitrede ls 19 mehr preview genau klar was 2499 hallo doppelig willkommen ist es ist von mir ja alexander w h wachter alles klar was ist von ihm den counter den ich oben drin habe okay der counter der macht ja sehr schnell füße ja ganz schnell füße bei mir steht 2500 abonnenten nein jup noch 2000 sind 2499 aber ich weiß auch ganz genau dass alles für mich nicht wichtig sind sondern unsere aktion tierenot das ist viel viel wichtiger entschuldigung products dass ich nicht unterbrochen habe kein problem das ist aber so wenn man halt den counter in der dings in discord von farming simulator ein postet und der product dort reinschaut nachdem man kaputt der wird immer die performance die performance obwohl thema obwohl zum thema eben zum thema ist dort vom farming simulator dort gibt es manchmal sehr sehr interessante themen der war ich noch nie products aber da muss ich ja auch mal ich habe ja heute schon gesagt ich kann es nur von mir reden ich habe zwei gegen server eingesponserten und den anderen schauen wir mal ob der gesponsert wird oder nicht es werden beides und dementsprechend gibt es einmal bei mir das heißt es darf jeder mit zocken auf jung alt schwarz weiß bunt blau kariert das ist vollkommen egal wie ich ja immer sage wir haben keine vorurteile gegen irgendwelche leute ob man sprachfehler hat oder ob man körperliche gebrechen hat oder ob man einfach nur ganz normal ist es darf wirklich jeder mit zocken dafür sind wir auch bekannt ansonsten auch noch ein 18 server aufbauen wo wir dann auch zusammen zocken können aber da muss man halt dementsprechend über 18 waren beim anderen ist komplett alter zu grenzen frei ja bei mir darfst du nicht so mit sorgen hier bei mir muss man sich erst bewerben dreifache ausführung steuernummer kontonummer ja richtig richtig ich kenne dich erst seit gerade erst aber mit dem zelt eine einstellung mit den tieren alles echt cool dankeschön vision placer gleich meine gute heute habe ich es auch gerne namens aussprachen so ein halblinne wie tut mir weh habt ihr es geschafft hier mit zu zocken ja fangen wir wollen diese tausende rieter habt ihr jetzt schon im lager keine ahnung ist auch egal bin weit über 18 onkelbob dann bist du bei uns genau richtig wenn du genauso bekloppt ist wie wir wir dann einfach ausrufe zeichnet jetzt angeben damit ihr und deshalb hier angezeigt dann gehst du mit dem wasser eingangs halle ja stimmt die macht der gewohnheit ja richtig und ich habe ich kann noch mal ausrufe zeichnet es angeben da bitte unser tss angezeigt da werden wir dann ab morgen wieder sein heute sind wir bei thomas auf dem tss deswegen wenn du mit socken möchtest einfach eine neue community ausrufe zeichnet es angeben dann wird ja alles angezeigt und das machen wir morgen was denn jetzt auch was mit verschiedenen höfen ich habe so geplant dass ich den free play in deutschland beziehungsweise auf der europäischen karte und das projekt auf der amerikanischen das ganze wird natürlich auch gestreamt wie gehabt und dann bekommst du weiter drüber und auf welchem server wird der pferdemetzger sein wir arbeiten ja schon lange an dem mod für die pony breterei aber bis jetzt ist noch nicht so richtig funzen dann kommt direkt habe da sieht man mein zug oder vollkriege fahrt 2018 ach so du kannst gar nicht und da hörst du dann hörst du dirk nachher im stream singen heute geritten morgen mit flitten war dann nix hallo gringo luko hola hallo robert und seine freunde im chat hallo gringo das dinge hat durchsatz äh der läuft wie nur weg hier herr klas bei uns läuft ich sitze auch nur in der unteren hose im traktor Hahahaha Boah, Brot hab ich das gerade gegessen Hilfe! Ich bin gegen meinem Willen hier drin! So und so sieht's aus Ich hab mir noch Zöpfen geblechtet, ey Hahahaha Schnell weg, ey Ich sag jetzt lieber nicht, wo er sie gemacht hat Äh, richtig Wohin brauchst du einen Abfahrer? Nee, ich hab erst 42% Ja, es gibt ja nichts über ein schönes, gesundes Gemüse im Garten Uwe, was? Ich zieh jetzt mal Vollgas durch Jaja, mach das Hast du Vollgas mit Zwillenfluss oder was? Ja, so um den Reh Kann ich ja eigentlich meinen Sempermort auch bitte losbauen Oh, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz Algenwerbung machen Sorry Micha, ich hab Vorfahrt So und, die Schranken sind da runtergegangen Jetzt muss ich noch einmal kurz Algenwerbung machen Und zwar, liebe Zuschauer Den 8.12. solltet ihr euch im Kalender schon mal rot ankreuzen Da wird es wieder einen Sonderstream bei mir geben für unsere Aktion Tiere in Not Was da genau passieren wird, werde ich euch noch nicht sagen Aber, wie ich ja gerade schon sagte, streicht euch den Termin 8.12. schon mal im Kalender an Und vor allen Dingen, achtet ab nächste, übernächste Woche Mal bitte auf meine Streams Achtet mal ein bisschen im Hintergrund oder was ich in der Hand halte oder sonstiges Wie gesagt, es wird einen Sonderstream geben Solltet ihr euch nicht umgehen lassen, ist für die Aktion Tiere in Not Und wir sehen, was du in der Hand hast oder? Hallo Thoralf, willkommen jetzt reden Ich muss mein Spiel neu starten Ich muss mein Spiel neu starten Hallo Thoralf Ich sag mal so Jimmy hat den Traber verlassen Jimmy? Jimmy kommt zu Schaden wieder Jimmy kommt zu Schaden wieder Ah ok Das ist wieder die LKWs Ich kann nicht mehr ins Spiel reinnehmen Was? Und hallo Thoralf Der spielt sich jetzt gerade mal eben kurz an der Hose Ihhh Boah Das ist doch bei der Ramona Das ist doch Ramona zuständig, dass man bei ihm an der Hose rum spielt oder nicht? Ich hatte ja gedacht, Waffenkönig lädt schon langsam ab Doch mal, danke Aber Ende ist ja noch langsam Ja, 20% kannst du kommen Ich bin schon da Wir scheinen wir auch lange noch mal gehen, wenn wir beide den Trailer haben Rachenhaus Moin Moin Vielleicht kommst du in Grupparty Mir egal, ich will auch nicht schienen Dann können wir in die Duschen gehen Probier sind die Platz für irgendwelche Stellen, du Kriebel Ja, du musst doch eh hierher, wieso soll ich ihn da zu runterfahren? Vielleicht tut er ja den Jürgen Gürgen Ähm, Onkel Bob, das wollen wir gar nicht wissen Ich glaub, Onkel Bob passt zu uns Du meinst wohl Mini Macaroni Mini Macaroni? Ja Mini Chibi Dafür bist doch du zuständig, so Für Mini Macaroni schon Nein Daniel LS18 Player Tag Robert Hallo Daniel Hallo Robert Moin Moin Oh Michael, hast du auch gerüstet? Hä? Wie? Drei Monitore? Psycho? Psycho Party Psycho Party Psycho Party Psycho Party Ich bin krank, okay Ich bin krank, okay Ich bin krank, okay Er packt immer so Hals, was er kostet Er packt immer so Hals, was er kostet Er spielt fünf Mutter Handflächen mit ihren fünf schönen Töchtern, ne? Äh, ja Cherry Cherry Lady Ha, du Scheiße Gutes, gutes Lied Cherry Cherry Lady Sing doch doch selber Wenn ihr Streff mit Russen habt, dann müsst ihr einfach nur auf den Token spielen You have my heart, you have my soul Boah Boah Ben 3.000 Ben 3.000 Dann wird Der wird Der wird Der wird Fehl Ich sag nur Fünf Runde, ne? Für Willi Was? Willi gegen Willi? Wo? Fünf gegen Willi, ja Ich musste grad sagen, das war auch witzig Willi, go Ja und Willi gewinnt, weil er Spock den hat Der hat in einen Rückwärtsgang reingemacht Witteschön Danke typisch nicht verheiratet prinz stachelbär das hier ist die kornwelt das ist ja also es war mal die größte karte auf jeden fall ist es einer der größten karten das ist 16 fach mehr so schnell verschleißen ja 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 ich muss sagen Also, Delver streamen und zubuchen, wie der Bruder gesarbeitet, macht auch Scheiß. Was? Durch den, durch den Druck. Guck mal, Priss Stachelbär, wenn du hier die große Karte auf A9 aufmachst, dann guck mal auf den Punkt. Ich fahr jetzt mit 20 kmh hier, also auf der Karte sieht das aus, als würde ich stehen. Du kannst ja mal auf ne normale Karte gucken, denn hier, also ist gewaltig hier der Maßstab. Testa, moin moin. Hallo wildschöner Dirk, wie geht es dir? Du hast die richtige Wildgröße zum Verlieben. Testa, warte mal. Nein, tu es nicht. Zu spät. Ah, Polster, ja genau. Mach aus, bei mir haben wir einen Platz geformen sind. Danke Galactica, das lese ich jetzt mal nicht vor. Oh, der Platz geformen sind. Dirk, mach aus. Jo hat ja gerade einen Link hier reingestellt, geht mal alle rüber zu hier zum Thomas, zum Polster. Wie gesagt, wir haben eine Wette am Laufen. Und ja, wir freuen uns alle, wenn er im rosa Tütü durch den Wald tanzen muss. Geht mal rüber, lass ihn mal ein Abo da. Hallo Heini Streams. Hallo Heini. So viel Tü. So, Waddon, ein Abo brauchen wir nur noch bei uns am Dirk, 42, dann haben wir auch da die 2500 geknackt. Thomas, kannst du mir aber bitte Gesprächsleiter geben, dass ich Dennis übertönen kann? Nein, schaffst du nicht. Weil ich kann lauter wie du. Äh, gern die gerne, kein Thema. Und außerdem, und außerdem habe ich dann noch einen Prodax, der mir auch dabei hilft. Gille Prodax. Oh ja, Baby. Aus. Brauchst du meine Hilfe? Und einen Polster habe ich auch noch, der mir hilft, also von daher. Ich helfe dir sehr gerne. Oh, komm her mein Schnudogelhasi. Oh ja. Machst du mir Hilfe? Alter. Und wenn ihr das mit dem Ause mehr so nötig hinbekommen wollt, fragt mich nicht. Hahaha. Hahaha. Mir kommt gleich das Schnitzel wieder hoch. Hahaha. Ihr habt es nicht anders gewollt. Super Dirk, super. Oh, Heini, danke. Willkommen bei Polster. Ich liebe Klawusterbeeren. Dankeschön für dein Abo. Cool Heini, danke. Da ist das 2500. Abo bei Dirk42. Herzlichen Glückwunsch Dirk. Das heißt, im Borat-Kostüm wird ihr streamen und singen. Alles klar Dirk, ich freue mich schon drauf. Kochhi. Und liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank für 2500 Abonnenten. Es ist wirklich krank. Dass überhaupt so viele Leute bei mir abonnieren, vor allem bei diesem Blödsinn, den ich mache. Ich mache nichts Vernünftiges, aber ihr abonniert mich und es ist Wahnsinn. Ihr wisst, das Ganze ist für mich nicht wichtig. Die ganzen Abos für mich sind wichtig bzw. ist wichtig unsere Aktion Tiere in Not. Deswegen lasse ich mir noch irgendwas einfallen für die 2500 Abos. Aber gib mir ein bisschen Zeit. Momentan ist viel wieder von mir. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ihr seid einfach nur geil. Herzlichen Glückwunsch lieber Dirk. Dankeschön. Glückwunsch von mir und dann nochmal Zwischenstand. Wir haben mittlerweile 512 Abos beim Polster. Hört ihr das geht besser? Marco, moin moin, hallo Zocker Borusse. Hi Borusse. Alles, alles, aller Glückwunsch von mir und einen schönen, schönen, feuchten, schlabberigen Kuss. Ohhhh. Ich hasse es nicht. Ich hasse es nicht. War ein bisschen schief geschnitten, ne? Ja, ja. Ich hab schon mit dir. Dankeschön. Wir verabschieden heute den... Vielen, vielen Dank für eure Wünsche. Hammer. Weil in... 8.09.19. Oh, das siehst du, man hat vorher die Hände am Arsch geklebt. Geht was schon genug? Nein, jetzt geht es. Gib mir die Hände ganz alleine. Gib mich ganz alleine. Heiko, ähm... So kannst du das jetzt nicht sagen. Das Problem ist bei mir mit meinem Rücken. Ich hab's euch ja schon ein paar Mal gesagt. Aber gesagt, ich kann leider nicht aktiv in den Tierschutz einreifen. Deswegen hab ich mir eine andere Art gesucht, wie ich helfen kann. Und ja, wieso nicht das Schöne, was Spaß macht, mit dem Nützleben verbinden. Und deswegen hab ich diese Art vom Tierschutz gewählt. Und ja, ohne euch wär diese Aktion natürlich nichts, ne? Da muss man ja auch immer wieder dabei sein. Deswegen, ich kann in beiden Sachen, bei den Spenden und bei den Abos immer nur wieder sagen, vielen, vielen Dank. Ja. Und ihr wisst ja, alles was ich über YouTube einnehme, was ich über Instant Gaming einnehme, was ich über Loots einnehme und 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 und, geht natürlich in die Aktion Tierenot rein, ne? Oh, hier, Zocker-Borosse, dein PC läuft nur endlich. Jetzt kannst du endlich die 10.000km-Challenge fahren. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Glückwunsch, Moral, genau. Glückwunsch, Marco. Dirk, man muss aber was dazu sagen, ohne deine Frau, die ich auf diese Aktion gebracht hat, wäre die Aktion erst gar nicht angelaufen. Womit du uns dann diese Freude mit LS17, ETS und diversen anderen Spielen, sag ich jetzt mal machen könntest. Ähm, ich sag mal so, meine Frau und ich, wir machen das ja zusammen. Hast du was in deinem Überladewagen drinne, ProDAX? Sie hat mich jetzt nicht darauf gebracht, aber sie hat mir einen Denkanstoß gebracht, weil ich am überlegen war, was kann ich mit Tierenot machen? Und dann sagt sie, du machst dann YouTube, dann versuchst du euch da drüber zu helfen. Und da bin ich natürlich auf den Zug sofort aufgesprungen, ja klar, hast du eine geile Idee, machen wir. Was hast du, Michael? Äh, jetzt hast du auch eine größere Reichweite wegen das Schweinchen. Genau, liebe Zuschauer, ähm, da sagt Michael gerade was. Und zwar, meiner Frau ist das LS17-Schwein, äh, das LS-Schwein abhandengekommen. Ähm, was heißt abhandengekommen? Und zwar hat sie Staub gewischt. Sie sammelt alle LS-Tiere, das heißt das Schwein, die Kuh und die beiden Pferde. Sie hat die, äh, komplette Reihe gehabt. Beim Staubwischen ist ihr leider das Schwein runtergefallen. Unser Hund war extrem schnell. Ja, und leider hat Alice das Schwein gewischt. Ja, jetzt ist meine Frau natürlich traurig und, ähm, ja, sie würde gerne nochmal ein LS-Schwein dabei haben, das ihre ganze Sammlung wieder komplett ist. Wer noch ein LS-Schwein über hat, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Postpaketstation. Wenn ihr ein Schwein über habt, schickt es mir zu, ich gebe es meiner Frau weiter. Sie hatte mich gebeten, euch zu fragen, ob irgendjemand noch ein LS-Schwein über hat. Oh, komm gleich wieder. Es ist verdammt schwer, so einen Schwein zu bekommen. Deswegen, ich würde mich da wahnsinnig drüber freuen und vor allem meine Frau auch, wenn irgendjemand noch ein LS-Schwein über hat. Deswegen, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Postpaketstation, wo ihr das dann hinschicken könnt. Wo wir gerade bei Postpaketstationen sind. Ihr wisst ja, ich mache immer Leitversteigerungen für Aktionen, die Aktion Tiere in Not. Wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die wir für Tiere in Not versteigern können, es sollte natürlich was Vernünftiges sein, es sollte kein Schrott sein, versteht sich von selber. Aber auch diese Dinge könnt ihr natürlich an die Postpaketstationen schicken. Ich werde die Sachen dann nicht abholen, sondern jemand anders. Die Postpaketstation ist natürlich nicht in meinem Ort, sondern zwei, drei Orte weiter. So doof bin ich ja nun auch wieder nicht. Ihr wisst ja, ich sage ja nur Sachen Hater etc. pp. Nein, aber wenn ihr irgendwas für unsere Aktion Tiere in Not überhaupt, was wir versteigern können, würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr mir das zuschicken würdet. Ihr werdet natürlich namentlich erwähnt. Und ja, wir freuen uns einfach drauf. Ich sage einfach mal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Da müssen wir schauen. Da müssen wir schauen. Wir sind außerdem von Versteigern, wer will dir seine Adresse? Ich kann einen Preis geben. 200 ist ein Gebot. Wer gibt es gewähren? 1.000. Markus, nützt nichts. Was man sagt, muss man auch durchziehen. Wer bietet mehr? Ich glaube sie auch. 1.000 Euro ist geboten. Also Kölzer bietet 1.000, wer bietet mehr? Oh, sie sind kein Kerl damit. Das Geld geht dann in 4 Minuten, ist das klar? Gelingt, ich vergesse ich das nicht. Und ich halte mich ja heute noch zurück, ne? Also so schlimm wie sonst bin ich heute nicht. Aber ich komme mich schon wieder auf morgen. Ich biete 100 Popo-Tritte für die Adresse von Dirk. Komm gleich ran, ja. Ne, so wie du sie kribieren. Ne, wir auch schreien direkt, dann vergisst du es. Wir besuchen alle Dirk dann. Äh, Tessa, ne? Äh, Laura, moin moin. Ja, ich bin gleich voll. Und ein moin moin alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Und liebe Zuschauer, wo wir gerade schon bei Abonnenten und sonstiges sind. Denkt dran, für unseren Thomas Bolzer und Co. Österreich brauchen wir noch ein paar Abos. Bei 555 Abonnenten tanzt ihr in einem rosa Titül im Wald. Bei einer 360 Grad Kamera, also ihr könnt alles sehen. Bis wegen. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link von unserem Thomas Bolzer. Ein paar Abos brauchen wir noch. Geht rüber, haut ihm den Abo-Button voll, haut ihm den Like-Button voll, dass er im rosa Titül tanzt. Dann darf nur ausgewählte Person, äh, ja. Ähm. Jo, Laura muss, ne? Du, Prodax. Micha, moin moin. Ja. Was hast du vorhin gemeint zwiks Discord und LS? Also irgendwas interessantes dort gibt? Aha, auf dem offiziellen Discord Farbe Simulator Kanal. Ja. Dort gibt es sehr oft was interessantes nachzulesen. Die Diskussionen, wo dort laufen, sind manchmal sehr, sehr spannend. Okay. Hast du damals über die Gebäude auch schon mal angesprochen? Ja, ich hab dich nochmal gefunden. Nein, du wirst ja nicht die Sachen erfahren mehr als du sonst erfährst irgendwo, oder? Das war jetzt eher ironisch gemeint. Du erfährst nicht irgendwelche Sachen, die du sonst nicht erfahren tust in Videos oder sonst was, oder? Sondern dort drin sind ganz viele, sagen wir mal so, sind Streamer, YouTuber, Modder und 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 und. Diverse Leute. Und es gibt manchmal sehr interessante Diskussionen. Die letzte Diskussion war jetzt sehr interessant, betreffend den ganzen Streams, wo laufen. Oder ich will jetzt auch nicht irgendwas anheizen wieder. Aber eben, es ist nicht irgendwas, wo du jetzt erfahren wirst, auch da ist jetzt so oder da ist so. Okay. Das, was du schon erfährst, erfährst du sowieso auf YouTube und den ganzen Videos und und und. Dort wirst du nicht mehr erfahren oder andere Informationen haben. Wenn du dich begleitst auch. Ja, ja, ich mach mit. Aber, aber jetzt möchte ich auch mal was loswerden. Das ist ja alles gut und schön. Das war mir so ein bisschen, äh... Ich liebe dieses Pattinger Mewald. Mit den... Das Butterfly mit der Schwartablage. Richtig. Hm? Aber warum... Es nicht... Geschafft wurde in den zwei Jahren, äh... Dass die Butterwander da hinten beglaufen? Ja, weil es meistens so konfrontiert wurde. Bei einem war es damals angefangen, was wir fertig gemacht haben, wurde es konfrontiert für 17er. Und hat dann keine Reiter gefunden. Laufen die mittlerweile nicht? Oder irre ich mich jetzt? Ne, die laufen seit zwei Jahren nicht. Nein. Ich mach auch. Obwohl... Man sieht nur noch an, wie man es so dazu... Na gut, man könnte vielleicht noch beim linken Mähwerk hinten noch ein Zylinder, ein Mähwerkzylinder einbauen, dass wenn das Mähwerk aussieht, dass es in den Zylinder dann da drin ist. Und die Schläuche fertig verlegen. Und man sieht, das ist noch nicht fertig. Da ist so viel, dass man... Mach rein, Thomas. Doch mal. Hm? Mach doch mal. Ich hab keine Zeit für das. Ich bin jetzt mal angekommen. Bis gleich. Juck, bis gleich. Ich seh ja nicht auf der Karte, wo ich hier jetzt überhaupt bin. Einfach weiterfahren. Hinten drin stand unterbrechen. Immer zu 18, wenn du da bist, kannst du dich nur orientieren. Roland, ich fahr auch nur noch. Roland, einfach geradeaus weiterfahren, dann kommst du unten. Nein, nein, nein. Ich sag ja die ganze Zeit so ein bisschen... Nein, nein, nein. Wäre ja auch nicht verkehrt. Life is life. Nein, nein, nein. Wer ist denn, wenn wir die Zeit mal so fünf laufen lassen? Live. Das hab ich von hart. Ich bin schon live. Nein, nein, nein. Ah, ok. Hab ich gar nicht gehört. Okay. Live is life. Warum denn? Lass doch einfach den Nebel da. Der hat den ganzen Realer vorne steckt. Ist klar, ne? Ich sag das, dann wird nicht gehört. Und jetzt wird auf einmal auf fünf hochgestellt. Kein Kommentar. Wollt ihr noch für mich erfreut? Ich schau wieder an. Ich schau wieder an. Ich schau wieder an. So, und dann hauen wir einfach nochmal ein Moin Moin an alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ihr seid nur am Jammer. Nur am Jammer seid ihr wie alte Tanten, ey. Wer ist denn am Jammern? Ihr seid nur am Jammern. Es ist Nebel, es hat Weizen auf dem Feld. Es ist nur am Jammern seid. Mein LKW ist dreckig. Ja, der Pollenfilter ist vorgelaufen vom Traktor, wenn ich hier die ganze Zeit hinter dem Drescher fahre. Ja, ha ha. Sie kam mir noch nicht. Mein Mähdrescher wird nicht dreckig. Oh Dagi, alles gut und selber? Komm mal jetzt oben auf die Zeit. Oh Gott. Doc. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Hammer geil von dir. Und ja, Aschenbecher kannst du bei der nächsten Versteigerung kaufen. Gut. Am besten legt den vollen dir. Äh, ja, so wie letztes Mal. Aschenbecher. Dirk, den vollen oder den leeren Aschenbecher? Den vollen. Küffekiller. Moin Moin. Ähm. Ja, Doc hat die Angewohnheit bei mir volle Aschenbecher zu kaufen. Äh, zu ersteigern. Oder halbvolle Kugelschreiber. Oder einen kleinen Zettel, wo ich einen Werner drauf male. Ja, all sowas, ne? Da braucht das Spaß. Also nur skurrile Sachen. Nur mehr Winder. Das ist einzigartig. Dirk? Ja? Kann man auch deine Taschentücher kaufen? Möchtest du die haben, kannst du. Oh ja. Die schön vollgerutzten, auf jeden Fall. Aber nur die, wo im PC herum sind. Ähm, warte, ich hab' dir noch recht. Alles klar. Die sind noch vom letzten Monat. Die wachsen schon. Ah, okay. War deine Frau da irgendwie in Urlaub, oder? Ah, auf jeden Fall. An meinem Rechner muss ich alles selber aufbauen. Ah, jetzt weiß ich, warum es bei dem Rechner immer so unaufgeräumt aussieht. Wie viel fährst du dann eigentlich mit dem Schnellen? Alles einmalig. 40. René, bist du schon wieder unterwegs? Ach, da steht... Das ist immer geil. Du kommst jetzt zu 18, musst dich erstmal orientieren, wo hier irgendwas steht im Nebel. Aber der Dirk steht hier, da stellen wir uns hinten an. Ah, ich hab jetzt natürlich mal die Raffelleuchten angemacht, damit du siehst, wo ich bin. Die sieht man durch den Nebel aber nicht. Okay. Äh, aha. Jetzt bin ich auf dem richtigen Stehen. Unser Haus- und Hofgafaktor, unser Volker, ist wieder da. Moin, Moin. Moin, Volker. Aber ich würde mal sagen, jetzt läuft's langsam mit System, oder? Ich glaub, ein oder zwei Meter, ihr Schaffauer könnten das sein. Ich fahr 41, du fährst 21, oder? Ich fahr 41. Erstmal gucken, was überhaupt schon abgeerntet worden ist. Nicht so viel. Du Scheiße. Ich schiebe den Traktor ganze Zeit hinter dem Jimmy hier. Ich dachte, da wär schon mehr runter. Okay, René ist raus. Hab ich auch schon gedacht. Wenn du so fährst, die Strecken sind schon echt extrem breit hier mittlerweile. Aber ich glaube, dass es nicht füffelt. Ich bin gerade am Plan. Ihr müsst eins wissen auch, wenn die Map zur Hälfte abgeerntet sein sollte, das wird danach gar nicht ausschauen. Ne. Ja, dann fahr. Ne. Sollten wir einen Motor anmachen, ne? Ich könnte auch schon eine schöne Schleiße angeschlagen, wenn Robert da auch nur weitermacht. Auch so. Ich mach hier kontinuierlich weiter. Ja. Jimmy HD hat da unten auch schon einige. Du musst die Schütte ein bisschen steiler stellen. Soll ich sonst noch einen Drescher holen? He? Ja. Aber ein Drescher auf zusätzlich wäre aber nicht so schlecht. Ja, weil der Opfer hat uns immer jetzt mega viel eigentlich. Ja, dann mach ich den LKW jetzt mal leer. Dann steh ich den an der Seite und hol dann noch einen Drescher. Aber mit dem Klaas. Jawoll. Ich richte einen her. Die Risiken haben. Wieso? Kannst du uns schon an dir nicht geben. Björn willst du verlieren? Dagi, was habt ihr? Fährst du jetzt Vollgas, Roland? Ich fahr Vollgas. Fährst du immer Fußball zusammen, Dirk? Hm? Fährst du, wie hat der Roland die leckere Arbeit, äh, hatte leckere, äh, weitere Arbeitsfläche? Äh, die sie, äh, ja. Aber das Problem ist, bei Roland musst du ja immer aufpassen und abtanken, weil das Überladerohr nicht passt. Bei dem John Deere, ne? Ja, ist ein bisschen eng. Das ist die Katastrophe. Was? Ja, ist das halt, ne? Die können rasen mehr, aber das war's dann auch. Weißt du jetzt, was du mit dem, äh, viel Spaß machte? Ja, Gesi, weiß ich. Bei dem Fan ist das Abtankrohr auch so kurz. Echt? Musst du dran reiben, oder was? Nein. Ich muss doch mal genau gucken, bei der Tastenkombi, bei dem Abladerohr, da ist irgendwie eine Tastenkombi, da kriegst du das Rohr auf 60 Fuß. Oh, hat kann man rein. Ich kriege mein Rohr immer so, wie ich will. Ja. Du kriegst das auch immer auf 60 Fuß. Ja, ja. Ja, mein Rohr ist auch lang genug hier, oder nicht? Boah. Können wir jetzt mal aufhören, von Rohr zu reden? Hast du schon wieder eins, oder was? Ahhhh. Und Jungs, das Rohr ist gut. Wenn du die Form kriegst, dann müssen wir halt wen in den Öffner nehmen. Oder Spaß? Michael, wir haben noch keinen Mittwoch, alles gut. Ich bin ein Rohr im Wind. Ich hab mich schon gewundert, was das ist. Ja? Dirk, hebst du schon wieder einen Tisch an, oder was? Äh, nö, alles gut. Äh, noch nicht, was? Ja? Ja? Vielen Dank für den Tipp. Bitteschön. Gau, Stucky! Alles Glauben, ja! Oh, Volker schreibt gerade, hallo. Wo hast du schon ausgeschauten? Was? Weil ich war nämlich so frei und hab mir heute Nacht mal die Mods noch ein bisschen angeguckt. Das ist doch, das ist doch mal ein Abdambling. Äh, Thomas, komm ich ohne Schnellbeckswagen da hoch? Ciao! Ah, nee, das war mal. Hab nichts gesagt. Gibi? Ich bin dran. Ja, bitte. Jimmy Scheinstadt. Ja, jetzt kann ich dich hören. Jimmy ist meinem AFK. Da. Also, jetzt war ich wieder auf die andere Seite. Und einen wunderschönen Sonntagnachmittag. An alle, die aktuell zuschauen, egal ob hier auf Twitch oder bei YouTube Chaoten. Ja, irgendwo, ich kann mich immer auf jeden Fall an. Auf irgendeine Art und Weise. Ähm, danke, dass ihr dabei seid. Der Dirk hat seinen Rekord gebrochen. Das heißt, er wird jetzt bald, demnächst in Rosa-Borald-Kostüm, äh, Sherry Sherry Lady singen. Der Polzer jaagt aktuell noch seinen Rekord. Das heißt, bei 2550 Abos wird der Polzer im Rosa-Borald-Kostüm waldroten gehen, beziehungsweise dazu noch einen Wiener Walzer tanzen. Oder was von irgendeinem Walter wieder tanzen. Das war bei 2550 Abos. Es wird interessant in der nächsten Zeit werden. Ich glaube, das wird aber dann langsam mal langsam, äh, Abgang, Untergang, oder was auch immer von LS sein, wenn man sich solche Streams dann angucken muss. Ja. Ich weiß es nicht, oder? Wohin das führt. Boah, das ist ganz ruhig. Das wird schon alles wieder. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Dirk und Sherry Sherry Lady im Polzer-Kostüm. Das ist ein Arsch. Von Arsch lebt richtig neu. Aber mit Ohren. Und im Hundezwinger. Und der Prorax wird im Tigertanga demnächst singen. Was ist denn hier passiert? Auja. Auja. Das macht der auch, da hat er keinen Respekt vor. Ich weiß. Nee, er muss singen, ich und mein Holz. Genau. Ich und mein Holz definitiv. Und werde im Besen schwingen und werde nachher hier vor der Kamera singen und wird noch Rastalocks draus machen. Das kannst du noch in den Striegel schwingen. Hahaha. Ist das schon mal etwas, ne? Hahaha. Aber das kommt nun mal im Alter, ne? Oh, wie war das? Oh. Oh, der Olli ist schon wieder da. Ne, der kann ich leider nicht mitreden. Jungs habe ich heute schon gesagt. Was? Mich juckt am Arsch. Oh. Stelle merken. Da könnten wir ja nichts für. Lumpi, Lumpi, Moin, Moin. Und ein Moin und alle neuen Zuschauer stehen, dass ihr am da seid. Natürlich in allen Swims. Na, Tomi, das ist doch ein andersweg. Ja. Auf jeden Fall. Hast du das Rohr als umgestellt? Ja. Ja. Roland hat an seinem Rohr rumgespielt. Jetzt ist er. Jetzt hat er es länger. Jetzt ist es länger. Jetzt ist es länger. Jetzt ist es länger. Lumpi, Lumpi, Dankeschön. Aber wir sollten ja nicht mehr über Rohre reden. Gut, reden wir über Bolzen. Hahaha. Hahaha. Von mir aus auch das. Naja, ich hätte nicht mal ziehen. Da könnten wir auch über Stangen reden. Stangen oder Taktfaulis oder? Ob sie in der Waage sind oder Senkrechte. Wir können auch in die wunderbare Welt des Bohrens gehen und reden jetzt über Aufweitvorgänge. Hahaha. Ich muss jetzt mal schauen, wo ist der Rohr? Hier. Der ist mal zu leise. Oh, ich bin auf dem Weg zum Feld. Kann sich nur umschönen. Äh, Micha. Das ist mein Traktor. Der bleibt stehen. Ich will nur was probieren mal schnell. Das haben wir schon viele gesagt. Die will nur schnell probieren. Nachher war ich halb der Schwunger. Nein, ich nehme den weg. Tja. Das sah ich dir. Oh Gott. Schon wieder weg? Ja, Produx. Ja, Produx. Jetzt weißt du, warum du so einen dicken Bauch hast, ne? Oh, ja. Du bist auch schon schwanger. Der Rüssel guckt schon. Ja. Oh, der wird immer dick rein. Ich sag das ja. Hm. Hm. So, dann. Wir bauen uns der Rüssel. Eine Frau ging in den Walz und Pülze. Moment mal. Eine Frau ging in den Walz und Pülze pflücken. Dort mussten sie sie kräftig bücken. Jetzt stört dir scheiß Pülze... Ja. Ha, 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 ha. Was machst du? Was willst du denn probieren, Micha? Ich wollte gucken, ob der Anhänger da an den Krampel hinten rangeht. Das Lied Günther, Ding Dong Song, Günther Video wurde in die Wartestange hinzugefügt. Dankeschön, Doc. So lange, dass es keine Connys hupen sind, geht's ja noch. Jochen, MM-Sklage, moin moin. Jochen schreibt moin Robert, moin Mitspieler, moin Chat. Moin Jochen. Moin Mädel. Moin. Du wolltest jetzt nicht wirklich hier die Dolly-Achse mit dem Auflieger noch hinter die Krampel hängen, oder? Ja. Alter Eis. Alter Falter Eis. Da sind wieder Spezialisten am Werk. Ja. Kann homischer sein. Geht gar nicht. Ja. Geht gar nicht, gar nicht. Ach, Tommy, du lebst ja auch noch von dir. Hört mal nix mehr. Ja, wir sind auch fleißig am Arbeiten. Ja, wir auch. So, aneinander oder miteinander? Und wir erst. Über einen, äh, 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 über einer anderen. Ja, Matze, ich versuch gerade zum Felste kommen. Ja klar, Tommy, Tommy liegt unten. Ja, da ist er bestimmt, hätte ich ihn dir gebracht. Alles gut. Und auch sind uns in der Urlaub wieder voll. Wo bleibt die Prümi-Else? Weil dafür bin ja ich im Hintergrund fest. Ach, da ist er ja schon. Ja, da sind dann hier die LHWs. Prümi-Else ist hier zu langsam. Mann, schatz, helf doch nicht. Irgendwann komm auch ich am Felder. Waffel, du bist doch bestimmt gleich... Da haben wir uns fertig ist. Ja. Müsstest du mal dein Ding ausbauen? Was bin ich? Ist doch schon alles geboren. Ja, du musst den, 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 hier, deine Kippe, musst du da unten, genau. Dann warte, ich war mir vor, dann musst du es gleich beziehen. Ja. Ja, leuchtet. So, ich lasse den Drescher mal einfach laufen, ich riskiere das jetzt mal. Ich dachte, ich drehe mir mal eine Zigarette, da darf ja eigentlich wohl nichts passieren. Nee, das würde ich jetzt auch mal versuchen, mir eine Zigarette zu drehen. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt auch kommen. Ey, ein Volker Höbel. Ja, Volker. Der ist gleich so schnell, dass er so schnell war. Er noch nie. Volker, lass mal ein Abo da. Hat er schon. Hat er schon? Hallo, Volker. Kurze Frage muss man sich für den LS90, beziehungsweise unter anderem für... Wir öfter selber bewerben. Ähm, Joker, nein. Einfach bei uns auf dem TS drauf kommen, dann schnacken wir mal eine Runde, ob wir zueinander passen und dann ist das alles gut. Ah, so. Ach, du. Ja, ich muss mal wieder bremsen, sorry. Von Bewerbungsgesprächen und sowas halte ich mich. Bruder, hat das ein komisches Gewicht davon. Komm gleich mal ab, dann kann ich mir noch mal ein Fett machen. Ja, ja, mach du mal in Ruhe. Alles gut. So, heute haben wir ein paar Hektar Getreide. Brauchst du noch was für die Kühe, René? Die Hektar hat. Hahaha, die, die Hektar hat, ja genau. Die Liebe, die vergeht, doch der Hektar, der besteht, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. So, ich werde dann gleich auch mal am Feld. So, und jetzt lasst euch mal die Zahlen auf der Zunge zergehen. Zahlen? Ein Holzer hat 24 Zuschauer. Ein Dirk hat 28 Zuschauer. Oh, was wollen wir jetzt? Hallo, Emma, holz. So, wie es bei mir angezeigt wird. Gut, dass du bis jetzt noch nichts verstanden hast, Matze. Ja, ich habe auch noch nichts verstanden. Ich sagte, ein Holzer hat 24 Zuschauer bei mir. Mal los, Tommy, machen wir gleich. Ein Dirk hat 48 Zuschauer bei mir. Moin, moin. Ein Herr Halmakenkräuter hat 11 Zuschauer bei mir. Und ein ProDax auf Twitch hat 38 Zuschauer. Was? Oh, lol. So, und die ganzen Zuschauer, die jetzt da sind. Heute Abend werde ich wohl wieder bei einem Offizierer sein. Ich hoffe, es geht sein. Ja, das ist jetzt hin. Moin. Ich muss dich bald umdennen. Ich habe schon Wurzeln geschlagen auf dem Stuhl. Ich bin nur. Du bist an der falschen Stelle, glaube ich. Ich glaube, ich muss langsam Hosen ausziehen, weil mir will ich auch so warm. Ich bin jetzt bei 70, ja. Alles klar, ich bin. Aber ProDax, nächstes Jahr Halloween müssen wir uns gemeinsam was überlegen. Das mit dem Gorilla-Kostüm war schon mal gut. Oh, ja. Potzer? Ja? Mal andere Frage, kommst du zu Sylvester vorbei? Zu dir? Ja, da könnte man zusammen knallen. Ja, komm, ich helfe. Du, ich hätte kein Problem. Ich kann auch noch ein paar gute Knaller mitbringen. Au, ja, bring Knaller mit, ja. Ich sage mal nur so, ein Freund von mir ist der Sprengstoffmeister. Äh, ich weiß nicht. Was ist jetzt nicht verstanden? Du kannst auch gleich noch abtanken bei mir, kann ich wieder los. Entschuldigung, das musste jetzt mal sein. Oh, ja. Dein ProDax vor mir. So, nach dieser Streitung, ich möchte mal schnell was zum Futern holen. Dort bin ich gleich mal dran. Alles klar, du gehst Orlet, du gehst rauchen, du gehst futtern, Junge, aber jetzt zockst du auch mal zwischendurch? Nee, der ist nicht nur für den GPS. Der andere macht alles nebenbei, nur zocken tut er nicht. Jetzt heißt das auch, könnt ihr bei einem Strip-Topf übernehmen oder was? Immer Polzer. Dem, 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 dem. Ja. Sei froh, dass Polzer nicht nebenbei noch Vögeln geht. Oh. Ach ja, das wäre noch eine Idee, Jungs. In seinem Porno-Betit. In seinem Porno-Betit. In seinem Telefon-Telefon-Liste, du nicht gehst. Maffe? Hä? Kannst du, kannst du meinen Mitreuchern immer ein bisschen auftuben? Der Fertloss-Zähle. Du hast den John-Tier, ne? Ja. Merkst du was? Bei deinem Logo, ne? Wenn er gut um den Ball ist, war der Schrift, hätte ich schneller bekommen. Achtung, ich schreibe Feuer, oder? Ja, Uff, ich dreh erst. Das neue hat's ja schon. Aber ich wollte jetzt mit jeder Menge an Platz wieder bei der Düfte auch schon was. Batsche war ja schon. Uwe, ich dreh erst. Ja, Uwe war ja schon. Aber, jetzt ist es auch schön unter der Wincher-Scheibe, das ist richtig cool, so mit dem Ausdrehung da noch drin stehen. Also, das kann das. Äh, ja. Da muss man, da muss man wirklich sagen, das kann Frappel. Logos-Design und die Maschine dann damit ausstatten, das ist, ja, mega. Da kriegst du einfach nur einen Ständer davon. Alter, von was du einen Ständer kriegst, ey. Ja, von deiner guten Arbeit kriege ich immer einen Ständer. Ja, herrlich. So, direkt an der Bundesstraße könnte gleich jemand abgetankt werden. Thomas. Mhm. Von deiner guten Arbeit kriegt man eine Ständer, da hast du meine Arbeit noch nicht erlebt. Hahaha. 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 Oh, ja. Oh, ja. Ich bin sehr guter Mechaniker und Streamer. Oh, ja. Ich würde dich glatt in meiner Firma einstellen. Oh, ja. Ich glaube, dann würdest du frotags auch nicht mehr verdienen. Oh, wer kommt mit der gerade angeschossen? Mich doch nicht mehr. Ja, bitte mehr. Ja, bitte mehr. Die Beklammerung über die Firma. Also, äh, nicht wegfahrt der Weg. Ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. Wie ist das? Weil hier ist mein schwerster Futter von. Du kannst ruhig da hin. Hör mal, Polster, willst du nicht mal langsam expandieren? Claudius. Wieso? Wohin? Ja, na, Duisburg. Ich helf dir auch dabei. Ja, aber Moment, dann muss es einsäuberlich aussehen. Äh, wie lange ist es noch so? Ich habe keine Ahnung. Du siehst, der wie ist. Nee, äh, er macht gerade Pause. Kannst du? Ja, doch. Oh, Leute. Er kommt da angeflogen. Der macht gerade Pause. Ja. Kodak-Polze an. Ja, ich komme. Achtung vor Kindem. Oh, jetzt kann man nicht fehlen. Ja, aber jetzt muss man euch gleich gehen. Oh, das spritzt schon dran. Oh, das ist von vorne auch noch Kerl. Ihr seid ja drauf. Mein Güte. Uwe, kannst du mal sehen, wir brauchen keinen zweiten Abfahrer. Nö. Wir haben unsere Promi-Else, dann habe ich dich. Was? Else hast du nicht mehr, die habe ich jetzt. Was? Ja, ich fahre überall mal rum. Else, komm zurück, Verräter. War noch nie gefunden. Juh. Hahaha. Damit seid. Hahaha. Na Jungs, also, wieder mal ein bisschen was Änsteres zum diskutieren. Jetzt hat man schon genug herungelabert. Äh, Artikel 13. Ja. Das heißt, Schweiz ist ausgeschlossen, das heißt, nächstes Jahr könnt ihr nicht mehr streamen. Hahaha. Das ist voll Prodachs. Wir kommen alle zu dir Prodachs. Willst du das? Und schon ist er ruhig. Die letzten Tage gab es ja, oder die letzten Tage, letzten Wochen gab es ja viel Diskussion um Artikel 13. Was haltet ihr davon? Wird das wirklich so, wie das prophezeit wird? Oder meine Meinung persönlich ist, die Suppe wird viel heißer gekocht, als sie gegessen wird. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Definitiv, ja. Ja. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das durchkriegen. Passe mal ab. Ja, passt gar nicht von dem Michael. Ist egal. Ja. Ich denke mal, dass es wirklich nur wieder heiße Luft ist. Weil man sollte mal überlegen, wie viel Arbeitsplätze da ranhängen, wie viel Selbstständigkeiten da ranhängen und 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 und. Also, das ist Wahnsinn. Komm her, Promi, also. Und vor allen Dingen, wo wir wieder beim Thema sind, von wegen Meinungsfreiheit, ne? Das ist noch ein zu ein Rottstelle-Campagne. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das durchbekommen, aber wir lassen uns einfach überraschen, würde ich sagen. Ja, gut, sagen wir mal so, es geht ja nicht, durchbekommen werden sie sehr wahrscheinlich schon. Bleibt wieder offen. Um was es mehr geht eigentlich grundsätzlich ist ja das, dass halt die Firmen wie Google und 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 beziehungsweise YouTube verantwortlich sind für das, was einzelne hochlehnt. Also, jetzt Diskussion ist immer vom Hochladen. Mich, was nie erwähnt wurde, was nie gesagt wurde, was ist mit den Streams? Weil Stream tust du jetzt automatisch, das heisst Stream lässt du jetzt laufen. Ob du nachher den Hochladen tust oder ihn direkt löscht, das ist etwas anderes. Aber was ist mit den Streams überhaupt? Da wurde nie drüber diskutiert. Stimmt, richtig. Es wird, es ist immer nur Rede davon von Videos, wo man hochlehnt. Richtig. Das heisst, was ist denn also, wenn der Artikel jetzt meines Wissens nach das, was ich halt, so wie ich halt mit meiner 0815 Mathematik verstehe, ist ja, da muss man, da wird man halt müssen auf die ganzen Sprüche, zum Beispiel auf den Dirk abspielt und 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 auf die verzichten oder in einem Stream. Oder zum Beispiel, wenn man sich diverse andere Streams anguckt, wo teilweise Bilder einblenden und auf das, solche Aktionen wird man verzichten müssen. Aber das heisst, Streaming in sich selber ist ja unproblematisch. Was sicher nicht eintreten wird, ist die Panikmacherei, dass alle Accounts gesperrt werden bzw. gelöscht werden. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich auch nicht. Das Einzige, was wir vielleicht noch ein bisschen schärfer machen werden, hast du ja vielleicht auch schon gehabt, so wenn du jetzt irgendein Spiel spielst, also ich hatte das bei der beim ETS-Spielen mal, bei irgendeiner russischen Map, da wurde dann eine andere, in der Pausensequenz eine andere Musik angeblendet, wie normal irgendein paar russische Stücke halt und direkt hast du dann nachher im Videomanager Urheberrechtsverletzungen stehen gehabt. Ich denke mal, und das macht ja eigentlich bis jetzt nichts. Also ich weiß nicht, wenn ich mal irgendwie Musik drauf hatte oder irgendwas passiert ist, kriegst du zwar irgendwie eine Nachricht, dass du gegen Urheberrecht verstoßen hast und das Video bleibt drauf, wird nicht gelöscht und eigentlich ist alles in Ordnung. Ich denke mal, dass sie da dann logischerweise gegen solche Sachen härter vorgehen werden, dass sie deine Videos dann löschen oder... Das ist möglich. Was ist zum Beispiel aus meiner Erfahrung aus meiner YouTube-Zeit, zum Beispiel die Formel 1-Streams. Formel 1 2017 war da ganz extrem, wenn du die Sequenz aus dem Spiel eingeblendet hast, wo das Formel 1-Logo gezeigt wurde, war der Stream quasi weltweit gesperrt von euch und da ging es dann sehr lange, bis es freigeschaltet wurde. Es wurde quasi ein visueller Strike hingelegt auf das Ganze hin, oder? Und dann musstest du Einspruch erheben und 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 und. Das heißt, solche Aktionen würde es vielleicht in Zukunft viel mehr sein, als bis jetzt. Das denke ich auch, dass... Ja. Also da müssen wir schon vorsichtig sein, dass wir dementsprechend das Ding benutzen. Ja. Darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen? Ja. Ja. Der Jimmy Don, der Dirk und ich sind beide voll. Ich bin hier doch. Und der Ralf Naut schreibt gerade nur zur Info, es geht da nicht unbedingt um das Hochladen, sondern um das Veröffentlichen, Verbreiten von urheberrechtlichen geschützten Dateien. Richtig. Die haben ja auch schon gesagt von YouTube, dass es ja nicht eigentlich nicht um uns geht, sondern um die ganzen großen Konzerne. Also geht es wieder rein, nur ums Geld. Zuckst du auch den ganzen Tag, du Coach-Potato? Äh, Mercy? Nö. Deswegen... Ich lasse mich einfach überraschen, was da kommt. Und vor allen Dingen, was wir für neue Richtlinien bekommen. Also irgendwas wird da definitiv kommen. Ja, es wird sehr wahrscheinlich gewisse Anpassungen gegeben, sage ich jetzt schon mal, oder? Aber irgendwie, irgendwie groß muss man sich da keine Gedanken nehmen. Jetzt wird sehr groß Panik verbreitet. Ich sag vielleicht so, dass wir halt auch solche Aktionen wie irgendwelche Sprüche abspielen und und und, dass man auf das verzichten werden muss nachher, weil es einem nicht gehört. Außer man kreiert eigene Sprüche, wo man denn abspielt. Aber in dem Sinne eigentlich, man zuckt ja LS, man zuckt ETS. Da hat man eigentlich nicht solche, was eigentlich verboten wäre oder sein würde. Oder das heißt, das ist jetzt... Ja. Ja, nö. Ja, aber... Das geht damit an, dass du im LS das Radio nicht anmachen darfst. Das Radio nicht anmachen darfst. Ich musste letztens einmal aus dem Spiel rauszappen während des Livestreams, weil ich die Grafikeinstellung zurückdrehen musste auf einer Map und dann hast du, wenn du reinkommst, die LS, die typische LS-Musik, dieses Gitarrenstück, was da gespielt wird. Auch eine Urheberrechtsverletzung. Ja, das ist so. Moin. Alles gerne mal Moin. Und Jo schreibt gerade, es geht um die Musikindustrie. Die verdienen nicht mehr genug wie GEMA und GEZ. Ah. Da wird überall Kohle gebraucht. Ja, muss ihm recht geben. Ich werde willkommen zur Registry. Nur das Problem ist ja auch, dass die ja bei YouTube im Endeffekt nicht unterscheiden können, ob du ein Gamer bist oder einer nur der Musik holt. Für mich, ist jetzt schon jemand bei dir? Nö. Nö. Ich komme auch noch. Aber ist schon irgendwie komisch, ne? Dass zum Beispiel, ne? Ja, okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass die Schweiz das nicht braucht, ne? Und hier, ne? Drücken so einfach irgendwelche gehirngesteuerten wieder irgendeinen Quark da durch. Oder einer meinte sich wichtig tun zu müssen oder was super tolles für die Welt erledigen zu müssen. Und so ein Quatsch kommt dann dabei raus, ne? Ja. Also, ne? Was soll so ein Blödsinn? Wenn das global nicht läuft, warum muss das hier laufen? Naja, aber so ist das nicht. Sagen wir mal so, wenn das in Kraft treten sollte, dann würde Google bzw. YouTube keinen Unterschied machen, ob EU oder Schweiz oder nicht Schweiz. Weil die meisten Regulungen, jetzt schon wo Google trifft, betreffen auch Schweiz und wo der Schweiz eigentlich gar nicht betroffen wäre. Ja. Weil für sie viel umständlicher ist, zu unterscheiden, was EU oder nicht EU ist. Darum sperren sie kompletten EU-Reim oder europäischen Raum. Ohne, dass du jetzt zu der EU dazugehörst oder nicht. Das spielt eigentlich alles keine Rolle. Das heißt, die würden keine Aussage auch über die Schweiz machen müssen. Sagen wir mal so, der Black Day eintreffen sollte, wie die, dass das prophezeit wird mit allen Konten löschen, dann wäre in der Schweiz genau gleich so betroffen. Ja. Ich denke mal, dass die Tussi von YouTube das Ganze nur hochgepuscht hat. Ja, das ist ja so. Das ist ja auch so. Ja. Löffet ihr Tobias Traktor L17. Willkommen ins Leben. Am meisten L19. Nein, wir können das nicht. Das heißt, das wird ab 20. so wie alle anderen. Und Norman Rohde. Moin Moin. Hallo Norman Rohde. Und Norman schreibt Grüße an ProDAX. Ja, Grüße zurück. So, ich muss jetzt auch noch was dazu sagen. Dass diese Aktion, was heute hier stattfindet, durch einen eigentlich losgeht. Und das ist unser netter Herr Neidwurst. Der hat die ganze Sache angezettelt. Ich glaube. Schon wieder mit einer Neidwurst. Das ist ganz böse. Ich habe schon wieder mit einer Neidwurst. Unschuldig, schreibt er. Ja. Du, vor allem Thomas, weißt was wir auch noch mal machen müssen? Was denn? Und zwar Matze 88 bedanken, dass er das ganze vorbereitet hat. Ja. Hab ich vorhin auch schon gemacht. Ja. Ja. Boah Leute. Das Einzige, wenn ich heute Dirk sich nicht bedanken für die ganze Spenden. Wo sind denn die alle hin? Dann kann ich mich ja auch bedanken für die Einladung, dass ich überhaupt hier teilnehmen darf. Oder meine Unprofessionalität, dass er auch zwischen den ganzen seriösen Leuten mit erscheinen darf. Das ist, sag ich einfach mal, ein großes Dankeschön. Dafür für die Einladung, oder? Äh. Oh. Oh. Ja. Die Einladung kam von Herzen. Ja. Es macht einfach Spaß mit dir zum Stimmen. Genau. Der heutige Abend, also macht einfach Laune. Und ich habe schon oft gesagt, ich habe schon früher auf YouTube oft gesagt, Größtes Dank geht es immer an diejenigen, die nicht im Hintergrund arbeiten, wo man sich hier gar nicht hört teilweise oder nicht sieht, sind teilweise Moderatoren von den ganzen Kanälen, sind Leute, wo im Hintergrund jedem einzelnen Streamer helfen und und und, egal in welcher Gruppe oder welchen Zusammenhang sie gehören, der Dank geht am grössten. Weil ohne sie wären viele die Aktionen, die stattfinden, oder viele solche Streams gar nicht möglich. Das heißt, all die, die im Hintergrund sitzen meistens, und die Fäden ziehen und mithelfen und mitwirken, von denen hört man meistens in den Streams nichts, aber ohne die wäre das alles gar nicht so machbar. So sieht es aus. Das ist das. Äh, ich sehe schon den 2-Stunden-Stream. Joka, wofür? Du meinst wegen den 2.500 Abonnenten. Ähm, da lass ich mir noch irgendwas einfallen. Timmy, brauch mal deine Rohrlänge. Kann er nicht. Das war jetzt ne Nachricht. Mein Zug will nicht anhalten, Mann! Da musst du ordentlich sogar ein Rubbeln, dann wird's doch größer. Oh, Mats, da hat es doch geklappt, dass ich so viel geschmiert habe. Oh. Guten Tag! Hey, Wolle! Hey, Wolle! So schön, Wolle! Hey, Wolle! Oh, nee! Oh, nee! Der ist Lender! Oh, nee! Der ist Lender! Nicht schon wieder die Nervensäge! Das können wir aber besser. Oh, nee! Nicht schon wieder die Nervensäge! Ich konnte leider grad nicht rausklappen. Letztendlich schon zu 2.500 Funktionalabonnent. Joker, dankeschön! Joka, dankeschön! Matze! Ich müde mich da! Bei dem Fan, kann man da das Rohr auch verlängern? Nein! Man rubbeln! Leider nicht! Jimmy, was hast denn du für ein Feldgerät? Hahaha! Echt? Mit der Kürze liegt die Würze! Naja, mit der Kürze hat das ja nichts. Das ist mal ganz kurz in Wolle. Also, ich guck du mich auf! Ich gucke mich auf! Ne, ich fahre links rum! Gleich wieder runter! Ja, liebe Zuschauer, ihr seht, ich mache hier One-Man-Show. Keiner will mich abdanken, also muss ich mir selber einen LKW holen, dass ich mich abdanken kann. Tette, Tette! Ich muss dich erst mal suchen, du Idiot! Dirk, ich bin die ganze Zeit an der Bundesstraße! Ich bin die ganze Zeit an der Bundesstraße! Dirk, komm runter zu mir! Tette! Nö! Tette! Könnt ihr nicht! Dirk, sag mal, ich bin böse, ich stehe am Umladebahnhof, ich sehe dich nicht mal, obwohl dein LKW steht! Ja, weil ich jetzt gerade um am Feld bin, aber ich könnte vielleicht direkt den Zug überladen! Hm! Ne, das funktioniert nicht! Das funktioniert nicht! Ja, das hab ich so eingestellt! Ich will nicht beladen werden von irgendwelchen Traktoren. Hör mal, bin ich gegen? Ja. Hol. Dirk. Sieh mir hier, Moin. Er möchte nicht von irgendwelchen Rohren bestückt werden. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ist dabei lästig, mein Mann so gerne beladen. Ich hab hier ein festmontiertes Rohr zwischen... Sexy-Los. In der Leitung. Du hast ein festmontiertes Rohr. Auf dem TS ist ein neuer Mütze-Info. Alles klar, sieh mir. Kümmern wir uns mal hier rum. Hast du's auf dem TS? Ja, auf dem TS ist ein neuer Mütze-Info. Nein, du. Achso. Okay, ich weiß, ihr kümmer euch da rüber. Okay. Wir hatten mal eine gute längste Zeit bei uns. Kass! Was ist der denn jetzt hier? Was ist der denn jetzt hier? Der heißt Chris, dieser Türk. Der ist der, der die letzten zwei Tage bei dir war. Wäre jetzt sehr interessant. Der kriegt da hier, wo es raus ist. Alles klar, das ist der Joker. Alles klar, das ist der Joker. Und der ist so großartig ist. Ja, der ist so großartig ist. Ja, das ist der. Ah, okay. Ja, das ist ein Knie. Das ist ein Knie. Nein. Welches Knie? Welches Knie? Welches Knie von den 3? Hier ist ein Knie. Ich bin hier links. Der Knie ist im inneren Lager. Der Knie ist wieder verheilt. Man sieht die Verheilungsstelle sehr gut nach hinten. Da sieht man die Verheilungsstelle sehr gut. Das heißt, der Knie ist wieder in den Augen. Jawoll Carsten. Ja, gute Besserung an deinen Knie-Products. Aber nur sag mal, was für Änderungen geben Sie denn durch Artikel 13? Ergeben Sie da auch irgendwelche Änderungen für Twitch? Oder können wir dann sagen, wenn das hier irgendwie... Das spielt keine Rolle. Überall, wo du was hochladen kannst, wird davon betroffen sein. Ob das Facebook, Twitch, ob das Instagram, ob das Youtube, das spielt keine Rolle. Richtig. Es sind so viele Youtuber, die jetzt sagen, dann gehe ich jetzt nach Twitch rüber, da passiert nichts, das ist Schwachsinn. Auch Twitch ist ganz normal betroffen, wie Youtube, Facebook, Instagram, oder sonstiges, wie Prolox gerade sagt. Moritz, willkommen im Stream. Da kann ich jetzt auch noch mal... Immer nach wo du hochladen kannst, bist du betroffen. Da kann ich jetzt auch noch mal was zu sagen. Die meisten Radioinhaber, ja, für Internetradios, sagen, alles klar, dann gehe ich in der Schweiz, dann gehe ich über österreichische Server oder sonstiges Server. Da brauche ich die GEMA nicht bezahlen. Das ist genau so ein Schwachsinn. Ja. Wenn die Adresse des Radios, Radioinhabers in Deutschland ist, oder in der EU, wo die GEMA greift, sag ich jetzt mal. Ja. Muss der genauso die GEMA Gebühren bezahlen. Das ist es auch. Das liegt ja auch damit zusammen, wo deine Empfänger sitzen. Ja. Die einzige Möglichkeit für uns, YouTuber Deutschland, noch zu streamen, wenn das wirklich alles durchkommen sollte. Wäre über YouTube USA, dazu brauchen wir aber einen Splitter, das wir dann direkt über die USA streben könnten. Du hast aber ein anderes Problem. Du hast aber nächstes Problem, wo du dir einreitest, wo viele nicht überlegen, ist ja, wenn du darüber machst, dann müsstest du quasi die US-Mehrwertsteuer bezahlen, beziehungsweise US-Steuernummer, und dann müsstest du Steuern in US bezahlen. Genau. Ich weiß. Ja. Weil das ist ja nämlich zum Beispiel, wenn man sich Twitch einrichtet, und man denn so weit kommt, dass man zu einem Affiliate-Programm kommt, oder beziehungsweise, dass man das Ganze mit Baerbock-Schweiß halten kann, dann muss man angeben, bei Twitch beziehungsweise zu unterschreiben, dass man das Ganze nicht in den USA, dass man nicht in den USA wohnt, dass die Bank nicht in den USA ist, und Punkt 3, dass man den Content, den man macht, nicht in den USA passieren will. Also wenn du nicht nach Amerika gehen würdest, dann darf ich keinen Livestream von dort aus starten. Ja, dann kommt bestimmt, wenn du hier bist, das was bei einigen Videos jetzt auch kommt, dann steht da, der Livestream ist nicht verfügbar, weil er hier bei deinem eigenen Land gegen irgendwelche Urheberrechte verstößt oder so. Ja. Äh, der Polzermann ist wohl eine Fressmaschine, oder? Äh, Ja, Joe. Hallo, Sieben. Und die Polzermann muss aufpassen, man passt ja nicht mehr in sein Kleid. Okay. Auf dem Röntgenbild sieht man dein bestes Stück. Fui. Nein, da sieht man nur mein Knie. Was habt ihr jetzt? Guck jetzt. Wie hast du kein Knies gelegen? Ich wusste, dass du ein falsches Stück missboden hast. Ja, guck mal jetzt ins Trim. Sieht man da jetzt was anderes, außer mein Knies? Ich halte es nochmal hier. Ich will es gar nicht sehen. Ich halte es jetzt nochmal hier. Also ich habe mir ein Kniegelenk da einsetzen lassen, damit ich ihm knicken kann in der Mitte. Was sieht bloß nicht? Da sieht man auch, was Baume inzwischen fließt. Aber egal, ich kann nicht, dass es ja so lange ist. Sieh, Mädels. Jetzt kommt es wieder in der Mitte. Ich glaube nicht, dass der noch so lange ist, dass der bis zu den Kniegelen runterhängt wird. Den kann man wirklich auf dem Röntgenbild erkennen. Und zeig es bitte nochmal, meine Frau hat es nicht gesehen. So, also, das ist eigentlich noch einmal meine Knieoperation. Das heißt, Knie ist gut verheilt. Da sieht er ja Knieprothese, wie eingesetzt wurde. Das ist ziemlich gut. Du bist sicher, dass das dein Knie war, aber zu operiert haben. Ja, okay. Okay. Chris, einen wunderschönen guten Tag. Na, ihr Bestandscrasher. Ja, ja, ja. Wir haben hier keinen Crash drauf. Alles gut, alles gut. Ich wollte es gerade sagen, aber wir sind Land vom Feld. Jo, und wir sind verdammt schnell dabei. Jo, ich geb ja auch Volljahs nicht. Wir haben die Trailer auch nicht, ne? Natürlich ist es noch nicht. Muss ich mal reinbauen. Gucken wir gleich mal, wo wir uns noch anschließen können, mal, Uwe. Da hinten fährt ein Auflieger, ohne Zuchtmaschine. Haha, Leute. Da hinten fährt ein Mähdrescher, mitten im Feld, mit dem Getreide. Mittendrin ist das nur vorbei. Ein bisschen Getreide, muss sein. Harald, dann ist die Welt voll Haarverschleim. Hahaha. Und solange es nur Haarverschleim ist, ist alles gut. Ja. Hey, wie weit bist du? Haben wir jetzt auch gegen Paragraph 13 verstoßen, weil wir hier... Ja. Obwohl, das war eine Neuschöpfung. Ja. Die haben wir geklaut. War aber zu erkennen, woraus es war. Das ist nämlich schon ein Problem. Ja. Sobald du aus dem Lied, was du selber singst, erkennen kannst, dass es aus dem Originaltitel kommt. Kann das schon länger dauern, ich muss kranken. In 8 Tagen ist es endlich soweit. Äh, richtig Harald. Und zwar in 8 Tagen, 8 Stunden, 14 Minuten und 50 Sekunden. Äh, ich will auch auf den TS, schreibt Demir. Äh, nö. Ah, nö. Ja, nö. Stimmt ja gar nicht. Heute ist es schon soweit. Mann, Holle, ist schon soweit. Demir, du bist doch auf dem TS. Nein, doch. Ich hab jetzt auf Karneval. Wieso, ich darfst jetzt mit Ls 19? Ich hab schon John's Dieberger. Ach so, ja. Ich dachte auch, wir springen jetzt Ls 19. Die Jahreszeit hat angefangen. Holle, hast du bei dir nicht immer Karneval? Jaa. Dir ist immer Karneval? Ach, stimmt ja. So, ich werde jetzt noch was anderes versuchen. Dann mal... Bekommt ihr alles früher wegen YouTube? Harald, schön wie es gewesen? Nein, leider nicht. Und einen wunderschönen... Und sieh mir, Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Wollen, ne? An alle, die aktuell zuschauen, danke, dass ihr einschaltet, egal auf welchem Kanal, dass ihr aktuell zuschaut, auf jeden Fall tausend, tausend lieben Dank, ich hoffe, es gefällt euch das, was wir hier veranstalten, auch wenn es chaotischer ab und so geht, auch wenn ich probiere, gegenüber von den Jungs sehr seriös zu sein, die bringen mich jedes Mal aus der Rolle raus, das heißt, ich verleidete mich, dass man damit... Wann für ein Lellis, ey! Wann für ein Lellis! Das, wo man mal mit einem 1,20 m fährt, wundert mich, mich wundert's auch, aber ich wurde mehr oder weniger genötigt, ne, stimmt nicht, aber bei den Verhältnissen hier... Keiner trinkt mich ab! Na, ich komm gleich zu dir! Okay! Auf dem Rückkehr! Typ, du weißt, ich mag gerne nicht andocken! Dann hacken wir das! Eben! Jetzt sind wir schon wieder beim Thema, Alter, ich probiere ganz normal auf Landwirtschaftssimulator denken und die docken schon wieder ab! Ja... So, ich fahre jetzt meinen Rohr raus! Ich könnt' mal nen Abtanker gebrauchen! Unterwegs! Jo! Ähm, Dirk? Ja? unser ersatz mit fahrer ist schweiz ist not am mannisch wusste ich nicht ja wer weiß deswegen habe ich mit kassi gegeben okay aber dann können wir wieder nicht mehr versaut seine namen oder springt gerade über sich hinaus volker schreibt gerade bruder springt gerade über sich hinaus abfahrer wo sie die abfahrer ja freut mich auch schon die ganze zeit wieso weiß er was ich über mich hinaus spritze die älger die fahrer meinen die abfahrer nein doch am lehrmann da bist du noch lange nicht wieder da da steht schon wieder zwei das ist der kapitel abgehauen hör mal uwe alles 19 ne machen wir beide einen hofer ja und da ist er sie mir was hast du pro das imitiert ein schweizer schlepper brumm 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 ist nur die frage ob der auspuff oder schalldämpfer kein teil mehr dran ist ein joke nach dem anderen die erfolgreiche zu uns anders wir brauchen jetzt noch einen abkanker hallo hallo kobra alles egal hei ähm polzi wir haben ein u hier drin ich kann u ok warte mal ich bin gesetzlich 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 hallo tante semir die kobra die kobra ist die kobra ist hi roland oh nein liebe zuschauer tsemir hat keinen schlitterzähler drin er hört sich wirklich so jung an er ist auch jung weil er so jung ist richtig ich bin auch noch jung äh pass mal auf du und jung dirk dirk pass mal auf semir ist vielleicht jung ne aber versauter wie manch 90 jähriger oh ja und volker schadl bruders nicht äh springt nicht spritzen ooooh ha 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 bring ich denn jetzt die ersatz ja du bist ja selbst wenn einer raus geht kannst du weinen ooooh ok 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 äh kristal ähm kannst du eigentlich sagen äh unser maskottchen das kann man denken verstehen wie man gibt die aussage was erspringen wurden spritzen oder nine die aussage vorher wenn einer raus gehst kannst du rein ha 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 Dann bleibt er irgendwie lieber beim Andocken, ne? Das ist halt mal der Zugflieger da wechselt. Demir, du wolltest hier rein. Ja. Oben in der Eingangshalle ist der Chris. Jo. Dazu kann ich aber nur eins sagen, ne? Vergesst nicht eure Würstchen aus den Gläser zu nehmen. Ah, geht schon aus dem Glas. Läuft trocken. Musst mir aufpassen, dann. Ja, genau, Olli. Hahaha. Hallo. Ach, ich hab die Karte ja auch gar nicht. Doch. Sie wird's noch gar nicht, Alter. Simia! Jetzt komm ich schon wieder zu spät. Nimm mal diese zu spät, komm mal hier. Die Scherkel. Moment, Simia hatte heute, ähm, Dings. Schule. Schule, ja. Sonntagsschule. Simia, wie ist dein Turnier eigentlich gelaufen? Erzähl mal. Gut, zweiter Platz. Ja, schön. Glückwunsch. Danke. Ja, ist doch. Ich hab auch nichts anderes erwartet. Äh. Beim Simia sowieso nicht. Wo stecken wir denn schon wieder, der Dirk? Nein, von vorne. Weißt du warum? Von hinten kostet Zungensteuer. Ah. Bitte, die ist dahinten runter. Oh, ne. Was denn? Ja, Micha ist voll. Wuff. 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 Ja, ich denke die Karte. Thomas, plötzlich soviel da sind und hat's aufgeladen. Karte. So, wir haben das letzte Streifen, Uwe. Ich weiß. Und ich bin nämlich unglaublich voll. Ich bin teuer mit dem. Ja, das ist gut. Dann kann ich nämlich nochmal tanken fahren. Ja, ich leute jetzt ab und dann komme ich da und tanke ich dich, Uwe. Nein. Oh, komm. Wir haben ja schon hier voll, ey. Dann hilfest du auf dem Weg zu Thomas? Und dann suchen wir uns mal eine neue Ecke, wo wir mit einspringen können, wa? Hey, yo, Benny. Ah, weil der René kommt schon. Wollen wir da Gas geben? Jimmy. Das kann jetzt bisschen dauern. Ja, ha. Es ist ja noch gar kein Platz, wir sind noch mit 16 Leuten auf dem Garten. Okay, da hab ich einen Haus. Du hättest mal drauf gucken können, ich kann das mal schnell bleiben. Ja, richtig. Rund 8 Stunden und 7 Minuten und 8 Minuten. Ja, ma. Die Nase, du. Ja, was soll ich denn sagen? Hä, 4 Stunden. Acht Tage. Mensch. Ich hab gerade gesagt, 8 Stunden. Ja, 8 Tage. 8 Tage, 8 Stunden, 7 Minuten und 34 Sekunden. Okay. Ich wünsche euch mal noch viel Spaß in der Runde. Jooo. 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 Roland. 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 Ich hab mich schon gewundert. Hä? Warum rennt ihr auf jeden Fall? Ich kann dich aber sehr wahrscheinlich komplett abtanken, weil ich auch bei 70% bin. Der Schein reicht völlig aus. Äh, definitiv Volker. Ähm. Brudox? Ja. Sag mal, warum wackelt der Trecker eigentlich so? Ich weiß es nicht. Das kommt durch die Belegung von der rechten Rand hoch und runter. Ich wollte gerade sagen, Roland, das willst du nicht wissen, wieso der Trecker so wackelt. Oho. 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 Wenn Prodox dein Trecker wackelt, Roland, dann musst du immer ganz schnell sehen, dass du lang gewinnst. Ja, wieso? Mit der rechten Rand hochheiratet. Dann könnte er auf einmal ganz schnell weiß werden. Ach, der ist ja schon weiß. Wenn er auf die Vorkupple hat ja auch rechte Hand Urlaub. Ja, und wenn er aus dem Trecker rausspringt, dann muss er richtig Angst haben. Dann verfolgt er dich nämlich. Auja, der hast du die Arschkarte gezogen. Im passen Sinne des Wortes. Oh Gott. Ganz tief. Der hat bestimmt den Pendel-Mod im Hintern. Äh, Volker, den hat er auf jeden Fall. Den Pendel-Axen-Mod. Ganz ruhig, Dennis. Seh mir. Ja. Ganz ruhig, Dennis. Dennis, selbst schuld. Richtig, du hast den verzogen. Du bist schuld. Ich war ja nicht. Doch, Dennis, schuld. Ein bisschen schuld muss sein. Ein bisschen schuld muss sein. Aber es kommt ganz allein. Jans, seid ein bisschen leiser. Ich durste. Wieso, willst du schlafen oder poppen? Oh, nein, aber das ist mir zu wichtig hier. Voll. Oh, Mann, bin ich am Feldende. Ich bin am Feldende. Du hörst. Ich kann nicht. Du kannst ja konzentrieren, was ich hier mache. Wir haben ein gutes Stück weggeknallt, ne? Sie können sich nicht konzentrieren, Herr Prodax? Hennig, Achtung, die kommen von hinten und die Frauen haben mich schon ausgebahren. Und dann knallt's. Aber mit Schwung. Halt! Alter, wir sehen uns hier wieder. Was ist wieder, Junge? Wie? Du bist schuld. Birk, was hast du wohl schon wieder angestellt? Ich hab da nichts mit zu tun. Es war ganz allein. Es war ganz allein und hat es verdient. Du kannst ein Rohr einformen. Ich kann jetzt erst mal suchen, wo wir jetzt hinfahren. Warte mal, ich mach noch mal. Jo, Uwe. Ich weiß, wie der Hase läuft. Tester, definitiv. Also der ist hier auf dem Tisch. Nein, es ist alles Polzers Schuld. Ja, ich bin nicht schuld. Ja, ich bin nicht schuld. Du, dann warst du Österreicher nicht schuld. Dafür gibt's Fahnenübergehänge, Michael, damit man dort hängen bleibt. Und Schwellen. Ich dachte, in die Acker haben wir wegen der Community versaut ist. Aber was ich hier jetzt höre, ist niemals schuld. Aber, äh, ja. Jetzt haben wir ja mit Polzer und so zusammen. Jetzt müssen wir ja schlimmer sein. Diese sollen wir unseren Tiers versauen, ne? Natürlich nicht. Ja, ich bin nicht schuld. Problem ist nur, da sind eigentlich immer die gleichen Leute momentan drin. Ach, Jörg? Ja? Der Nightboard hat mich eben gefragt, ob ich tanzen will. Kannst du tanzen? Hast du wild mit Ja geantwortet? Ja. 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 Tja, dann hast du das Spiel jetzt verloren. Ähm, also, ne. Nicht der Arme, siehe mir. Der hat's faustig hinter den Ohren. Der hat es noch dicker als wir hinter den. Ja. Schau mal, es ist genau die richtige Arbeit jetzt. Angegessen. Mählischer Fahrt. Jörg? 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 Brodak, war das ok? Jörg? Nö, Mann. Mö, ich zue mir einfach. Jaja. Der Vogel hat ihn ganz mal so trockener. Jaja, jawohl. Brodak, war das ok? Alles gut, alles gut. Juuu? Jauw, nicht, Jörg. Das ist verkleidet, Sebiot. Ganz trocken und eiskalt. Ja, sehr. wenn er nichts kann, aber so was verwandeln, das kann er das stimmt mir reicht noch bis zum Ende? wenn er nichts gelernt hat aber dann hat er nichts gelernt also ich, Junge ähm, muss ich nehmen, so und dann halt da ist das auch praktisch gewesen, wer hier vorne in der Mitte die Friegel-Überladestation hinzustellen im Prinzip, falls oben am Zug zur volle das ist genau unterhalb, genau gegenüber vom Acker ein Verkaufspunkt wo die LKWs uns auch abladen können nein, das meine ich gar nicht hier in der Mitte die Friegel-Überladestation hinstellen dann können die Abfahrer da reinkippen die LKWs bräuchten nur zack 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 runterfahren weißt du? ich brauch erstmal was zu essen hier ja, das hab ich auch von gebraucht aus dem Wald dann erst mal herrichten und dann haben wir mit eingelassen ähm ja, Jimmy mach es Oli hat nicht gereicht aber was mir auch mal interessieren würde ob das Giants jetzt endlich mal vielleicht schaffen würde das ganze auszubauen dass auch mehr Leute im Multiplayer spielen können nein, dass wir nur 16 du hast vorhin gesehen, was bei 16 auf dem Hof los war ich bin schon mal vor, die verdoppelt das auf 32 ja, das wäre es ja, was willst du dann? dann hat jeder nur 2 FPS oder was vor allem mit den ganzen verschiedenen Internetreibungen wäre das sowieso problematisch ja, ja, ja ja, ja, ja meinst, was das schon Performance kostet wenn du jetzt vier Höfe machen kannst beziehungsweise vier Teams machen kannst das wird ja schon fressen ohne Ende ja, ja ja, ja ja, ja aber gegen Fragen zwar wie groß ist das Feld bitteschön 6.1 Hektar richtig also groß okay wir sind bald fertig okay ich würde denken die Dame ist froh, dass sie Zucker mit mir gerodet hat das ist ja auch krank, ne? 6.1 Hektar an Zucker das hätten wir ja auch machen können falls es einem langweilig ist ich hab noch ein Savegame mit Pappern drauf auf der Feld Kief, Kief ich mach mal die Karte auf ich mach mal die Karte auf dann gucken wir mal ich will mal sagen nicht wirklich die Hälfte klappt die Hälfte ich will mal sagen ne wieviel Tonnen wir schon runtergeernt haben? also mein Zug habe ich jetzt gerade eben zum vierten mal geleert und der fast 630.000 Liter ja, aber klappt zur Hälfte kommen wir schon langsam hin nein, guck mal nicht ich weiß nicht, wie ist das Feld in achtern 7 Stunden und noch 15 Minuten so kann man es auch sein stell dir vor ihr müsst euch das den kleinen Dreschern ne, will ich dir gar nicht vorstellen wie heißt der Mensch der zum Schein was wirft? Steinwerfer Steinwerfer? ja, stimmt wie was? ja, wie heißt der Mensch der zum Schein was wirft? Steinwerfer wie heißt denn eine Frau ohne Beine? ist das Monster schon wieder da mit irgendwelchen Aufgaben? naja also wir sind noch nicht bei der Hälfte wie warst du Monster? Michael komm ran hier ja ja ich war gerade Karpfitters ja halt wie mir am Arsch ja, ich hab mir mal ein Kaffee ausgetrunken komm schon, ich komm schon bist voll? ja, 9000 da ist drin wir machen da unten erst Jimmy ja, ich fahr schon mal ne Runde weiter man muss sagen, für die 4 Stunden haben wir schon die ganze Fläche runter geholt ja also das knackt mal heute vielleicht noch heute noch das Feld Michael, bist du gefallen? trink dir Schnaps äh ich glaub es braucht nochmal wieder einen äh, ja da fährst du auch gerade bisschen Zielwasser nachkippen ja ist Karpfuck 40 gerade das die Lkw muss das hier pro Meter anziehen das nennt die Moll Uwe, ich glaub wir bleiben hier so auf den Höhen ne? seitdem ich auf dem Drescher sitze was, brauchst du was zum abkranken? ja ja, mit 20 kmh ist ja auch kein Wunder dum Jimmy, bist du voll? 3 äh, wieso Pils? ich bin jetzt wieder leer und die ist schön eiskalt, ne? ich nehm auch mal einen Jimmy Jimmy, warst du jetzt ganz voll? nein, Jimmy wo du abgetankt hast? 97% 97% ich muss denken, ich hab jetzt eine ganz schöne Ecke runtergekloppt alleine ey wo Uwe Brummi und ich auch ich am Glocken Brummi und Uwe am Abfahren nach dem Tausch ja, aber sein Bruder tut zwei Abfahrer hast ich fahr hier den Dirk alleine ab ich habe einen Abfahrer und zwar einen Uwe was machst du? ich bin zwischendurch beim Dirk, beim Robert, beim äh beim Dennis, beim Jimmy bei euch jedenmal, aber sonst bin ich viel ne, die LKWs wieder unten bei der 18 wir stehen immer an der 18 wir stehen immer an der 18 und Jules schreibt die Mutter klärt die Tomter auf die Wildes kommen da raus, wo das Schwermall reinkommt bereif dich die Tomter entsetzen an den Halt und guck scheiße, dass wir denken brauchst du denn? ich bin voll ich bin voll kannst dein Rohr drinnen lassen ich bin voll komm komm Uwe das war jetzt ein Kompliment an dich ich weiß die ist voll weil er von dir kommt du so, ich bin jetzt mal ganz kurz ein Befürchen ich werde jetzt mal den Braten in die Ofen schieben oh den Braten an die Röhre wollte ich grad sagen heiße Röhre ich dachte du wolltest noch mit Raten in den Ofen also mach den Halsschl na genau so warte ich dachte du wolltest keine Kinder mehr na oooh du weißt du was an mir wie Sie mir da kommt der Kinderwunsch doch noch ganz nah oooh 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 wacke okey au wacke oooh oooh was ist das für ein kleiner Fülltee hm hmm leider nein leider gar nicht Georg was heißt du darfst was der Hökel guckt starkkräftige Wortwahl hehehe äh Michael äh äh wenn du eh die ganze Zeit nur in Dirk abkrankst warum nimmst du dann ne Kleiden LKW da fährst du mit deinem Schlepper da die ganze Zeit übers Feld anstatt da einfach den LKW nimmst und dich da drunter stellst oh Marcel frag gerade sie mir willst du später mal Kinder haben das weiß ich jetzt nicht haha überleg's dir ich glaub nicht haha ey noch so'n nach vorne Gott ich wollte's gerade sagen noch so'n versauten wie Seemail oh scheiße zettel haha ah dun ist Michael du musst die Schütte ein bisschen runterkippen ja bitte Jimmy ich seh's selber unten schlimm oder ja 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 selber abdanken nicht vorzumachen ah magjörg der Uwe ist noch nie leer aber ich will gar nicht ich will gar nicht ja der Uwe ist gleich schon wieder voll ja magjörg ja jetzt sind's wieder zu viele Drescher glaube ich mal zu viele Drescher sind auf meinem Drescher sind auf meinem Drescher ich bin mit meinem Scheiden heimikörer 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 meine Prozentanzeige rast trotzdem in die Höhe da musst dich halt deine Abfahrer mal bitte schicken ja ja kenn ich irgendwoher meine steigt nicht und sinkt nicht also ja warum wohl Prozent Prozent noch zehn Kubik bitte eine Kunde wird auf jeden Fall ja mich halt ich glaub das wird eine Nullrunde für dich ja 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 ich seh das ja ich seh das äh so wo bleibt der nächste LKW ja aber die ich muss sagen alle ihnen was zuhören macht schon einen riesenlaut ich muss mal kurz für kleine Jungs ich bin gleich wieder da ja 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 w China noch wundern ja knapp ja 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 nicht Hallo, ich habe keinen Kurs. Seit wann ist der Zugführer? Schon den ganzen Tag. Ach so. Polster, ich habe keinen Kurs. Weil ich fahr' per Hand. Gartenlang. Oha. Findet ihr Fehler. Wollt ihr uns gar abgetankt werden? Nee, nee. BLS. Wir tanken schon eine D ab. Au, Kios, deine Augen. Matze, kannst du irgendwie anders stehen? Nee, Marcel, das ist nur noch gar nicht über 18. Dieser Bahnübergang da, ne? Und wärst du über 18? Da müsste ich ja gehen. Kannst du anders stehen? Ich komme nicht rein. Oh Gott. Genau. Stell dich mal ein bisschen breit rein. Ich stelle dich mal anders aus. Ja, da können wir gleich an. Was hat er eigentlich gemacht? Was? Ich stelle mir gerade so eine Frau vor, so Albert und Spagat schon. Wir machen jetzt hier weiter. Boah, Kopfkino. Ich glaube, da war ein Fehler. Ich glaube, da war ein Fehler. Lass uns mal ganz oben am Kartenende rüberfahren und dann von da aus dem Polster entgegenkommen. Oh. Oh. So, René, ich schläft nicht in der Nacht. Doch, ich auch. Nee, dann macht er was anderes. Äh, ja, ich witz. Oh Gott. Ja! Ja? Ja? Hier steht nämlich auch ein Drescher rum, der nichts tut. Oh, Nic. Ja, da warst du auch so gern. Dann mach er da einen Elben weiter. Nee. Ja, wir fahren den ganzen durch. Oh, frühstück sehen wir. Wir kommen noch ab. Ähm, das doch. Ja, Tommi ist das. Kimi! Die Musik, wo jetzt aktuell abgespielt wird, wenn er eine Verleitung zum, äh, zum, äh, zum Strip ist. Ey, dieser Elgade schwimmt. Das ist doch nicht normal. Oh Gott, das ist Georg. Alter, das ist schön. Oh Gott. War er sie mir? Ja, irgendwie. Okay. Uwe, bist du unterwegs? Ich bin unterwegs, ja. Tessa, ich bin unterwegs. Der ist bei mir, ja. Rossen abtankern kann man eben, oder was? Jo. Aber Uwe, du hast jetzt nie bei Jimmy abgetankt, oder? Nein. Minimal. Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Wie kommst du da rauf? Der Doktor. Schreibt bitte ausziehen. Okay, Doktor. Weil auch da hinten so einen kleinen Füttel dringelegen hatte. Irgendwann machst du den Weihnachtskalender? Was für ein Weihnachtskalender? Was für ein Weihnachtskalender? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, wir brauchen wir heute den Poltie abtranken. Den mit den Nacktfotos. Ja, okay. Wer weiß, der könnte eben zu mir fahren. Ja, okay. Was habe ich mitbekommen im Kalender 2019 voll mit Dirk? Kriegen wir ihn? Kriegen wir ihn? Oh, nee. Aber nur oben ohne, wo dir? Oben ohne Haare? Hättest du so gerne. Ja sicher, oben ohne Haare. Was habt ihr denn gedacht, ihr Ferkel? Tester, warte mal. Fertig. Hier, ich habe hier gerade einen Schneider-Olia gemacht. Den wird der. Falt, ich komme auf meiner. Ich stehe direkt auf der 18. Oh, das ist eine geile Aussage, weil die stehen alle auf der 18. Ach so. Kommst du mal bitte zu Feld 18? Äh, nö? Mach ganz schön. Jawoll. Louis Richter. Morgen, grüß dich. Oh, ich bin bis hinten am Rand durchgefahren. Ja, ich bin gerade erst wenn sie beim Abland geschlagen. Der mit der Nullnummer. Ja. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, alles gut. Deswegen, deswegen war ich auch schon eben im LKW genutzt. Da kommt Triste. Leicht. Tommy? Ja. Hast du gerade in meinem so 2-3 Sekunden Platz bei dir in deinem Anhänger da? Warte, er lutscht mir, das ist vorher leer. Oh. Ah, nee, dann lass mal lutschen. Und leer? Nee. Ich glaube, Rudak hat Drogen genommen. Wieso? So. So. Der hört sich irgendwie halt nicht gut an. Wie kommt du da drauf? Wie kommt du da drauf? Doblarone pur gelöst. Ja, ja. Doblarone pur gelöst. Ich bin voll. Ich kann schon, ich kann schon, ich kann schon. Wenn du wüsstest, wie ich schnell sein kann, dann würdest du davonlaufen. Glaub mir mal. Ich glaube, der braucht man ja mal eine schöne Nacht, seiner Frau. Uwe verlangsam. Uwe. 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 Boah, ey. Junge, kam das gut. Und was, das Essen? Mhm. Bitte keine Details. Ja. Ja. Ne, bist du voll? Sie riecht mich nicht. Sie riecht mich nicht. Sie riecht mich nicht. Uwe. Ne. Boah, ist weiter. Ja, du kannst mich abdanken. Komm, äh. Bummi. Ja, wo bist du denn? Äh. Ja. Genau. Warte mal, hier kommt mir grad E9 entgegen. Feld 33. Fahr weiter. Bummi. Ja, ist super. Ich fahr mir nur zur Zeit, wo mein Abfahrer ist. Boah, am letzten Eck fahrt der rum. Ja. An der äußersten Ecke. Ja. Ja. Gibt es auf der Karte viele Creme? Ja. Ja. Oh, nee. Hier ist so. Ihr wisst, was Creme plus mich passiert. Du, ey. Du fällst immer rein, oder was? Ja. Bring doch mal drüber. Was sagt denn überhaupt die Ölproduktion? Wir müssen doch bestimmt die Ölquellen gleich auch noch mal da entleeren, oder nicht? Ah, nee. Du bist gerade jetzt auch gestanden für den Film. Okay, Renni. Okay. Oh mein Gott, wer will sich entleeren? Ich hab mich grad entleert, Prolax. Ich hab mich grad entleert. Andere Leute gehen um die Zeit, äh, gäbe ich schon bald wieder ins Bett, du? Wir haben eine Strohablage gemacht. Wie ist das Wetter bei euch Leute? Bei mir ist prächtiger Sonnenschein. Bei mir auch. Bei mir auch. Okay. Oder Regen. Und Grau. Bei mir ist dunkel und feucht. Okay. Und 36 Grad? Ja gut. Bei mir ist auch feucht, aber das ist anderes Thema jetzt. Boah. Wo da? Dunkel, feucht, 36 Grad passt. Das geht so nicht. Wie denn? Wie geht's denn denn? Kannst du mir zeigen? Äh, nee. Also. Ich glaub, der Polzi braucht mal einen Abfahrer, der steht da, macht nix, die Pauli ist okay. Ja. Machst du doch schon die ganze Zeit, oder nicht? Ja. Und ich glaube, der Roland, wer jetzt weiterfährt, der fällt vom Mep runter. Roland. Ich brauch nochmal drei Anhänger. Roland. Achtung. Ja. Der Roland ist eingeschlafen, wenn ich jetzt nichts gesagt hätte. Ich bin voll, ich hab den Uwe gerade abgetankt. Okay. Dann komm ich wieder zurück. Da ist Uwe wieder voll, da tanke ich ihn wieder ab. So ist das. Sonne 14 Grad und das im November. Genau schon nicht. Es ist mega warm. Es ist wirklich ein schöner sonniger Tag. Ein wunderschöner sonniger Tag. Viel zu warm. Oder viel zu warm. Oh ja, mir ist ganz heiß. Ich will mich schon ausziehen jetzt langsam. Dann mach doch, mach doch. Feist liegen feist liegen. Willkommen in meiner Welt. Ja, aber ich will ja meine Perücke nicht zeigen. Das heißt, ich muss so jetzt meine Haare ein bisschen schön auf die Brusthaare drauftrechen, weil sonst sieht das alles ein bisschen so schwuppig aus. Da muss noch die Haare auf die Brustklein und die Titten weich werden. Äh, Diak? Ja? Diesen Satz von Jesse, den überlese ich jetzt mal. Ich will nicht wissen, was sie im Bett gemacht hat. Du, sie ist früh zu Bett gegangen. Alles gut. Aber aus dem Bett raus gekochen. Lass mal vielleicht was feiern. Ja, das meine ich ja. War halt der Kilo, war ein bisschen aggressiv, oder? Hahaha. Ja, das ist 17 worden. Da fehlt nur noch Google-Bandstange. Oh ja. Äh, ja. Ich kann ja sonst ein Mikrofon-Halter nehmen als Denstange. Alles andere bringt gar nichts. Jimmy, sollst du dich damit abtanken mit nebenbei? Äh, nur frag mich vorüber. Ja. Ja. Wo bist du denn? Ganz unten rechts ziemlich. Da, wo wir gestartet haben. Uwe weiter rankommen. Und du hast wieder der selbe Scheiß. Uwe. Du hast den Tweet. Du hast den Tweet. Du hast den Tweet-Trescher, du hast anderthalb-Trescher. Hast den Klaas und den Fend. Will mal schauen, was er so treibt. Finde den Fehler beim Fend. Ich hab mein Spaß. Oh, was hat Lüftchen genommen? Hat er nun gejordiert? War schon. Alter. Oder ein Klaas. Moin. Uwe. Uwe. Ich glaub, bis hoch. Ich freu mich noch auf den T9, ideal T9. Da wollen wir mich nicht drauf. Ja. Schon gut so. Weil ihr habt dann ja alle die gleichen langen. Woher richtig warte ich drauf wäre. Ach, hör mal auf mit diesen Klaas. Der Fendt hat bloß ein kurzer. Ja. Äh. Ja. Passt doch zu Jimmy. Wo war's er eben? Jimmy hat kei Druck mehr. Von kurzem. Was aber Jimmy tun? Ach, hör mal. Von dem neuen Miet. Von dem neuen Miet. Oder schon. Sehr gut. Wie war's? Navjot Singh Navi. Hi Bro, how are you? I'm fine, thanks. Hello Navjot. Das merk ich schon mit dem beim D-Zuschauer. Ja. Und ich schmeiß noch mal ein Moin Moin alle neuen Zuschauer raus. Schön, dass ihr alle seid. Und liebe Zuschauer. Wenn ihr noch nicht bei unserem Thomas Kolzer drüben wart. Ist mir bitte eingefallen. Unten in der Bibelbeschreibung. Findet ihr in den Kammer Thomas. Kolzer Unko Österreich. Bitte einfach rüber gehen. Lasst ihm bitte ein Abonnier. Weil wenn er 555 Abonnenten hat. Muss er in dem Wald in einem rosa Tutü. Und uns den Schwanwalzer tanzen. Deswegen ganz schnell rüber gehen. Bleib stehen Tommy, bleib stehen. Findet ihr den Lieben von ihm. Und abonnieren. Wo seid ihr auf MTS? Jesse. Wir sind bei Thomas auf MTS. Ne. Ausrufezeichen Kolzer findet ihr nichts. Oder? Doch. Danke Sü. Danke Thomas. Termin. Habe ich Thomas ein Wort eingebaut? Äh. Cool. Er scheint schon. LKW? Wir? Wir werden halt. Äh. Ja. Genau. Ich nehme weiter vor. Äh. Mach mal weiter vor. Moment. Waffel, du solltest mit einem LKW watschen. Ja. Ist schon nicht mehr weiß, ne? Der sieht schon aus. Nein. Definitiv werde ich nicht betanzen. Schon gar nicht im rosa Tütü. Nein, im blauen. Vergiss es. Okay, jetzt doch im lila bunt karriert mit kleinem rosa. Nein. Eher im grün richter das Ding. Ja, oder so. Waffel, extra für dich. Hier am Getreidelager bei der Werkstark. No. Hochdruckreiniger hingestellt. Ja. Aber ich werde jetzt auch oben gleich einen Feierabend machen. Erstmal. Ich weiß nicht, wie lange ich mache. Weil, gibt ja gleich noch Damen zu suchen. Oh. Oh. Ja, die Oma kommt zu Besuch zum Kaffee. Denk nicht, ich bin groß mit rein. Kommt rumi, Else. Oh. Bei der Oma. Bei der Oma. Binde den Fehler. Robert, das Öl her. Einfach. Voll. Das heißt, da können Sie mich jetzt da gleich mal mit rein. Okay. Ja. Ob, Oda. Ganz ruhig. Du. Sehr gut. Und dir? Okay. Vielleicht muss ich mal was gucken. Oder in der Torte. Wo ist der Robert? Ich frau weg. Ich. Ohne 20 Minuten. Dann ist der Donner fertig. Was denn für eine Bambusleitung? Hast du nicht vor einer Stunde schon angefangen? Was? Was? Ich würde dem Haus von ein bisschen mehr zu messen gehen. Genau. Stell man hier nicht unter das Rad. Mama hat ihm das Taschenglück gekürzt. Mama hat ihm das Taschenglück gekürzt. Das kann das Meerschweinchen nicht mehr füttern. Was? Wollten Sie das zu Franken oder was? Ey Waffel, was hat denn dein Anhänger für Kapazität? 61,3. Kann ich da deinen LKW nehmen? Weil sonst... Kannst du machen. Hier sind 3 Meter schon hier unten. Das schaffe ich nicht mit den 3.000 Litern immer. Dann nimm einen. Ich will auch mal LKW fahren. Kannst du machen. Du kannst Scania nehmen. Ach cool. Aber sonst. Ach cool. Aber sonst. Und jetzt. Jesse, du musst mal bei Thomas rüber gehen. Ich weiß nicht, ob er seinen TS dort verlinkt hat. Und in der Videobeschreibung findest du den Link da unten, Thomas. Oder du haut ihn gerade rein. Semi und den Scania kannst vergessen. Warum? Der kriegt den Scania nicht gehindert. Kannst du mal einen Akkopf fahren. Der MAN ist aber genauso kacke. Also das heißt kacke. Die drehen halt auf dem Feld schnell weg, ne? Ja, eben. Das ist so beim Scania. Keine Traktion. Das ist beim TGX das auch so. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Der Akkopf hat er auch. Direkt von der Kurve. Ja. Ja gut, die sind ja auch nicht dafür gemacht. Richtig, die sind für die Straße gemacht. Und nicht für den Acker. Richtig. Genau. Würde die Aussage. Ja. Ach halt. Ich weiß nicht. Tommy, fahr mal zum Dirk. Wollt den der Dirk? Dirk, wie lange machst du heute? Äh... Keine Ahnung. So lange wie ich Bock habe. Ja, ich würde sagen, so lange wie er Bock hat, bis es Feld weg ist. Spätestens Viertel nach neun bin ich weg, weil dann muss ich in eine Kiste. Ich muss in zwei Uhr wieder raus. Gibt's nicht. Ich muss hier strichen. Äh... Erzähl das mal an meinem Chef. Heiß Ausreden. Dirk, gar kein Problem. Wenn er den Ausfall bezahlt für dich. Äh... Volker, fertig ist es. Ich glaube, so lange bis das Feld fertig geerntet ist. Es ist ja bald fertig, wenn ihr so weitermacht. Naja. Das wird doch in zwei Tagen jetzt fertig sein, das Feld. Was? Wir haben schon einiges geschafft. Also Leute... Ja, das stimmt. Aber wir haben schon ganz schön was weggerufen. Mal schnell gucken. Ja, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte langes. Äh... Da bleibe ich jetzt beim Dirk miträumen. Ja, das stimmt. Hi Jesse! Hi Jesse! Oh nein, nicht schon wieder die Laute! Erstmal brauchst du, glaub ich, Rätten zum Reden, ne? Ich hör überhaupt nichts, ich wollt grad sagen. Boah, hau rein! Ich brauch doch noch eine Rätten zum Reden, dass sie kurz sich vortreten. Ich sag doch was! Jetzt, jetzt! Ich wollt grad sagen, schüchtern zu reden. Folgen bitte den Trailer! Leise! Ja, bin ich auch nicht gewohnt. Ja, ich will nicht mal, hier sind 18 Leute im Channel. Und dann eine Frau, mit wieviel Kamer auf Herzen, Dirk? 20, 21. Ja, okay, warte mal, 18 durch 1... Boah, kriegen wir hin, was? Was? Na Uwe, komm doch noch ein Meter! Bin doch schon drauf! Alter! Ich bin sofort wieder da! Ich bin sofort wieder da! Bei unserem Polzern! Hm? Was sagt eigentlich dein Abostand? Weiß noch gar kein Glück! 513! Hm! Findet den Fehler, liebe Zuschauer! Also, da geht auf jeden Fall noch was! Seh ich ganz schnell rüber zu unserem Thomas Polzern! Link findet ihr unten in der Videobeschreibung! Gebt ihm ein Abo, dass er in einem Ping-Tutü im Wald tanzen muss! Baby Gaga! Danke für deine Follower! Cuckuck! 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 Schon wieder da! Pufft's aus dem Busch! Das wollte ich! Hab ich nicht verpasst! Hab ich alles mitgenommen bis jetzt hier, oder? Ja! Genau, Marcel, auch so ein Polzern! Ach, Jessie? König ist ja da! Hallo! Hi! Na? Hat keiner so ne Kamera? Hört aber heute, dann warte ich auch mal viel abwenden tut! Die hört sich groß glücklich an! Ich glaub, sie hatte heute irgendwas im Bett! Ja, bleibt drin! Habt ihr was im Bett? Nee, hab ich nicht! Jessie hat nichts an, die kommt grad aus dem Bett! Sie ist jetzt mal bei mir auf dem CS! Ja, die klingt so jung! Jessie ist schon mensiert! Ja, aber sie klingt grad so jung! Okay! Ach, der, der klingt wie... Nein! Jetzt mag ich Würfel! Auch nicht! Nein! Jessie... Jessie ist noch müde! Jessie muss wieder heuer mitgehen! Jessie würde ich mitnehmen! Jessie würde ich mitnehmen! Nein, Jessie braucht halt mal einen Kaffee! Ein Kaffee ist immer gut! Aber ohne Kaffeemaschine wird das nichts! Ja, finde den Fehler! Ich frage dich! Ich dachte, Jessie braucht was anderes außer dem Kaffee! Boah! Mach den Kaffee doch per Hand und ohne Maschine! Ich konnte genau was herstellen! Es ist immer noch ne Frau da! Aber... Was er wollte! Kann man mal bitte ein wenig, ne? Gezlittet zu spielen! Niveau ranbringen! Dankeschön! Genau! Niveau ist keine Creme! Okay! Das ist echt krass! Also es ist ja schon eigentlich... Hier sind wir auch nicht gewohnt! Ja, genau! Aber sobald ihr eine frohe im Chat ist, dann sinkt das Leih auf Null! Und du mir leid! Jessi können im Channel und Niveau? Gute hast du das jetzt gesagt hast! Uwe wo bist denn? Und du gedacht! Nein, ich bin jetzt bei Jörg! Ich bin noch aufgetankt worden! Und wo ich das... Darf ich stellen was fragen, wo ich das Bläschen für die Wasserwage, das man Niveau hinstellen kann? Das heißt, wir müssen die Latte hochreiten! Ganz hoch die Latte! So, ich verabschiede mich erstmal, bis später! Alles klar! Navjord, du bist zurück! Cool man! Cool man! Oh, jetzt ist ein Platz frei! Ja, wie ihr seht hier, wir sind... Wir sind heute auf den größten Plätzen, die ihr in Farm Simulator spielen könnt. Und wir streamen mit mehreren Streamern. Und heute ist ein bisschen Chaos! So, ich spreche nicht so viel, wie ich in anderen Zeiten mache. Nur eins, nur zwei? Und Roberti, da wollte ich noch mehr darüber? Weil, wo Rainer gegangen ist, kam ja der Gerhus rein. Oh, das stimmt! Ich glaube, Jessi hat Roberti den Kopf umgedreht. Jetzt versteckt ihn auch eigentlich. Jimmy ist voll! Aber der Plotax macht jetzt auch noch halb per Stunde, der muss ja was kochen gehen. Der muss hapa hapa! Ah, der Robert macht auch nicht mehr allzu lange, der muss auch hapa hapa! Oh Gott, schon wieder voll! Oh Leute, macht's doch ganz einfach! Es gibt Telefonnummer, Pizzeria, ruf an, lass dir was liefern, Mensch! Aber nicht wie den Kopf! Und die Pizzeria war hier liefern, da kannst du vergessen! Du Scheiße! Komm nach Hamburg! Hier gibt's eine Pizzeria, die liefert die, darf man die Pizzer richtig lecker! Kommst du aus Hamburg? Ich bin klar! Ich bin klar! Ich bin nach Hamburg! Ich bin nach Hamburg! Ich bin nach Hamburg! Oh ja, Oli wackelt mit seinem Rohr! Also ich habe 100 Meter zu Fuß Pizzeria hier! Ich bin nach Hamburg! Ah, Oli, ja! Ich habe immer zwei Meter zu Fuß Pizzeria! Und die ist auch noch richtig geil, Jonas! Die kann Pizzeria hier! Ich probiere, dass wir da zusammen Pizzer machen! Genau, Jesse! Sieh mir, Duch und Kaffee, ja nee, ist klar, du bist schon aufgedreht genug! Das wäre sogar nochmal so ein Punkt, wo ich nochmal sage, ich komme nochmal nach Österreich! Alleinigster Pizzeria! Alleinigster Pizzeria! Alleinigster Pizzeria! Was wegen Pizzeria? Alleinigster Pizzeria! Wer ist doch gleich noch bei Jimmy Wolfmann? Ja, vor euch, ich weiß mir, ob alles reinpassen wird! Bei der Pizzeria tun sie wirklich noch mit Steinhovenofen und mit guten Holz, also wirklich hart Holz, noch die Pizza machen! Das hört sich gut an! Das schmeckt gut an! Ich schmeckt gut an! Das war also aus dem Grund, weil er liefert den Natholz! Das ist gut! Auch, ja! Nee, aber du merkst, wie du die Unterschrift hast, nur einen Elektroofen hast! Dann gibt's schon eine Steigerung Elektroofen mit Steinplatte! Aber weg hinten, Steinofen mit Holz! Das ist einfach eine Schlagwelle! Da gibt's ja nichts Besseres! Da gibt's ja recht! Nochmal mit den Noten! Saftiger Max! Moin Moin! In acht Tagen kommt der Luz-19 raus und... Ja, Oli, genau das! Ja, der kommt auch am 20. Saftiger Max! Bis dann! Ja, der muss ja alles Riechen rum und auch alle Druck ablassen, oder? Psss! Ohp! Ja, ein wenig, Oli, das ist klar! Alles gut, Tommi! Alles gut, nichts passiert! Wo muss das noch ein Jeep in den? Ich seh grad... Leggimorgel, Leo, vielleicht ein Frems! Okay! Soll ich mal den Link schicken, oder...? Nö! Okay! Wir machen keine Wärmung in fremden Streams! Oh, sorry! Das macht man generell nicht! Moment, ich fang gleich Hälse! Wuske ich nicht! Ne, sieh mir, sowas ist böse! Das könnte richtig Ärger geben! Okay! Passt nicht mehr alles rein, aber ein bisschen... Ich wollte da jetzt Fremung machen, für dich? Wenn jemand alles reinpasst, dann musst du drücken! Er wollte im fremden Stream unseren Link reinschieben, und das machen wir nicht! Nö! Wuske ich nicht! Es geht gar nicht! Es geht zwar nicht! Ich fang mal kurz für mich auf. So lange ist er bei YouTube noch nicht unterwegs. Für mich hab ich gerade gemacht, der ist leer. Achso! Also... Ich war jetzt mal ganz gemein und hab mal den Link vom Livestream, von dem Polster, hab ich mal bei mir in Discord reingeschmissen. Oh! Nee! Ja, nee! Bitte bitte Kommentar, aber auch über den Abos! Ganz richtig! Ich hab auch geschrieben, bin da gerade zu Gast! Sehr schön, wenn ihr Abos reinschmeißt! Ja! Okay! So Polster, halt uns mal bitte auf deinem Stand! Wie viele Abos hast du denn schon? Es hat sich noch nichts verändert! Viel voll! Ja, siehste! Wo sind die LKWs? Wo sind die LKWs? Ja, komm! Im Moment steht Polster, bei 13 Abos! Wie viel? 513? Jawoll! Ist doch schon mal schön! Wart mal, Anja Polster! Das schönste war ja natürlich gerade, wo Jessy gesagt hat, dass sie den Link vom Prodax bei sich reingestellt, ging der Kopf nach unten und die Hand ganz dicht an die Stirn so... Scheiße, noch jemand, der da mitmacht! Was? Was? Ja? Du tust mir gar nicht, Leute! Reiß ich je! Ja, aber das Gesicht war gerade göttlich, gell? Dirk! Ich hab keine Ahnung, also... Vor allem die ischemische Gründe, ne? Hust du den Gründe? Also ich seh hier ein MAN und kein Scania! Ich hol ihn ja gleich! Ist das dein Ernst hier? Willst du uns verarschen? Willst du uns verarschen? Du hast doch eben die ganze Zeit bei mir im Bett gelegen! Jetzt bist du schon wieder da! Oh! 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 Weg da! Die letzte Reihe gehört mir auch noch! Liebe Zuschauer! Jessi redet gerade mit ihrer Katze! Alles gut! Mit Katze! Ja, ja, das will sie uns weiß machen! Das hätt ich jetzt auch gesagt! Okay, sie redet mit ihrer Katze! Okay! Jessi, brauchst du einfach! Ich hätte noch neun Stück zu Hause! Dankeschön! Tromatisch, verschickst du jetzt aber nicht mit der Post, ne? Natürlich! Warum nicht? Hahaha! Bitte nicht im Umschlag! Okay, was los! Ja, ja, Katze hätte ich auch gesagt! Boah! Na komm Jimmy, ich lass dir auch noch was überkommen! Wir sind ja so ein bisschen, ne? Vorsichtig! Mit den Aussagen! Da hab ich doch gerade! Gib mir schon ganz, ganz recht! Jetzt kommen wir schon wieder angeschein! Jetzt kommen wir schon wieder angeschein! Wir wissen nicht! Na komm! Ich will auch die anderen Leute auch! Guck sie auf! Thomas, lass uns jetzt auch an! Das hört sich irgendwie verkehrt an bei Jessi! Äh, das ist normal, wenn der zweibeiniger Kater so schwer ist! Jetzt hört sich wirklich grad verkehrt an bei Jessi! Äh, ja! Das hört sich doch nicht so schwer! Äh, ja! Liebe Zuschauer! Da sagen wir jetzt mal gar nicht zu! Das wird auch mal die nicht zu sagen, oder was? Also! Also! Um das mal aufzuklären! Die Jessicon hat einen zweibeinigen Kater da! Äh, nein! Ja! 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 René! Nur damit er bescheuert ist! Oh Gott! Ja! 5 Minuten hast du ja genug fertig! Ja! 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 Da weiß ich! Ja! Nein! Du durst mal auf euren Munnigen! Nein! Wie lange wir schon geschafft haben? Das soll sie zu holzen! Das ist über 18! Äh, nö! Ich denke mal die Hälfte haben wir jetzt! Macht dann Michael! Loco? Ja! Wenn ich hier schon sub-ho von der Kamera aus schaue, ey, da sind die vielleicht immer so schön runter geholt dann! Ach so Orang! Ich denke mal die Hälfte haben wir noch! Ja! Sag mal schlafen die hier oder was? Ja! Schlafen! Ja! Wer will mit dir schlafen? Das, glaub ich sofort! Oh nein! Ich fahr weiter drüben hin, Thomas, ne? Wo auf das? Da wo? Geradezu oder? Ja genau, geradezu runter. Ich mache hier die Zeile noch weg, wo ich gerade bin. Ich bin schon da, Baby. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Wo bist du denn? Ja, oben weiter. Ja, dann komme ich erst da hin. Ich bin voll 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 voll. Aua, Uwe. Tommy, fahr mal zum Polzer. Ja, Polzi ist gleich voll. Ja, ich bin jetzt bald mit dem Jägermeister anfangen wir dann schon. Hoppa. Brauch hast du die Nerven. 11.000 kriege ich noch rein. Ich kriege noch 10.200. Jetzt schnüppel. Danke für dein Like. Und bitte ein Abo da lassen, mein Polzer Dirk. Hat er doch schon. Thomas Zene kann ich den noch abnehmen. Ja. Oh, und so quer fällt einem der Tommy weh. Komm ich ja mal ab jetzt. So am Moment sein egal hier. Ja, ja. Ja. Wenn du hier nicht checken denkst. Else, bleib jetzt noch stehen. Oh, dann sprich er auf zu singen. Der singt ja gar nicht. Bam, bam, bam. Was macht denn der Gun? Es ist eine Melodie. Es ist eine Melodie. Polzer? Ich fange jetzt hier an, ne? Ja. Nach zwei Minuten. Aber ich habe schon gesagt, Jungs. Ich habe beschlossen, dass ich jodeln werde. Jodeln? Jodeln? Ja, ich wollte gerade sagen, gib uns eine Kostprobe deines Quelles. Klar kann ich noch nicht. Ich werde jetzt anfangen zu lernen. Das heißt, ich habe mich einen Kurs angemeldet, weil er sehr interessant war. Das hat es geheißen, ich kann jodeln dort und am Dach stehen und runter. Was lernt man da denn als erstes? Lernst man da zuerst so atmen? Oder wie geht das auf so einem Lehrgang? Zuerst, lernst du dabei die richtige Bewegung unter Atemtechnik? Ja, ja. Marcel, das kann ich nicht auf Kommande. Polzer? Was? Es ist nicht so für Süßenschalken, sonst passt niemand. Ganz tiki. Ich habe jetzt keine Süßenschalken. Ah. Fendleer schreibt gerade, Jessica, ruf nimm mal deinen Discord Link. Ich denke mal bei jener Wiederbescheidung. Äh. Mein Discord Link? Ey, der Discord ist für geschlossene Gesellschaft. Für geladene Gäste. Wir sind geladen. Aber so. Jetzt war ganz nett. Ich kriege alle euren Arsch nicht in meinen Discord. Nee, ich hasse diesen Tod. Ich hab ja auch echt noch eine TS von der Chessie, von daher. Ach, dem rucklitz aber auch eine Hände. Voll. Ja, ja. Ach, Rollo kommt auch schon wieder. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo der Discord-Link ist. Wow! Wie, also, wenn wir tauschen? Alter, fall doch. Oh, ja. Ich will gleich LKW fahren. I love you. Ich will Gipsen zu mir. Okay, Jemi, du machst das, was da ist. Okay. Adrian! Adrian! Ich befülle jetzt den Zug zum siebten Mal heute schon. Ja, nice. Gut, so weiter. Nehmen bitte den richtigen Schrapesi. Und mindestens noch zwei Züge wirst du gehen? Mindestens. Aber jeder Zug hat eine Füllmenge von 630.000 Liter. Also ich finde das schon ganz schön heavy, was da runterkommt. Ja, ja. Das ist auch schön. Ja, und dem guten Team, weil es geht doch einiges weiter. Den Discord-Link findest du bei mir im Tomb Raider-Livestream in meinem letzten. Müsstest nur mal die Beschreibung öffnen. Kein. Ja. Das kann er nicht. Hm. Okay. Er hat nicht gelagen. Ja, dann. Total ist es voll. Tommy voll. Da reinschmeißen und dann hopp hopp. Ja. Jetzt hab ich hier einen Ordner und jetzt. Ja. Den musst du entpacken. Ja. Und wie? Ja. Mach dir dafür aber einen Ordner und schieb dir einen Allmod-Ordner da rein. Ja. Ja. Wo soll ich einen Ordner machen? Dokumente in MyGames. Du machst ja auf dem Desktop einen neuen Ordner. Den nennst du Polzer. Ja. Da schiebst du dann aus dem Download-Ordner den Allmod-Ordner rein. Ja. Ein wildes Fan-Play erscheint. Dann packst du ihn da. Ja. Dann schmeißt du den Allmod-Ordner wieder raus. Alle extra hier, oder? Ja. Du musst ihn entpacken. Ja. Du musst ihn entpacken. Hast du 7zip oder Benra? Das ist hier eine ZIP-Datei. Ja, ja. Die musst du trotzdem entpacken. Oh, was ist das hier steht? Äh. Ich geh mal kurz rein. Mach mal. Mach mal. Mach mal ein Doppel-Klick auf diese All-Down-Ordner rein. Boah, schau. Dann geh jetzt eigentlich ein kleines Fettstoff auf. Und dann kannst du in diesen kleinen Fenster kannst du die ganzen Mods markieren. Einfach hinter der einen Datei, hinter der ersten Datei in links klick machen. Danke, Tony. Und dann tust du das alles blau markieren, indem du das runter ziehst. Joe schreibt gerade, alle extra hier ist richtig. Äh. Achso extra hier, doch, ja. Kommt hier ein LKW? Okay, das läuft kurz. So, dann machst du dir schon mal einen zweiten Ordner. Den nennst du, äh, Semir. Und dann packst du alle aus deinem All-Mod, äh, aus dein Dokumente, MyGames, Funding Simulator Mods, äh, alle da rein. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Lässt du dir von irgendjemandem sagen, wie der Server heißt und das Passwort? Ne, komm mal. Name weiß ich schon. Ja, Passwort auch? Äh, ja. Gut. Dann kommst du dann vom Server. Ja. So, meine lieben Freunde, aber in einer Viertelstunde ist für mich ein Sensor. Ich mache auch in einer Viertelstunde Schluss. Jo, ich auch. Na, jetzt muss ich kommen. Sag mal, wie jetzt hier sind sie, ist nenn? Äh, sag das mal bitte mal nicht. Ah, mein Magenmel ist hier auch schon. Ich glaube, das ist hier bei deinem Brücken, ist das in der Ordnung. Aber die anderen Leute sind sie, nur weil ich jetzt aufhört, wie seid ihr denn drauf? Ist das immer noch in der Viertelstunde? Ja, halb abgeerntet. Ich weiß nicht, ich hab Hoffnung. Wie groß ist denn das Feld? Wie groß ist denn das Feld? Wie groß ist denn das Feld? Viertelstunde mal ne Pause, alle mal, in der Krüze. Ja, das können wir gerne machen. 10 Minuten oder so, dass alle mal rauchen können, was trinken, was essen. Ja, das können wir gerne machen. Ja, das können wir gerne machen. Können wir doch bitte in zweiter LKW, wenn die unten links und mehr rechts unten in der LKW mit hinkommen. So, rechts. Der LKW kann man gut nachdrehen, oder? Ich bin bei Polzer da. Ja, bei Polzer. Ja, da komm ich doch grad hin. Ich muss ja auch entladen. Ja, ja, das ist mir schon klar. Und da geht's wieder in der LKW, dass das am Laufen ist. Und beim Dirk dazu, da haut euch jedes Mal hin, wenn ich da auftauche. Wenn jemand will, kann ich ja gerne meinen Traktor übernehmen, auf jeden Fall. Also, meine Lieben, ich würde mich eigentlich ganz herzlich bedanken für das, dass ich mitmachen dürfte. Es hat mega Spaß gemacht. Bitte gerne. Ich würde mich ganz herzlich bei allen bedanken, die im Hintergrund gearbeitet haben. Das heißt, bei all den Moderatoren, Jungs, die die ganzen Sachen vorbereitet haben, dass das heute möglich war, wenn es hier zustande gekommen ist. Würde gerne allen Zuschauern und Zuschauerinnen in den Streams wünschen, einen wunderschönen Sonntagabend, guten Start in eurer Woche. Danke, dass ihr auf den Kanälen zugeschaut habt. Die, die jetzt noch weiter streamen, das heißt Polzer, Dirk, wer ist noch? Robert. Eure Zuschauer, noch viel Spaß weiter hin, guckt weiter zu, unterstützt die Jungs, sie machen das ganz toll, auch wenn sie halt nicht so seriös sind wie ich, aber ok, das ist ein anderes Thema. Das hat unser Pornoproducts. Auf jeden Fall, wenn jemand möchte, kann gerne mein Fahrzeug übernehmen an meine Zuschauer. Wie gesagt, ich werde jetzt ein Follow einleiten, irgendjemand, den könnte dort zuschauen, oder bei den Jungs auf Youtube. Ich poste die Suche jetzt noch nachher links rein. In dem Sinne bedanke mich ganz herzlich bei allen. Man sieht sich, man hört sich. Bis die Tage. Tschüss und bye bye. Tschüss. Schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht mit dir. Ich gehe jetzt nachher um die Toilette. Ich gehe jetzt noch auf die Toilette. Lassen wir das beschnuppern. Bei Prodax. Das ist Prodax. Ich gehe jetzt gleich noch mehr rein. Ich tange noch mal den Job richtig ab. Und Joe stoppt da. Der macht er von 17 bis 18 Uhr eine Pause. Und dann geht es weiter. Joe bei mir definitiv nicht. Wo los, Joe? Äh, so bist du voll? Ja. Also, wenn ich hier fertig bin mit der Spur, ist bei mir auch erstmal Schulz. Ja, ich hab auch noch einen Schluck drin. Ja, in 60.300. Also passt schon mehr rein wie beim Scania. Dann kannst du ihm ja gleich den Drescher übernehmen. Oder was weiß ich. Dann ist auf jeden Fall ein Drescher frei hier. Also, wie sieht es bei dir aus? Koller oder? Äh, ich hab 83 Prozent. Doppi, 88 Prozent. Dann kommen wir auch rüber. Äh, 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 äh. Du musst die Überlautung eigentlich abbranken. Okay. Ja, im Prinzip können wir einmal durchzählen. Wo seid ihr denn? Weil die anderen machen ja jetzt wieder auch noch ein Viertel. Es ist um 17 Uhr Feierabend. Dann, äh, Sehen wir nochmal durch, wie alles da ist. Und dann schauen wir halt eben, machen wir nochmal eine neue Aufteilung. Wäre was. Oh! Wäre am besten, ne? Ja. Und dann kann man schauen halt eben, wie man es aufteilt nachher, äh, mit den Fahrzeugen nochmal. Genau, also. Was soll ich jetzt machen? Dann machst du dann auch erstmal einen Cuttholzer oder was? Äh, ich werde dann auch so eine kurze Pause machen. Ich denke, wir machen alle, äh, für eine halbe Stunde, für 30 Minuten mal Pause. Nee, ich meinte, ob er seinen Stream dann auch in der Zeit ausmacht. Nee, der wird weiterlaufen. Wir werden halt die Pause einblenden und dann geht's weiter. Darf ich mir mal ganz kurz was sagen? Ja. Warte. Bernd, danke fürs Reinschalten. Was, wir machen Pause? Pause. Du kannst jetzt schon ein bisschen abfahren. Ja, wenn die alle umarmen. Wir passen fünf Millionen. Also ich bin auf dem Laufen. Alles Gute. Wo wird dann? Also, er soll, äh, ich dich jetzt auch fassen oder wie? Du kannst jetzt hier machen, was du willst. Also, ich hab den Drescher hier hingestellt, weil, ja, ich bin jetzt auch erstmal raus. Ich mach jetzt auch erstmal Schulz. Okay. Ich sag dann auch erstmal Danke an alle Zuschauer. Und hier, wie gesagt, danke heute, dass ich auch mitmachen durfte. Ach, Robert. Ich danke dir, dass du mitmachst. Ne, hat echt Spaß gemacht bis jetzt. Wir haben ja auch echt, warte, jetzt muss ich erstmal gucken, was wir geschafft haben. Hier, kann man das sehen? Ja. So, jetzt hätten wir jetzt durch, ne? Karte wird geladen. Oh, doch. Doch. Ich mein, für die Größe von dem Völter haben wir uns eigentlich... Also, ich muss sagen, im Prinzip, es ist halt eben da unten, wo wir sind, noch eine kleine Ecke, dann da oben, dann haben wir sie ja zwei Drittel fertig. Ja. Ist doch gut, genau. Das ist jetzt echt nicht mehr viel. Also, ich sag mal so, dafür, dass wir jetzt fünf Stunden streamen und fünf Stunden erst machen, geht das ziemlich flach voran. Ja. Und dafür, dass wir die erste halbe Sinne vom Stream erstmal gebraucht haben, um uns alle zu sammeln und um zu hochzufahren. Also, effektive Arbeitszeit auf dem Feld sind das viereinhalb Stunden. Top-Leistung. Ja. Also, dazu darf man nicht sagen. Also, momentan würde ich sagen, läuft es eigentlich sehr flüssig. Ja. Ja. Diszipliniert. Seh mir, das ist mein Schlepper, der bleibt stehen. Sorry. Polzer, mit mir kannst du noch rechnen, ich helfe noch ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, ich gehe erstmal raus. Ich wünsche euch allen auch noch hier, wie gesagt, einen schönen Abend, schönen Tag und hier ja, bis andermal, ne? Tschüss. 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 Schönen Tag noch. Bis neulich. So, jetzt noch was.